für heute beendet. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 3, Drucksache 19-1332, Jahresbericht 2023 des Rechnungshofs von Berlin gemäß Artikel 95 Verfassung von Berlin und Paragraf 97 Landeshaushaltsordnung, sowie hierzu die Vorlage zur Kenntnisnahme, Drucksache 19-1541, Stellungnahme des Senats zum Jahresbericht 2023 des Rechnungshofs von Berlin. Zu diesem Tagesordnungspunkt darf ich der Präsidentin des Rechnungshofs, Frau Karin Klingen, das Wort erteilen. Bitte sehr. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, auch an einem Tag wie heute ist es für mich eine besondere Freude, hier im Abgeordnetenhaus reden zu können und Ihnen den aktuellen Jahresbericht des Rechnungshofs vorstellen zu können. Das sind 256 Seiten, die sich zu lesen lohnen. Sie enthalten die Ergebnisse der wesentlichen Prüfung des Rechnungshofs und ich will Ihnen nur einige der vielfältigen Themen nennen. So unter anderem die fehlende Steuerung bei der Schuldner- und Insolvenzberatung, das Scheitern der Einrichtungen der zentralen Vergabestellen, die mangelnde IT-Sicherheit bei öffentlichen Institutionen und die Wohnraumversorgungsanstalt, die ihren eigentlichen Auftrag nicht erfüllt und stattdessen andere Aufgaben wahrgenommen hat. Der Jahresbericht zeigt hier schon erste Wirkungen. So soll die Struktur der Anstalt künftig entsprechend den Vorschlägen des Rechnungshofs geändert werden. Ein wesentlicher Teil des Jahresberichts befasst sich mit der Finanzlage des Landes. Und sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, hierzu muss ich mich heute deutlich äußern, denn der Berliner Landeshaushalt steht kurz vor einer Krise. Der aktuelle Doppelhaushalt hat ein bisher nicht gekanntes Rekordniveau von rund 40 Milliarden Euro jährlich erreicht. Und diese Ausgaben sind nicht durch entsprechende Einnahmen gedeckt. Das liegt nicht etwa daran, dass Berlin ein Problem mit der Einnahmesituation hat. Die Einnahmen sind in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Aber die Ausgabenwünsche sind sehr viel stärker gestiegen. Diese Entwicklung wurde überlagert durch sehr hohe Notlagenkredite, die im Jahr 2020 zur Bekämpfung der Corona-Pandemie aufgenommen wurden. Damit ist die Einnahmesituation aber nur scheinbar verbessert worden. Lassen Sie mich an dieser Stelle darauf hinweisen, dass auch für diese Notlagenkredite das Urteil des Bundesverfassungsgerichts gilt. Wie der Rechnungshof schon 2020 angemahnt hatte, durften die Kredite nur zur Bekämpfung der Corona-Notlage verwendet und hätten dafür zeitnah ausgegeben werden müssen. Das Jahr 2023 weist nun nach dem vorläufigen Jahresabschluss ein Defizit von 1,8 Milliarden Euro auf. Aber anstatt jetzt bei der Aufstellung des aktuellen Doppelhaushalts umzusteuern und die Ausgaben zurückzuführen, wurden sie noch einmal drastisch erhöht. Wie ist das möglich ohne entsprechende Einnahmen? Zunächst sind fast alle langjährigen Rücklagen aufgelöst worden. Ein einmaliger Vorgang, der nicht wiederholt werden kann. Aber selbst das reicht nicht aus, um das große Defizit oder lassen Sie es mich deutlich sagen, das Haushaltsloch zu schließen. Als letzter Rettungsanker wurden pauschale Minderausgaben in bisher nicht gekannter Höhe von rund zwei Milliarden Euro jährlich in den Haushalt eingestellt. Das sind rund 5,9 Prozent des Haushalts. Diese Summe muss im laufenden Haushalt noch eingespart werden, ohne dass klar ist, wie und an welcher Stelle das gelingen kann. Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, so darf ein Haushalt nicht aussehen. Verwaltung und durch öffentliche Mittel geförderte Einrichtungen sind verunsichert, was in den nächsten beiden Jahren noch finanziert werden kann. Das Prinzip Hoffnung, dass es in der Haushaltswirtschaft immer besser läuft als geplant, ist keine Lösung. Es ist Ihre Aufgabe, hierzu schnellstmöglich Antwort zu geben. Wenn Sie dieses Ausgabeniveau so weiterführen, dann werden in den Jahren 2026 und 2027 Defizite von mehr als drei Milliarden Euro pro Jahr entstehen. Stellen Sie sich vor, wie die Bürgerinnen und Bürger im Jahr 2027 auf den heutigen Haushalt blicken werden. Sie werden sich fragen, wie konnte es so weit kommen? Warum ist Berlin so hoch verschuldet? Warum hat es kaum noch finanzielle Handlungsmöglichkeiten? Wir hatten doch Klagen und Steuereinnahmen. Und jeder, der 2027 in politischer Verantwortung ist, wird vor der Schwierigkeit stehen, überhaupt einen Haushalt unter diesen Rahmenbedingungen aufstellen zu können. Wollen Sie das? Sie tragen mit Ihren jetzigen Entscheidungen eine große Verantwortung für die Zukunft Berlins. Deshalb appelliere ich dringend an Sie. Nutzen Sie die Chance und steuern Sie jetzt um. Setzen Sie Prioritäten bei den Ausgaben. Berlin darf nicht dauerhaft über seine Verhältnisse leben. Wenn das Land weiter so viel mehr ausgibt, als es einnimmt, sind die Berliner Finanzen in Kürze nicht mehr tragfähig. Der Rechnungshof hat auch zu weiteren aktuellen Themen beraten. So in der Krise des RBB. Der Berliner Rechnungshof hat nicht nur gemeinsam mit dem Landesrechnungshof Brandenburg umfangreiche Prüfungen unter anderem zur wirtschaftlichen Situation und zur Vergütungsstruktur der Führungsebene des RBB durchgeführt, sondern die beiden Rechnungshöfe haben mehr als 100 Reformempfehlungen für den Staatsvertrag des RBB entwickelt, die fast alle übernommen wurden. Bahnbrechend war insbesondere die Empfehlung, die Vergütung der Intendantinnen und Intendanten zukünftig am öffentlichen Dienst zu orientieren. Sie ist nicht nur in den Staatsvertrag des RBB übernommen worden, sondern hat inzwischen auch Eingang in den ersten bundesweiten Entwurf eines neuen Medienstaatsvertrags gefunden. Das halte ich für einen großen Erfolg des Rechnungshofs. Schließlich hat sich der Rechnungshof frühzeitig auch zu dem geplanten Sondervermögen für Klimaschutz, Transformation und Resilienz in einer beratenden Stellungnahme geäußert. In einer Anhörung noch vor dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts hat der Rechnungshof durchgreifende rechtliche Bedenken vorgebracht. Die später durch das Verfassungsgerichtsurteil und das Gutachten einer Rechtsanwaltskanzlei bestätigt wurden. Der Rechnungshof begrüßt ausdrücklich, dass die ursprünglichen Pläne einer erneuten Notlagenkreditaufnahme nunmehr überdacht werden. Er wird die weitere Diskussion um alternative Finanzierungswege für die geplanten Maßnahmen begleiten. Er warnt davor, nun den vermeintlichen Spielraum zu überdehnen, den finanzielle Transaktionen zu eröffnen scheinen. Sinn und Zweck der Schuldenbremse ist nicht, dass staatliche Ausgaben aus dem Kernhaushalt in Landesunternehmen übertragen werden, um auf diesem Weg eine nach der Schuldenbremse nicht vorgesehene Kreditaufnahme zu ermöglichen. Auch finanzielle Transaktionen müssen unter dem Gesichtspunkt der Tragfähigkeit der Landesfinanzen betrachtet werden und dem Einzelnen dem Wirtschaftlichkeitsgebot entsprechen. Zudem müssen sie vor dem Hintergrund der europäischen Schuldenregelungen sorgfältig geprüft werden. Sehr geehrte Damen und Herren, mit dem Rechnungshof haben Sie eine Institution, die unabhängig prüft. Ich freue mich, wenn Sie unsere Empfehlungen nutzen. Aber es ist auch Aufgabe des Rechnungshofs, unangenehme Ergebnisse auszusprechen. Ich empfinde es als hohen Wert, dass Sie als Parlament und Regierung diese Diskussion mit einer unabhängigen Prüfinstanz so führen. Denn gerade auch die sachliche Auseinandersetzung über manchmal unterschiedliche Standpunkte trägt dazu bei, das Vertrauen in den Staat und in die Demokratie zu stärken. Und das können wir in diesen Zeiten brauchen. Die Beiträge des Jahresberichts werden nun im Einzelnen im Unterausschuss Haushaltskontrolle behandelt. Ich freue mich auf diese immer konstruktiven und sachlichen Beratungen. Vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Ausführungen, Frau Klingen. Wir kommen zur Besprechung mit einer Redezeit von bis zu 10 Minuten pro Fraktion. Es beginnt die Fraktion der CDU. Bitte schön, Herr Kollege Goiny, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Frau Präsidentin des Rechnungshofes, ich darf mich auch im Namen der CDU-Fraktion sehr herzlich dafür bedanken, bei Ihnen, beim Direktorium und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Rechnungshofes für die wichtige, gründliche Arbeit, die Sie Jahr um Jahr machen und auch für den Bericht, den Sie uns hier heute präsentiert haben. Es ist in der Tat so, ich glaube, das gehört tatsächlich auch zu einem wichtigen Teil unserer Arbeit, dass wir hier von einer unabhängigen Instanz wie dem Rechnungshof auf Dinge hingewiesen werden, die Sie hier ja auch gerade noch mal kritisch angemerkt werden und die für uns natürlich auch Gegenstand der Diskussion und Beratung hier sein werden. Ich will aus Sicht der CDU-Fraktion zu einigen Punkten Stellung nehmen, denn Sie haben ja auf die Länge des Berichts hingewiesen und man kann natürlich den jetzt hier nicht im Detail diskutieren. Und in der Tat ist es so, Sie hatten das ja zum Schluss auch noch mal erwähnt, dass es sehr wichtig und sehr hilfreich war, was der Rechnungshof auch gerade zur Aufarbeitung der Verfahren beim Rechnen, beim RBB uns hier aufgeschrieben und gefordert hat. Das sind wichtige Dinge, die wir jetzt auch umgesetzt haben, Staatsvertrag, wenn es nach der CDU-Fraktion gegangen wäre, hätte man das in diesem Staatsvertrag schon ein Jahr früher umsetzen können. Aber wir haben ja einen Zwei-Länder-Staatsvertrag und mussten das gemeinsam mit Brandenburg verhandeln. Dadurch hat es etwas gedauert. Ich will aber dann ja auch noch mal anmerken, das ein oder andere, was wir jetzt im Staatsvertrag geregelt haben, was uns perspektivisch beim RBB auch Geld kostet, kam nicht von der Berliner Seite rein. Und im Zusammenhang mit der Frage der Beitragsstabilität geht es natürlich auch immer um die Frage, welchen Auftrag geben wir dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und wenn wir ihm mehr Aufträge geben, wird es vermutlich auch mehr Geld kosten. Also auch hier werden wir die Debatte an der Stelle weiterführen. Aber das, was da von Seiten des Rechnungshofs an Hinweisen kam, haben wir für sehr wichtig und nützlich erachtet. Und wir freuen uns darüber, dass das auch in diesem Staatsvertrag eingearbeitet werden konnte. Und in der Tat, Sie haben auf die Finanzlage des Landes Berlins hingewiesen. Ist das für uns auch ein ernstes Thema? Wir haben ja hier eine Finanzlage vor einem Jahr vorgefunden, die eine historische Ursache hatte. In der Tat ist durch die Corona-Krise und die Kreditaufnahme, die ja nicht nur damals im Land Berlin erfolgte, sondern in allen Bundesländern und auch vom Bund durchgeführt wurde, hier noch mal der Schuldenstand auch des Landes Berlins enorm angewachsen. Und wir haben natürlich auch, muss man sagen, wir waren damals nicht in der Regierung, aber wir haben bei den Corona-Krediten ja mitgestimmt. Und wir haben danach ja aber auch gesehen, dass es eine Entwicklung gab mit dem Ukraine-Krieg, die ja auch zu weiteren Problemen geführt hat. Und die Inflation und die Preissteigerung, die wir danach gesehen haben, die haben ja nicht nur vorübergehend zu höheren Steuereinnahmen geführt, sondern sie haben natürlich auch deutlich gemacht, dass in einer Stadt wie Berlin auch viele Menschen auch weiter nach Corona und durch den Ukraine-Krieg auf staatliche Hilfen angewiesen sind. Und das natürlich auch noch mal eine Herausforderung für die öffentlichen Haushalte gewesen ist und ist. Und die vielen Flüchtlinge, die in Berlin untergebracht worden sind aus der Ukraine und die Finanzierung einer angemessenen Unterbringung und Versorgung ist natürlich auch ein Prozess, der viel Geld gekostet hat und auch weiter Geld kostet. Insofern gibt es natürlich hier ein Stück weit eine Erklärung für die hohen Ausgaben, was wir in der Vergangenheit auch kritisiert haben. Und Sie haben das ja auch kritisch angemerkt, ist der Umgang auch mit Landesunternehmen, insbesondere mit den Wohnungsbaugesellschaften und der Finanzierung und am Ende auch Verschuldung der Wohnungsbaugesellschaften durch den Ankauf von Wohnungsbeständen und Sanierten, die natürlich am Ende auch die Wohnungsbaugesellschaften belasten. Und das ist natürlich, Sie haben das auch angesprochen, Frau Präsidentin, in Ihrem Bericht auch eine Herausforderung, der wir uns widmen müssen, nämlich die Situation der Landesunternehmen, ihrer finanziellen Lage. Und da gibt es in der Tat ja einige, über deren Situation wir uns auch weiterhin Gedanken machen müssen. Der Rechnungshof sagt, wir sollen die Schuldenbremse einhalten, wir sollen die Kredite zurückzahlen, wir sollen nicht die Rücklagen aufbrauchen, aber wir sollen in gutes Personal investieren und wir sollen überhaupt investieren. Das sind natürlich Parameter, die für sich gesehen alle richtig sind, aber genau die Schwierigkeit aufweisen, vor der Haushaltspolitik in diesen Zeiten, in dieser Stadt steht, weil alles auf einmal zu regeln, wird natürlich nicht möglich sein, jedenfalls nicht in der Zeit. Und wenn wir dann noch die Diskussion führen über Tariferhöhungen, über Hauptstadtzulagen und Ähnliches für die Beschäftigten im Land Berlin, oder die durch Zuwendung unterstützten Einrichtungen, dann wird das Thema auch nicht einfacher. Insofern sehen wir die Komplexität des Themas und die Herausforderungen, die damit zu tun haben. Und wir haben natürlich mit der Regierungsübernahme vor einem Jahr auch vor der Situation gestanden, angesichts der Finanzlage der Stadt, mit dem letztlaufenden Doppelhaushalt sofort Milliarden einzusparen oder tatsächlich, und das hat ja auch der Finanzsenator erklärt, hier einen Prozess einzuleiten, der ein Umsteuern auch in der Haushaltspolitik einleitet, die am Ende des Tages auch dazu führt, dass wir wieder in einem Finanzrahmen sind, der, so haben Sie auch darauf hingewiesen, eben halt auch angemessen ist. Und ja, da ist noch eine große Aufgabe vor uns. Und ja, wir wollen uns dieser Aufgabe stellen. Wir müssen dafür sorgen, dass der Haushalt in den nächsten Jahren wieder auf einen Pfad zurückgeführt wird, der in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen ist. Wir müssen, da führt auch kein Weg daran vorbei, dafür sorgen, dass hier die Finanzlage wieder in Einklang kommt. Und so ein alter Haushalterspruch, der da heißt, reich ist nicht der, der viel hat, sondern der, der wenig braucht, der wird uns in den nächsten Monaten tatsächlich, glaube ich, auch noch öfter begegnen. Und wir werden tatsächlich auch das Thema Eigenverantwortung und Eigenwirtschaftlichkeit an der einen oder anderen Stelle stärker in den Vordergrund rücken. Und ich stimme Rat Saleh dem Fraktionsvorsitzenden der SPD ausdrücklich zu. Mit uns wird es auch keinen sozialen Kahlschlag geben. Das heißt, wir werden unserer sozialen Verantwortung in dieser Stadt gerecht werden. Und trotzdem werden wir darauf hinwirken müssen, dass die Haushaltslage dieser Stadt hier wieder ins Lot gerät. Und das ist eine Aufgabe und die muss jetzt auch über die Auflösung der pauschalen Minderausgaben umgesetzt werden, die jetzt auch hier in den Verwaltungen umgesetzt werden kann, umgesetzt werden muss, muss ich sagen. Und am Ende des Tages, und das ist auch ein Punkt, Frau Präsidentin, da wünschte ich mir vielleicht auch ein bisschen weiteren Blick des Rechnungshofes drauf. Weil Sie schreiben das ja an verschiedenen Stellen auch. Sie sprechen das Vergabeverfahren und die Vergabeprozesse im Land Berlin an. Und ich finde, es reicht nicht, wenn darauf gedrungen wird, dass das Vergabeverfahren eingehalten wird und dass es ordentlich dokumentiert wird. Das ist an vielen Stellen auch zu kompliziert, zu bürokratisch, zu langwierig und verzögert Entscheidungen. Damit laufen auch Investitionsmaßnahmen nicht ab. Dadurch dauern Investitionen in diesem Land zu lange und damit werden sie auch zu teuer. Und auch das ist ein sozusagen Verfahrensproblem, was wir hier haben, was am Ende dazu führt, dass Wirtschaftlichkeit nicht in allen Bereichen optimal genutzt werden kann im Land Berlin. Und wir haben auch Verwaltungsprozesse im Verwaltungsverfahren, wo ich mir auch manchmal an der einen oder anderen Stelle in der Verwaltung wünschte, dass hier mehr auf das Ergebnis und die Effizienz und die Wirtschaftlichkeit geachtet wird, als auf die Frage, wen kann man im Verwaltungsverfahren hier eigentlich noch alles beteiligen. Und ich glaube auch hier, und das sieht man jetzt, wenn man wieder in Regierung ist, noch mal aus einer anderen Perspektive als Opposition, erleben wir in ganz vielen Verwaltungen, Haupt- wie Bezirksverwaltungen, dass da nicht ergebnisorientiert gearbeitet wird, dass nicht Prozessoptimierung im Vordergrund steht und dass auch nicht die Beschleunigung von Verfahren im Vordergrund steht. Und all das kostet am Ende Geld, weil das ist am Ende etwas, was nicht wirtschaftlich ist. Und deswegen ist es ja richtig, dass dieser Senat sich hier auch das Thema Prozessoptimierung und Beschleunigung im Zusammenhang mit der Digitalisierung auf die Fahnen geschrieben hat, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und auch das ist etwas, was natürlich Auswirkungen hat am Ende auf Haushalts- und Finanzlagen des Landes Berlins. Und selbstverständlich werden wir uns auch noch mal damit beschäftigen, wie hier die Finanzen, die Finanzmittel, die wir für das Sondervermögen einsetzen wollten, wie man damit umgehen kann. Klar ist, wir werden uns an die Verfassung halten. Das haben wir jetzt auch in diesem Prozess gemacht. Deswegen haben wir nicht, wie im Bund, vorheilig beschlossen, mit dem Thema verfassungsgemäßes Verhalten hat ja die alte Koalition unter ihrer Verantwortung ja ihre Erfahrung gemacht. Wir haben das nicht gemacht. Wir haben hier ordentlich diskutiert. Wir haben Gutachter bestellt und eingeladen und wir haben die Konsequenzen daraus gezogen. Und das werden wir auch weiterhin machen. Allerdings ist es natürlich auch wieder so, dass die Finanzierung und Bewältigung der Klimakrise eben in der Zeit, in der wir es für erforderlich halten, aus den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln eben nicht zu finanzieren ist. Sonst hätte man das ja auch schon gemacht. Und auch das ist eine Diskussion, die wir auch in den nächsten Wochen und Monaten noch weiterführen müssen und wollen, weil natürlich die Bewältigung der Klimakrise dieser Koalition, diesem Senat auch ein ernsthaftes Anliegen ist. Und insofern darf ich abschließend sagen, hat der Bericht des Rechnungshofes viele Facetten, die die Haushalts- und Finanzpolitik des Landes Berlins anbetreffen, die es sich lohnt, im Ausschuss weiter zu diskutieren. Und insofern möchte ich mich nochmal ganz herzlich beim Rechnungshof für den vorgelegten Bericht bedanken. Herzlichen Dank. Applaus Vielen Dank. Und für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat nun der Kollege Schulze das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kollegin, sehr geehrte Frau Klingen, zuerst einmal wünsche ich Ihnen auch im Namen meiner Fraktion alles Gute für das neue Lebensjahr und freue mich, dass Sie heute an Ihrem Geburtstag hier bei uns sind und mit uns diskutieren. Nun zum Jahresbericht. Die Präsidentin des Rechnungshofs hat die Finanzlage des Landes gerade sehr deutlich beschrieben. Ich zitiere, der Haushalt steht kurz vor der Krise. Ich teile diese Einschätzung. Die Haushaltspolitik dieser Koalition basiert in weiten Teilen auf leeren Versprechungen und ungedeckten Schecks. Denn CDU und SPD haben mit diesem Haushalt allen alles versprochen und ihn dabei völlig überreizt. Und zwar weit über das Defizit des letzten RGA-Haushalts, Herr Goini, auch wenn Sie das immer wieder anders behaupten. Sie haben alle Rücklagen des Landes geplündert und gleichzeitig eine intransparente Sparauflage in Milliardenhöhe gestrickt. Statt Wohnungen, Schienen und Radwegen haben Sie Luftschlösser gebaut. Vom 29-Euro-Ticket bis zur Lobbyismus getränkten Magnetschwebebahn. Wenn Sie mich fragen, wofür der Senat in den verbleibenden neun Monaten dieses Jahres Geld ausgeben möchte, lautet meine Antwort, ich kann es Ihnen nicht genau sagen. Und das geht nicht nur mir so. Denn der Senat lässt uns Abgeordnete, auch meine Kolleginnen von CDU und SPD, bis heute über seine Haushaltspläne umklaren. Kommt das 29-Euro-Ticket noch? Inzwischen hat das einzige Wahlversprechen der SPD in der Koalition kaum noch Freundin. Herr Stettner und Herr Wegner sind öffentlich bereits davon abgerückt. Was Frau Schreiner noch möchte, weiß niemand so genau. Und im SPD-internen Wahlkampf scheint man sich am meisten damit profilieren zu können, das 29-Euro-Ticket in Frage zu stellen. Wie geht es weiter nach dem gescheiterten Sondervermögen? Kommt die Hauptstadtzulage für freie Träger noch oder nicht? Wie soll die pauschale Minderausgabe aufgelöst werden? Der Senat vertröstet das Abgeordnetenhaus, immerhin der Haushaltsgesetzgeber, Monat um Monat, nur um sich Zeit zu verschaffen, aber ohne, um die Probleme anzugehen und zu lösen. Und ehrlich gesagt, Herr Goini, in Ihrer Rede gerade habe ich auch keine neuen Erkenntnisse zu all diesen Fragen erhalten. Wenig überraschend rügt auch der Rechnungshof im vorliegenden Bericht die exzessive und intransparente pauschale Minderausgabe der Senatsplanung in aller Deutigkeit. 1,5 Milliarden Euro wollte der Senat pro Jahr auf diesem Wege einsparen. Die Koalition hat diesen Betrag sogar für dieses Jahr noch auf 1,75 Milliarden Euro erhöht. Das sind ganze 4,5 Prozent des Haushaltsvolumens. Der Rechnungshof weist darauf hin, dass verfassungsrechtlich maximal 1 Prozent unbedenklich und geboten wären. Denn alles darüber hinaus erschwert eine Kontrolle der Regierung durch das Parlament. Liebe Kolleginnen von CDU und SPD, holen Sie sich das Budgetrecht des Parlaments zurück. Beenden Sie endlich dieses Transparenzdefizit, bevor es sich zu einem Demokratiedefizit auswächst. Seit Monaten schieben sich Senat- und Koalitionsfraktionen, Finanzsenator und die restlichen Senatsmitglieder gegenseitig die Verantwortung zu. Währenddessen ist Ihnen der Haushaltsvollzug längst entglitten. Und auch wenn Sie jetzt wieder runterbeten, dass das alles nur vorläufig sei und noch gar nichts passiert sei, so mag es für die von Ihnen versprochenen 50 Gesetzesinitiativen nach der letzten Sommerpause gelten. Die im Haushaltsbeschluss angelegten Probleme entfalten aber bereits heute vor Ort ihre Wirkung. Liebe Koalition, unter Ihren Finanzkonflikten leiden immer mehr Menschen ganz konkret. Da sind abhängige und suchtkranke Menschen, verschuldete Menschen, Menschen in anderen schwierigen Lebensumständen und deren Angehörige. Zahlreiche Beratungs- und Hilfsangebote, die auf Zuwendungen vom Land angewiesen sind, leiden unter der aktuellen Unsicherheit, gekürzten Mitteln und nur vorläufigen Bescheiden von wenigen Monaten. Darauf hat auch die Präsidentin des Rechnungshofs hingewiesen. Beispiel Hauptstadtzulage. Da sind die Beschäftigten der sozialen Träger, vom Kitaerzieher bis zur Hausmeisterin. Sie erhalten für die gleiche Arbeit weniger Gehalt als ihre Kolleginnen im Landesdienst. Insbesondere Frauen. Denn es arbeiten dort deutlich mehr Frauen als bei den sozialen Trägern. In Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe sind es zum Beispiel 70 Prozent. Die Hauptstadtzulage für die Beschäftigten der sozialen Träger ist also auch eine Frage der Geschlechtergerechtigkeit. Herr Wegner, Herr Evers, Herr Stettner und Herr Salé, wir erwarten hier ein klares Bekenntnis. Denn gerade diese Frauen mit dieser Benachteiligung im Stich zu lassen, ist besonders beschämend. Und da sind die Beschäftigten in den Bezirken. Sie erstellten Planungsunterlagen für Kiezblocks und Jugendeinrichtungen, schreiben Sanierungsanträge für Bolzplätze, führen Infoveranstaltungen zu Schulwegsicherheit oder neuen Spielplätzen durch. Zum Beispiel in Treptow-Köpenick. Der Kollege Düstelöff ist gerade nicht da, aber für die Kinder und Jugendlichen in seinem Wahlkreis hat der Finanzsenator plötzlich kein Geld mehr. Die Mittel für die auftragsweise Bewirtschaftung sind gesperrt. Nun droht fertig geplanten Neubau- oder Sanierungsmaßnahmen das aus. Sehr geehrte Kolleginnen, dieses Haushaltschaos ist kein Versehen. Es ist auch kein Naturgesetz. Es ist einzig und allein das Ergebnis Ihrer schwarz-roten Haushaltspolitik, Ihrer leeren Versprechen und Ihrer ungedeckten Schecks. Eine solche Haushaltspolitik ist gefährlich, denn sie ist kurzfristig. Der Rechnungshof kritisiert auch hier völlig zu Recht die unrealistische Finanzplanung für die Jahre 2026 und 2027. Denn das jetzige Haushaltschaos ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf die anstehenden Herausforderungen. Um einen verfassungskonformen Haushalt aufzustellen, müsste das Land zusätzlich weitere drei Milliarden Euro pro Jahr einsparen. Doch bei außer vagen Ankündigungen kamen vom Senat bisher keine substanziellen Vorschläge, wie Berlin diesen Weg sozialverträglich gestalten kann. Ende des Jahres beginnt bereits das nächste Haushaltsaufstellungsverfahren für eben diese Jahre. Ohne konkrete Lösungen drohen Berlin dabei noch größere soziale Einschnitte. Lieber Senat, wachen Sie endlich aus Ihrem Winterschlaf auf, beenden Sie die organisierte Verantwortungslosigkeit und kommen Sie ins Machen. Und der Klimaschutz? Die demokratischen Fraktionen in diesem Haut sind sich weitestgehend einig. Berlin braucht zusätzliche Investitionen in Milliardenhöhe, in grüne Wärme, grünen Strom und grüne Mobilität, die zu wesentlichen Teilen durch Kredite finanziert werden sollen. Mögliche Finanzierungsinstrumente sind in den letzten Wochen seit Scheitern des Sondervermögens verschiedentlich diskutiert worden. Finanzielle Transaktionen, begrenzte Notlagererklärungen oder auch ein Darlehensfonds. All diese Instrumente könnte der Senat sofort nutzen und dem Abgeordnetenhaus seinen Nachtragshaushalt mit einem konkreten Plan für zusätzliche Klimainvestitionen vorlegen. Doch stattdessen beginnt der regierende Bürgermeister öffentlich eine neue Debatte über Teilprivatisierung in Form öffentlich-privater Partnerschaften. Offenbar, wenn man die heutige Fragestunde nimmt, ganz ohne, dass der Senat einen Überblick über seine eigene Position und Aktivitäten in diesem Bereich hat. Eine Chance, die Berlin nicht verstreichen lassen sollte, sagt Herr Wegner. Bei dieser Romantisierung von ÖPP-Projekten frage ich mich schon, wo Herr Wegner die 90er- und 2000er-Jahre verbracht hat. Als bundesweit schlechte Erfahrungen mit diesen Modellen gemacht wurden, als Bund, Länder und Kommunen die garantierten Gewinne und Renditen von windigen Investoren, Banken und Beratungsunternehmen finanzierten, während alle finanziellen Risiken bei der öffentlichen Hand verblieben und damit bei den SteuerzahlerInnen. Auch Berlin hat damals seine Lektionen eigentlich gelernt, etwa bei den Cross-Border-Leasing-Geschäften der BVG oder der Teilprivatisierung der Wasserbetriebe. Und jetzt fordern sie derartige Experimente wieder für unsere Schulen, Bäderbetriebe oder Kulturinstitutionen. Die Rechnungshöfe von Bund und Ländern und der Europäischen Union haben bereits vor Jahren auf die Gefahren von ÖPP-Projekten hingewiesen. Ausufernde Kosten, fehlende Transparenz bei Verträgen und mangelnde parlamentarische Kontrolle. Lieber Senat, nehmen Sie diese Empfehlungen der Rechnungshöfe ernst. Wiederholen Sie nicht die Fehler der Vergangenheit. Und liebe SPD-Fraktion, beim Beschluss des Berliner Schuldenbremsengesetzes hat Rot-Rot-Grün klugerweise entschieden, derartige Finanzierungsmodelle vollständig auf die Schuldenbremse anzurechnen, um falsche Anreize für riskante ÖPP-Projekte zur Umgehung der Schuldenbremse zu unterbinden. Wir zählen darauf, dass Sie auch weiterhin zu dieser Politik stehen und sich den Privatisierungsfantasien Ihres Koalitionspartners in diversen Bereichen entgegenstellen. Abschließend gilt mein Dank der Präsidentin, Frau Klingen, sowie den weiteren Mitgliedern des Kollegiums und allen MitarbeiterInnen des Rechnungshofs. Wir werden die zahlreichen fundierten Empfehlungen auch in den Detailfragen in die entsprechenden Gremien tragen und freuen uns auf die dortige intensive Diskussion. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Und für die SPD-Fraktion spricht nun die Kollegin Czala. Die Kollegin wünscht keine Zwischenfragen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, zuallererst bedanke ich mich bei Frau Klingen für die Vorstellung des Jahresberichts des Rechnungshofs. Liebe Frau Klingen, an dieser Stelle möchte ich Ihnen ganz herzlich, auch persönlich und im Namen meiner Fraktion zum Geburtstag gratulieren. Alles Gute. Die Grundlage für den vorliegenden 256 Seiten starken Bericht ist ein enormer Arbeitsaufwand aller Beschäftigten des Rechnungshofs. Vielen Dank für diese wertvolle Arbeit. Die vorgetragene Kritik in Wort und Schrift ist eine, die wir gerne annehmen. Der Bericht des Rechnungshofs gibt uns die wichtigen Einblicke und Hinweise darauf, wie wir unsere Arbeit als VolksvertreterInnen im Sinne der Bürgerinnen und Bürger Berlins verbessern können. Wir sind allen Berlinerinnen und Berlinern gegenüber verpflichtet, verantwortungsvoll mit den vorhandenen und uns vertrauten Ressourcen umzugehen. Wir müssen sicherstellen, dass sie bestmöglich zum Wohle aller eingesetzt wird. Die Kritik des Rechnungshofs ist daher eine wichtige Ressource, um Vorgänge zu überdenken und zu optimieren. Wir sind entschlossen, Empfehlungen ernsthaft zu prüfen und gegebenenfalls umzusetzen. Die aktuelle Haushaltslage ist ohne Wenn und Aber eine schwierige. Die derzeitigen Herausforderungen, die Herausforderungen der letzten Jahre sind bekannt. Angriffskrieg in der Ukraine, die Pandemie und die Herausforderungen durch den Klimawandel. Für die Bürgerinnen und Bürger ist die Inflation die spürbarste Konsequenz all dessen. Bezogen auf den Haushalt bedeutete dies, zunächst aufgrund der Corona-Pandemie einen erheblichen kreditfinanzierten Ausgabenzuwachs, für den es breiten Konsens gab im Land, im Bund und zwischen allen demokratischen Parteien. Die Rettungsschirme und Soforthilfen für Unternehmen, Direktzahlungen und Steuervergünstigungen für die Bürgerinnen und Bürger, die erhebliche Ausweitung von Maßnahmen der Gesundheitsversorgung, all das hat zu einem hohen Ausgabenniveau geführt, auf dem wir uns letztlich immer noch bewegen. Die Pandemie wurde durch die Folgen des Krieges gegen die Ukraine abgelöst, die Preissteigerung, insbesondere im Energiebereich, aber auch bei Lebensmitteln und Gütern des täglichen Bedarfs bedeuteten die nächste Krise. Auch hier haben Land und Bund richtigerweise Geld in die Hand genommen, um die steigenden Energiekosten abzufedern. Die Inflation hat aber auch die eigenen Ausgaben des Staates in die Höhe schnellen lassen. Auch das Land Berlin ist Mieter, Arbeitgeber und verbraucht Konsumgüter. Es sieht sich als Bauherr ebenfalls den stark gestiegenen Baukosten gegenüber. Wir sehen also, die notwendigen Ausgabenaufwüchse zur Bewältigung der multiplen Krisen einerseits, sowie die nun auch beim Land Berlin angekommene Inflation andererseits, haben zu einem Ausgabenniveau geführt, das auf Dauer nicht aufrechterhalten werden kann. Mit dem Haushalt 24-25 ist das Land Berlin deshalb auf eine Abbruchkante zugesteuert, die wir als Koalition unbedingt vermeiden wollten und die wir vermeiden konnten. Der Rechnungshof beschreibt richtigerweise die Heranziehung von Rücklagen im aktuellen Haushalt und ich sage Ihnen, das war wichtig und richtig und insbesondere notwendig, um einen sozialen Kahlschlag zu vermeiden, dem wird es mit der SPD nicht geben, sehr geehrte Damen und Herren. Gleichzeitig arbeiten wir daran, die Ausgaben schrittweise und sozial verträglich Stück für Stück in Richtung eines strukturell ausgeglichenen Haushalts zurückzufahren. Das wird nicht ohne Einschnitte gehen, hier bedarf es struktureller Maßnahmen und das Parlament hat die Verabschiedung des Haushaltsgesetzes mit der Verabschiedung des Haushaltsgesetzes erste wichtige Impulse zur Konsolidierung gesetzt, indem es der Verwaltung Neuanmietungen grundsätzlich untersagt hat und sie zur Vorlage von Konzepten zur Verdichtung von Büroflächen aufgefordert hat. Der Flächenverbrauch muss reduziert werden, wir müssen im Land Berlin enger zusammenrücken. Glücklicherweise war hingegen der Jahresabschluss 23 besser als zunächst prognostiziert, was zwar nicht ausreicht, um die allgemeine Haushaltslage als positiv zu bezeichnen, aber zumindest etwas bessere Voraussetzungen für das laufende Jahr schafft. Mit der Ausweitung der Übernachtungssteuer kann die Koalition auch bereits 24 die Einnahmesituation leicht verbessern. Der Senat steht weiterhin vor der Herausforderung, die im Haushalt veranschlagten pauschalen Minderausgaben aufzulösen, aber ich bin zuversichtlich, dass die Koalition hier bald zu einer ausgewogenen Lösung kommen wird, um einerseits steuernde Maßnahmen zu ergreifen und andererseits haushalterische Planungssicherheit geben zu können. Meine Damen und Herren, ich möchte bezüglich der Ausführung des Rechnungshofs zur Finanzlage des Landes Berlin auch der Kritik der Opposition am Landeshaushalt darauf hinweisen, dass die genannten größeren Entwicklungen wie die Pandemie und der Krieg in der Ukraine sowie die daraus resultierende Inflation und die infolgedessen wiederum durch die Zentralbanken erhöhten Zinsen nicht allein das Land Berlin betreffen und schon gar nicht von diesem verursacht worden sind. Aber wir mussten dennoch darauf reagieren und wir reagieren weiterhin darauf. Die anderen Landeshaushalte in der Bundesrepublik sowie auch der Bundeshaushalt und darüber hinaus stehen allesamt aufgrund der genannten Rahmenbedingungen unter Druck. Dennoch müssen wir auch unter diesen Rahmenbedingungen die Fähigkeit erhalten, die Zukunft zu gestalten, was mich gleich zum nächsten Thema bringt, dem Sondervermögen. Der Rechnungshof hat in seinem Bericht auch Kritik am Sondervermögen für Klimaschutz, Resilienz und Transformation geäußert. Der Senat hatte, wie Sie alle wissen, den Gesetzentwurf während der Haushaltsberatung eingebracht. Nun hat sich jedoch seit dem Gesetzentwurf die Lage komplett verändert. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klimafonds des Bundes hat Auswirkungen auf alle geplanten und existierenden kreditfinanzierten Sondervermögen, so auch auf das Berliner Sondervermögen für Klimaschutz. Es war deshalb richtig, dass die Koalition das Gesetz zur Errichtung des Sondervermögens nicht mit dem Haushalt 2425 Ende letzten Jahres beschlossen, sondern zunächst eine weitere Prüfung durch einen externen Gutachter beauftragt hat. Die Koalition ist hier sehr verantwortungsbewusst vorgegangen, wie ich finde, um hier Rechtssicherheit zu schaffen. Das Gutachten haben wir im Hauptausschuss in der vergangenen Sitzung im Detail mit dem Gutachter erörtert. Und klar ist, dass das Urteil des Bundesverfassungsgerichts umfassende Einschränkungen impliziert und das Sondervermögen deshalb nicht in der ursprünglich avisierten Form umgesetzt werden kann. Dennoch, meine Damen und Herren, sind die umfassenden Investitionen in Klimaschutz, in die Transformation der Wirtschaft notwendig. Da besteht Konsens zwischen allen demokratischen Parteien. Und deshalb arbeitet die Koalition intensiv an Lösungen, die nötigen Investitionen tätigen zu können und gleichzeitig dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts Rechnung zu tragen. Aus aktuellem Anlass möchte ich ebenfalls auf die Empfehlung des Rechnungshofs eingehen. Die Hauptstadtzulage zu überprüfen. Die Hauptstadtzulage wurde eingeführt, um die Attraktivität des Landes Berlin als Arbeitgeber zu erhöhen und um sicherzustellen, dass unsere Stadt über ausreichend kompetente Mitarbeiter verfügen. Sie dient zudem dazu, den starken Konkurrenzdruck des öffentlichen Dienstes des Bundes in Berlin etwas entgegenzusetzen. Der Rechnungshof hat in seiner Überbriefung nun festgestellt, dass es im Hinblick auf die Personalgewinnung infolge der Einführung der Zulage keine grundlegenden Verbesserungen gibt. Da sich die Zahl der umbesetzten Stellen kaum verändert hat. Die Schlussfolgerung, dass aufgrund dieses Befundes die Hauptstadtzulage nicht wirkt, teilen wir nicht. In Zeiten des allgegenwärtigen Fachkräftemangels ist es durchaus denkbar, dass ohne die zusätzliche finanzielle Attraktivität der Zulage es zu vermehrten Abgängen des Personals gekommen wäre. Insbesondere, da sich der demokratische Druck mit jedem Jahr verschärft. Denn machen wir uns nichts vor, neben der Attraktivität des Arbeitsplatzes durch Vereinbarkeit von Beruf und Familie, mobilem Arbeiten usw. ist die Bezahlung ein wesentlicher Faktor dafür, dass Menschen sich für oder gegen eine Stelle entscheiden. Die Koalition hat vereinbart, die Entgelte und die Besoldung schrittweise an das Bundesgrundniveau heranzuführen. Und die Hauptstadtzulage ist ein wichtiger Teil davon. In diesem Zusammenhang ist die Tarifeinigung der TDL im vergangenen Dezember ein wichtiger Schritt. Neben den Steigerungen der Entgelte wurde vereinbart, die Hauptstadtzulage in den Tarif aufzunehmen. Damit ist auch die Mitgliedschaft des Landes Berlin in der Tarifgemeinschaft der Länder gesichert. Die genauen Details der Ausgestaltung der Hauptstadtzulage werden sich in den nächsten Monaten in den Verhandlungen der Tarifpartner klären. Dazu gehören auch Fragen des Empfängerkreises der Hauptstadtzulage. Diese Verhandlungen müssen wir zunächst abwarten. Sehr geehrte Damen und Herren, der Bericht des Landesrechnungshofs erhält viele weitere wichtige Empfehlungen und Anregungen. Ich freue mich auf die weiteren parlamentarischen Beratungen der vielfältigen Hinweise des Landesrechnungshofs und möchte mich zum Abschluss noch einmal erneut bei den Beteiligten für ihre geleistete Arbeit danken. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Und für die Fraktion Die Linke spricht nun die Kollegin Dr. Schmidt. Bitteschön. Vielen Dank. Vielen Dank. So, die Kollegin erhält nun das Wort. Hallo. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Frau Präsidentin Klingen, auch von unserer Seite alles Gute zu Ihrem heutigen Geburtstag und danke, dass Sie sich dennoch der Debatte mit uns stellen. Denn wir reden heute wieder über einen Jahresbericht, ein wichtiges Ergebnis Ihrer Arbeit und einmal mehr in eine akribische und verantwortungsvolle Auseinandersetzung mit der Situation in der öffentlichen Verwaltung und den dazugehörigen Institutionen unseres Landes Berlin. Das ist einmal mehr Grund Ihnen, Frau Klingen, und eben nicht Ihnen allein als Präsidentin des Rechnungshofs, sondern Ihrem gesamten Team, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Landesrechnungshofes für Ihre sehr engagierte Arbeit und vor allem auch für die vertrauensvolle Zusammenarbeit Danke zu sagen. Auch mit den jetzt vorgelegten Ergebnissen, Forderungen und Empfehlungen des Rechnungshofes werden wir uns im Unterausschuss, Haushaltskontrolle im Hauptausschuss und so erwarten wir es natürlich in allen Senats- und Bezirksverwaltungen dezidiert auseinandersetzen und die entsprechenden Schlussfolgerungen ziehen. Da die Prüfungen alle einen gewissen Vorlauf haben, freut es mich, dass die eine oder andere Empfehlung aufgegriffen und bereits auf dem Weg der Umsetzung ist. Dennoch bleiben genug Baustellen, an denen es zu arbeiten gibt. Einmal mehr steht die Finanzsituation des Landes Berlin im Fokus des Berichts. Darauf haben alle meine Vorrednerinnen und Vorredner verwiesen. Aber das nahezu verzweifelte Ringen aller Hauptverwaltungen und der Bezirke um die Untersetzung dieser PMA in ungekannter Höhe bestätigt unsere Forderungen nach einem Haushalt, der sich den Herausforderungen der gegenwärtigen, sehr angespannten Situation auch stellt. Dieses Haushaltsgesetz stellt ein erhebliches Risiko dar für die politische Handlungsfähigkeit, für die Investitionsfähigkeit nach 2025, vor allem aber für die soziale Infrastruktur Berlins. Darauf ist ja nun genug verwiesen worden und da kann ich mich meinem Vorredner Herrn Schulze nur anschließen. Dennoch will ich darauf verweisen, dass wir vor dem Hintergrund dieser Entwicklung mindestens die Reform der Schuldenbremse vorantreiben müssen. Aus unserer Ablehnung der Schuldenbremse hat die Linke nie einen Hehl gemacht und wir sind mit dieser Forderung nicht mehr allein, auch wenn der Rechnungshof hierzu dezidiert eine andere Position vertritt. Zu Rücklagen und Sondervermögen hat sich der Rechnungshof im zweiten Kapitel des Jahresberichts geäußert. Das will ich gar nicht vertiefen. Nur eines sei mir hierzu gestattet anzumerken. Auf die Rücklagen der Bezirke wird immer ganz sehnsüchtig geschielt. Aber ein sachgerechter und vor allem planbarer Umgang damit ist bis heute nicht. Bei den zahlreichen Prüfungsthemen des Rechnungshofes will ich zwei herausgreifen, die hier noch nicht tiefer diskutiert wurden. Die Kollegin Schaller hat zwar auf die Personalsituation verwiesen und auf die Hauptstadtzulage in dem Zusammenhang, aber ich glaube, wir müssen uns mit den vielen nicht besetzten Stellen dezidiert auseinandersetzen. In der letzten Wahlperiode ist es zwar zum Glück gelungen, den Personalabbau zu beenden und Aufgaben und bedarfsgerecht die Stellenanzahl weiter zu erhöhen. Leider ist es nicht in gleichem Maße gelungen, die Stellen auch zu besetzen. Der Fakt, dass über viele Jahre kaum neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt wurden, hat eine deutliche Überalterung unseres Personals zur Folge. Das führt dazu, dass in den nächsten Jahren überproportional Menschen in den Ruhestand gehen. Gleichzeitig gibt es mehr und veränderte Aufgaben und Aufgabenbereiche, die zusätzliches Personal brauchen. Hinzu kommen Rahmenbedingungen wie der andauernde Ukraine-Krieg, die zunehmend schwierigere wirtschaftliche Situation, Preissteigerung und Inflation und der sich immer mehr zuspitzende Fachkräftemangel, der sich zunehmend verschärfen wird, da perspektivisch immer weniger junge Menschen in die Ausbildung und in das Studium nachkommen. Das erhöht die Konkurrenz einerseits und braucht deshalb andererseits Konzepte und vor allem auch Visionen, die den Arbeitgeberland Berlin attraktiver machen. Die Hauptstadtzulage, ob das das richtige Mittel ist, bleibt zu diskutieren. Stellenbesetzungsverfahren beispielsweise dauern immer noch viel zu lange. Zu Recht kritisiert der Rechnungshof, dass bislang vor allem Fluktuationsprognosen die Basis der Personalbedarfskonzepte beziehungsweise des Personalaufbaukonzepts waren anerkannte Methoden der Personalbedarfsermittlung wurden seit rund 25 Jahren im Land Berlin nur selten angewendet. Auch die Richtlinien der Regierungspolitik vom Mai 2023 nennen das Ziel, die Zahl der unbesetzten Stellen deutlich zu reduzieren. Mit dem Doppelhaushalt 2024-2025 wollten sie geeignete Maßnahmen erreichen. Insbesondere in den Bezirksverwaltungen ist es in den letzten drei Jahren in hohem Maße nicht gelungen, die vorhandenen Stellen und Beschäftigungspositionen zu besetzen. Das betrifft auch und vor allem sensible Bereiche in den planenden und bauenden Bereichen, im Sozialamt, den Jugendämtern und im öffentlichen Gesundheitsdienst. Hier erwarten wir, dass sich die entsprechenden Hauptverwaltungen aus ihrer steuernden Verantwortung nicht herausziehen und gemeinsam mit den Bezirken die Anstrengungen verstärken, diese Stellen, die für wichtige Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort ja auch dringend gebraucht werden, zügig zu besetzen. Ihre Antwort im Haushaltsgesetz war die entsprechende Änderung des Paragrafen 11 Absatz 3, mit der sie den Bezirken den Weg versperren wollen, nicht verausgabte Personalmittel zur Untersetzung der PMA heranzuziehen. Das verkennt die Realität in doppeltem Sinne. Zum einen wollen die Bezirke die Stellen besetzen, sind aber bei der Personalakquise der stärksten Konkurrenz zu Hauptverwaltungen, Bundesbehörden und freier Wirtschaft ausgesetzt. Und zum anderen deutet sich auch für die Hauptverwaltungen eine ähnliche Entwicklung an, wie der Rechnungshof in seiner Analyse festgestellt hat. Wenn Sie, verehrte Damen und Herren der Koalition, dann auch dieses Geld perspektivisch aus dem System nehmen wollen, wird uns das nicht einen Millimeter näher zu der von Ihnen propagierten Funktionierenden stattbringen. Im Gegenteil. Statt dann Stellen zu streichen, braucht es neben gemeinsamen Vorgehen von Hauptverwaltung und Bezirken ein verstärktes Controlling, welche Maßnahmen ergriffen wurden, um die offenen Stellen tatsächlich auch zu besetzen. Unabhängig davon, die Berliner Verwaltung steht vor großen personellen Umbrüchen. Ich hatte darauf verwiesen, die Zahl der Beschäftigten steigt kontinuierlich an. Gleichzeitig scheiden in den nächsten sechs Jahren knapp 40.000 Beschäftigte altersbedingt aus. 40.000. Mit diesen Kolleginnen und Kollegen scheidet auch jahrelang erworbenes Wissen aus. Umso dringender ist es, den Wissenstransfer landesweit strukturiert zu sichern und voranzubringen. Bisher ist es leider nicht gelungen, die dafür zur Verfügung stehenden Mittel jährlich circa 11 Millionen Euro auszuschöpfen oder nachweislich wirkungsvoll umzusetzen. Der Rechnungshof hat in seiner Prüfung verschiedene Maßnahmen des Wissenstransfers untersucht. Stellen Doppelbesetzungen, Senior Coachings, Schulungen für Wissensmanagerinnen oder IT-gestützte Maßnahmen. Und auch wenn in der geprüften Zeit mehr als 2.800 Maßnahmen des Wissensmanagements von den Dienststellen der Berliner Verwaltung umgesetzt wurden, sind die Mittel zu keiner Zeit ausgeschöpft worden und es wurden auch regelmäßig mehr Maßnahmen bewilligt als schlussendlich umgesetzt. Aber auch hier gilt, die Gelder dürfen gerade in diesem Bereich nicht gekürzt werden. Die mit Wissensmanagement verbundenen Aufgaben sind vor dem Hintergrund der gegenwärtigen gesellschaftlichen Bedingungen essentiell. Deshalb braucht es aus unserer Sicht auch hier vor allem zwei Dinge. Zum einen muss die für Personal zuständige Senatsverwaltung für Finanzen strategische Ziele sowie quantitative und qualitative Kennzahlen und Zielwerte definieren. Welche Ziele sollen mit dem Wissenstransfer erreicht werden und wie wollen wir deren Erreichung auch messen? Und erst dann lässt sich ein entsprechendes Wirkungs- und Zielerreichungskontrolling aufbauen. Sie sehen, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Herausforderungen werden nicht weniger und wir sind zu konstruktiver Mitarbeit bereit. Das haben wir auch mehrfach bewiesen und nun freue ich mich auf die Debatten in den Ausschüssen, hoffe auf gute Schlussfolgerungen und mit dem dicken Papier der Senatsstellungnahme, das uns gestern Abend erreichte, werden wir uns dann auch gebührend auseinandersetzen können. So schnell bin ich dann im Lesen doch wieder nicht. Vielen Dank. Vielen Dank. Und für die AfD-Fraktion spricht nun die Abgeordnete Dr. Bringer. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Klingen. Als erstes gilt Ihnen, Frau Klingen und Ihrem gesamten Team im Landesrechnungshof unser Dank für Ihre wirklich unermüdliche und sehr gute Arbeit und den vorliegenden Bericht. Der Rechnungshof ist ein notwendiger und wichtiger Mahner im Umgang mit öffentlichen Geldern. Es freut mich besonders, dass aktuell immer mehr Mitarbeiter des Rechnungshofes immer tiefer in Einzelprüfungen der Verwaltung regelrecht eintauchen und mal den einen kleinen, aber auch durchaus den einen oder anderen großen Fisch rausfischen. Dafür herzlichen Dank für Ihre Arbeit. Meine Damen und Herren, die Finanzen Berlins sind eine Fundgrube bürokratischer Kuriositäten, unerwarteter Problemlagen und finanzieller Mangelverwaltung. Dabei muss das so nicht sein. Der Rechnungshof gewährt uns in seinen jährlichen Berichten einen sehr umfangreichen Überblick über die aktuelle Finanzlage Berlins und die ist bekanntlich, wie wir das heute auch von Frau Klingendreck gehört haben, wenig rosig. Umso erhellender sind die klar formulierten Erwartungen des Rechnungshofes an den Senat. Diese Erwartungen spiegeln letztlich auch unsere Forderungen der vergangenen Jahre wieder. Der Rechnungshof will eine Reduzierung der Verschuldung Berlins und der Verschuldung der Landesunternehmen. Und genau das wollen wir auch, meine Damen und Herren. Warum ist das so wichtig? Es ist für all diejenigen wichtig, die so gern von Generationengerechtigkeit sprechen. Generationengerecht bedeutet, dass zukünftige Generationen selbst entscheiden können, wofür sie das Geld ausgeben wollen. So wie dieser Senat mit dem Geld umgeht, werden zukünftige Generationen keinen finanziellen Handlungsspielraum mehr haben. Warum? Die extrem hohe Schuldenlast Berlins heute führt zwangsläufig zu extrem hohen Zinszahlungen. Wenn wir nicht heute beginnen, diesen hohen Schuldenstand abzubauen, wird der Handlungsspielraum in Zukunft noch mehr eingeengt sein, als er das heute schon ist. Und wir haben nicht nur die Schulden des Kernhaushalts auf der Uhr, sondern auch die steigenden Pensionsverpflichtungen und die Schulden der landeseigenen Unternehmen. Also drei relevante Säulen der Verschuldung. Wenn man diese Schulden und Lasten addiert, dann landen wir bei den bekannten Schulden, es gibt ja auch noch viele, die wir noch gar nicht so genau wissen, bei sage und schreibe überschläge ich 156 Milliarden Euro. Und da ist der Investitionsstau des Landes Berlin noch nicht mal eingerechnet. Und damit sind wir beim nächsten wichtigen Thema. Seit wir 2016 in unserer ersten Legislatur hier im Abgeordnetenhaus uns mit den Finanzen des Landes Berlin befasst haben, ist uns eines immer wieder aufgefallen. Kein amtierender Senat konnte uns eine Antwort auf die Frage geben, wie hoch der Investitionsstau des Landes Berlin tatsächlich ist. Wir hören stattdessen immer wieder Hiobsbotschaften über gesperrte Brücken, vernagelte Fenster in Polizeigebäuden, verschimmelte Klassenzimmer und so weiter. Und deshalb bin ich dem Rechnungshof ausdrücklich dankbar, dass er in seinem Bericht genau dieses Thema aufgegriffen hat. Der Senat muss und endlich den Sanierungsstau des Landes Berlin vollständig erfassen und einen Abbauweg aufzeigen. Das fordert der Berliner Rechnungshof und das fordern wir auch. Die Themen Sanierung und Investitionen sind aber noch viel weitgehender. Das geplante Berliner Klimasondervermögen respektive Sonderschulden in Höhe von 10 Milliarden Euro ist Gott sei Dank Geschichte dank des Urteils des Bundesverfassungsgerichts. Wenn aber jetzt der regierende Bürgermeister oder auch der Finanzsenator erzählen, dass man sich kreative Finanzierungslösungen ausdenken will, dann sollten die Berliner hellhörig werden. Denn das ist in höchstem Maße gefährlich für die Zukunftsfähigkeit Berlins und auch für die Tragfähigkeit zukünftiger Landeshaushalte. Meine Damen und Herren, bestes Beispiel dafür ist der vom Senat gefeierte Ankauf des Fernwärmenetzes von Vattenfall. Berlin muss die Ankaufskosten von 1,4 Milliarden Euro per Schulden finanzieren. Als Kredithebe dient eine GmbH, die wird mit Eigenkapital ausgestattet und vorzugsweise von der IBB, einer landeseigenen Bank, finanziert. Alles wohlgemerkt landeseigene Unternehmen, für die am Ende der Steuerzahler haftet. Und wenn der Senat dann noch sagt, er möchte im zweistelligen Milliardenbereich das Fernwärmenetz sanieren und ausbauen und mindestens die Hälfte der Kosten sollen aus dem laufenden Geschäft finanziert werden, dann frage ich mich, ist das ernsthaft durchdacht und kalkuliert oder geht es wieder nur um Ideologie unter dem Dogma Klimakatastrophe? Denn am Ende muss sowohl der Nutzer von Fernwärmen die Rechnung bezahlen und im Zweifel auch der Steuerzahler, der für solche Konstruktionen haftet. Und schon jetzt wissen wir, zahlen Mieter landeseigene Unternehmen abenteuerlich hohe Fernwärmekosten. Viele können ihre Rechnung nicht begleichen, sind verzweifelt. Wie wollen Sie mit solchen Konstruktionen denn sicherstellen, dass sich dieser Wahnsinn nicht fortführt, meine Damen und Herren? Und noch eines, die landeseigenen Unternehmen dürfen nicht als Schuldesel missbraucht werden, nur weil der Senat nicht in der Lage ist, einen auskömmlichen Haushalt aufzustellen. Die landeseigenen Unternehmen müssen wirtschaftlich arbeiten und erfolgreich sein dürfen und dürfen nicht durch den Senat geknebelt werden und zu Schattenhaushalten mutieren. Stattdessen sollte in der aktuell wirtschaftlich schwierigen Lage dafür gesorgt werden, dass die landeseigenen auch Schulden abbauen können. Nur dann sind sie für die Zukunft gut gerüstet und auch generationengerecht. Und auch hier bin ich dem Rechnungshof dankbar für die klaren Worte und Zeilen im Bericht. Kommen wir zum nächsten Thema Stellenbesetzung. Wir alle kennen die teils prekäre personelle Situation in Verwaltungen und die bevorstehende Pensionierungswelle der Babyboomer. Kein Senat, kein Unternehmen, keine Partei, keine Fraktion kann neue Mitarbeiter backen. Wenn ich das weiß, muss ich rechtzeitig richtige Weichen stellen. Wir brauchen also zwingend die Optimierung von internen Prozessen, eine Überprüfung, ob vorhandene Stellen nicht zusammengelegt, Arbeitsprozesse effizienter gestaltet werden können und so weiter und so fort. Auch hierzu macht der Rechnungshof sehr kluge Vorschläge, die zwingend aufgegriffen werden sollten. Und kommen wir nun stichprobenhaft zu einigen vom Rechnungshof geprüften Fällen, die es sich lohnt zu erwähnen. Ein Prüfungsbereich trägt den Titel, ich zitiere, ein Kesselbuntes, die Berliner Vergabeorganisation braucht einen Neustart. Dahinter verbirgt sich ein vor fünf Jahren beschlossenes Verfahren, öffentliche, extrem komplizierte Vergabeverfahren einheitlicher zu koordinieren. Das ist seit 2018 bis heute nicht umgesetzt worden, weil sich keiner im Senat so richtig zuständig fühlte. Nun will die Senatskanzlei mit Kai Wegner die Federführung übernehmen und aus dem Kesselbuntes ein Feinschmeckermenü kredenzen. Meine Damen und Herren, ob das wirklich klappt? Ich erinnere nur an das Wegner Versprechen. Bis Ende 2023 soll jeder Bürger innerhalb von 14 Tagen einen Bürgeramtstermin bekommen. Wir haben jetzt März 2024 und das Ding funktioniert immer noch nicht. Ein weiteres Thema. Die Wohnraumversorgung Berlin-Anstalt öffentlichen Recht. Seit ihrer Gründung haben wir uns dagegen ausgesprochen und fordern seit 2018 hier auch im Parlament die Auflösung. Und genau das empfiehlt jetzt auch der Rechnungshof. Es fallen im Bericht Begriffe wie unsystematisch, unnötig gravierende und andauernde Defizite. Das spricht für sich. Alles in allem hat sich die Wohnraumversorgung als das erwiesen, was jemand mit ökonomischem Sachverstand von Anfang an sehen konnte. Ein klassischer Fall von Steuergeldverschwendung, meine Damen und Herren. Und als drittes Beispiel, ja, last but not least, der RBB, der per Zwangsgebühr von jedem Bürger finanziert wird. Die Beanstandungen des Rechnungshofes sind derart umfassend, wie ich es bisher in keinem vorliegenden, vorherigen Bericht gelesen habe. Unzureichende Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, Defizite bei Stadtüberschüsse trotz üppiger Gelder, unzureichende Kontrollmechanismen, keine ausreichende Transparenz, deutlich überhöhte Gehälter, keine Bestenauslese und so weiter und so weiter. Eine Liste von Verschwendung und Vetternwirtschaft. Wir müssen hier den Verantwortlichen strenger auf die Finger schauen. Jeder, der mit Gebühren und Steuergeldern hantiert, hat sorgsam und wie ein ehrbarer Kaufmann mit diesen Geldern umzugehen, nicht mehr und auch nicht weniger, meine Damen und Herren. Am Ende geht es uns vor allem darum, erstens keine neue Schuldenorgie loszutreten, zweitens die Schuldenbremse als probates Mittel anzuerkennen und den Staat nicht noch mehr zur Beute politischer Entscheidungsträger werden zu lassen, drittens die landeseigenen Unternehmen nicht in eine Schuldenfalle zu treiben, viertens Klarheit über den Investitionenstau Berlin zu bekommen, fünftens Personal im öffentlichen Dienst deutlich effizienter einzusetzen, sechstens Steuergeldverschwendung in dem Maße nicht mehr zuzulassen. Meine Damen und Herren, der Rechnungshofbericht zeigt eindrücklich, dass Berlin viel Potenzial hat, wenn Missstände beseitigt werden und Berlin sich endlich auf die wirklich relevanten Themen konzentriert. Berlin braucht dafür eine Regierung, die willens und in der Lage ist, sich auf die wesentlichen Aufgaben zu konzentrieren. Ob das mit dieser Regierung gelingt, wage ich zu bezweifeln. Trotz allem danke ich dem Rechnungshof nochmals für die klaren Analysen und Worte in seinem Bericht. Die Experten haben der Haushaltspolitik dieses Senats ein klares Zeugnis ausgestellt. Und zum Ende meiner Rede gratuliere ich noch mal im Namen meiner Fraktion Frau Klingen, der Präsidentin, herzlich zum Geburtstag und wünsche Ihnen heute noch einen angenehmen und schönen Tag und sind zum Feiern. Danke. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Der Jahresbericht 2023 des Rechnungshofs von Berlin wurde vorgelegt und besprochen. Eine Überweisung an den Hauptausschuss ist bereits erfolgt. Zu der Vorlage zur Kenntnisnahme, Drucksache 191541, wird ebenfalls eine Überweisung an den Hauptausschuss vorgeschlagen. Widerspruch höre ich nicht, dann verfahren wir so. Dann darf ich Ihnen, sehr geehrte Frau Klingen und Ihren MitarbeiterInnen abschließend im Namen des Hauses herzlich für Ihre geleistete Arbeit danken. Vielen Dank. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 4. Das sind die Prioritäten. Ich rufe auf die laufende Nummer 4.1. Das ist die Priorität der Fraktion der CDU mit dem Tagesordnungspunkt 41, Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der SPD, Drucksache 191520. Rechtssicherheit auch für ambulante Pflegedienste. Erstattung erbrachter Leistungen im Falle der Rechtsnachfolge. In der Beratung beginnt die Fraktion der CDU. Bitte schön, Herr Zander, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Wir wollen mit diesem Antrag Verbesserungen für Menschen erreichen, die pflegebedürftig sind, aber nicht über ausreichend Geld verfügen, um die Kosten für die Pflege aus eigenen Mitteln vollständig oder überhaupt bestreiten zu können. Zugleich wollen wir damit aber auch Verbesserungen, insbesondere für Pflegedienste, aber auch für stationäre Pflegeeinrichtungen erreichen. Der Hintergrund ist, dass einerseits das Verfahren für die Bewilligung von Hilfen zur Pflege ein leider sehr langwieriger Prozess ist und andererseits auch, dass Pflegedienste und Pflegeeinrichtungen, also der ambulante und der stationäre Sektor, rechtlich unterschiedlich behandelt werden. Hier geht es um den Paragrafen 19 im SGB XII. Er enthält eine Legalzession, wie es so schön heißt, für Pflegeeinrichtungen. Das bedeutet, dass es für Pflegeeinrichtungen eine Rechtsgrundlage dafür gibt, dass per Gesetz der Anspruch auf Zahlung der Hilfen zur Pflege direkt auf die Pflegeeinrichtung übergeht, wenn die oder der zu Pflegende vor der endgültigen Bescheidung des Antrags verstorben ist. Für Pflegedienste sieht die Rechtslage deutlich ungünstiger aus und die Ansprüche sind in der Praxis nur schwer durchsetzbar. Oftmals ist es daher hier so, dass die Pflegedienste zwar wochen- oder monatelang Pflegeleistungen erbracht haben, dann am Ende aber keine Vergütung erhalten, wenn der Anspruchsberechtigte zu Pflegende vor der Bescheidung verstorben ist. Ich will mich nicht damit abfinden, dass in der Konsequenz nachher die Frage steht, ob der ambulante Pflegedienst in Vorleistung geht, obwohl droht, dass die Pflegeleistung nicht vergütet wird, oder aber ob sie Kundinnen und Kunden erst dann versorgen, wenn sie die Kostenübernahme erhalten werden. Wir brauchen Rechtssicherheit, auch für ambulante Pflegedienste. Es gibt keinen Grund, länger in einer unterschiedlichen Behandlung festzuhalten, meine Damen und Herren. Denn diese Situation stellt für die Pflegedienste ein zunehmend nicht zu unterschätzendes wirtschaftliches Problem dar und für die Pflegebedürftigen selbst eine weitere Einbuße an Lebensqualität. Beide Situationen sind nicht hinnehmbar. Unser Ziel ist, dass alle Menschen dann, wenn sie pflegerisch versorgt werden müssen, diese Leistungen auch erhalten und ohne sich zusätzlich damit noch mal belasten zu müssen, ob und wann ihnen geholfen werden kann, nur weil wir keine optimale Rechtslage haben und weil die Anspruchsberechtigten viel zu lange auf die Antragsbearbeitung durch die Ämter warten. Ich möchte dabei ausdrücklich betonen, die lange Antragsbearbeitung ist natürlich kein böser Wille, sondern sowohl der hohen Arbeitsbelastung, einer teilweise zu dünnen Personaldecke, als auch der zu großen Komplexität des Verfahrens geschuldet, ebenso aber auch der nicht mehr zeitgemäßen Behördentechnik. Gleichwohl stehen wir in der Verantwortung für die Menschen, insbesondere dann, wenn sie sich in so schwierigen Lebensumständen befinden und auf staatliche Unterstützung angewiesen sind. Dann kann es nicht sein, dass sie ausgerechnet nur darunter leiden beziehungsweise nur deshalb Nachteile erleiden, weil staatliche Stellen nicht in der Lage sind, in angemessener Zeit zu handeln. Ich möchte mich an dieser Stelle aber auch ausdrücklich bei den Mitarbeitenden in den Bezirksämtern bedanken, die trotzdem eine sehr gute Arbeit bei den widrigen Bedingungen leisten, die allen Teilen anzutreffen ist. Die lange Bearbeitungsdauer betrifft nun aber nicht nur die ambulanten Pflegedienste, sondern auch Pflegeeinrichtungen. Denn sie nehmen Bewohnerinnen und Bewohner auf und müssen dann vier Monate, sechs Monate, acht Monate und es gab auch schon Extremfälle von deutlich über einem Jahr auf die Kostenübernahme durch die Bezirksämter warten. Dadurch fallen je Einwohner Außenstände von vielen Tausend Euro an, was durch die immer schwierigere wirtschaftliche Lage auch im Pflegebereich von den Einrichtungen immer schwieriger zu kompensieren ist. Dieses Problem besteht schon seit vielen Jahren, wird nun aber immer drängender und muss endlich gelöst werden. Daher zielt der Antrag von CDU und SPD auf Folgendes ab. Erstens, wir wollen über eine Bundesratsinitiative eine Änderung von § 19 Absatz 6 des SGB XII erreichen und damit eine Gleichstellung von ambulanter und stationärer Pflege. Mir scheint die Zeit dafür günstig zu sein. Es gibt Signale, dass man auf Bundesebene offenbar inzwischen ein wenig aufgeschlossener für eine Gesetzesänderung ist. Zweitens, wissen wir natürlich, dass dies nicht von heute auf morgen geschehen wird. Wir wollen aber schneller handeln und schneller helfen und wir sehen deshalb als Möglichkeit einer kurzfristigen Abhilfe vor, dass das Land Berlin im Vorgriff auf diese Neuregelung den § 19 Absatz 6 schon jetzt analog auf ambulante Pflegedienste anwendet. Und letztlich, um zu vermeiden, dass es immer größere Außenstände gibt, sollen die Ämter verpflichtet werden, wenigstens Abschlagszahlungen zu leisten, wenn sie nicht innerhalb von drei Monaten den Antrag beschieden haben. Aus meiner Sicht ist dieser Vorschlag auch geeignet, gut gemeinten Druck dahingehend aufzubauen, dass wir das Verwaltungsverfahren effektiver gestalten. Denn wir sollten die Frage, innerhalb welcher Zeit die Dauer eines Verwaltungsverfahrens noch angemessen ist, nicht danach beurteilen, wie sich die aktuellen personellen und technischen Ressourcen und Möglichkeiten der Verwaltung darstellen, sondern danach, was die Bedürfnisse der Antragstellerinnen und Antragsteller sind und wie dringend sie Unterstützung benötigen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Und für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat die Kollegin Gebel das Wort. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Präsidentin, während meiner Pflegetour durch Berlin bin ich wiederholt auf ein besorgniserregendes Thema aufmerksam gemacht worden. Menschen, deren Pflegeversicherung nicht ausreicht, um alle Kosten im Pflegefall zu decken. Diese Menschen sehen sich mit der Bedrohung der Pflegearmut konfrontiert, was dazu führt, dass sie nicht in der Lage sind, ihren wohlverdienten Lebensamt in Würde zu verbringen. Ich finde, das darf nicht sein. Es ist unsere Aufgabe als Politik, dafür zu sorgen, dass Pflegearmut in Berlin keinen Platz hat. Das muss ein soziales Versprechen sein, das unsere Stadt gibt. Und deshalb habe ich mich gefreut, liebe Koalition, dass Sie das Thema grundsätzlich aufgreifen. Denn bei der Hilfe zur Pflege, die in den Bezirken ausgegeben wird, also die dann versucht, das Versprechen umzusetzen, da läuft einiges schief. Ich habe gerade eine ganz, ganz frische Anfrage, die wird erst morgen veröffentlicht, an den Senat gestellt zu diesem Thema. Und ich habe erfahren, dass es mindestens 120 Menschen im Jahr 2023 gibt, die verstorben sind, bevor ihr Antrag auf Hilfe zur Pflege im ambulanten Bereich bewilligt wurde. Das sind 120 Familien, die jetzt neben der Trauer um den Verlust eines geliebten Familienmitglieds auch mit der Frage konfrontiert sind, wie sie die offenen Rechnungen des ambulanten Pflegedienstes begleichen sollen. Oder vielleicht sogar ohne jegliche Unterstützung durch einen ambulanten Pflegedienst auskommen mussten, weil die Rechnungsfrage eben nicht geklärt war. Beides ist mir berichtet worden. Und beides, finde ich, darf nicht sein, wenn Berlin ein Pflegeversprechen abgibt. Und ja, der gesetzliche Rahmen für die Pflegefrage, der wird vom Bund gesetzt. Das stimmt. Und ich finde auch, es ist überhaupt nicht verständlich, dass stationäre Einrichtungen eine Kostenunahme ihrer Leistungen erhalten, nach dem SGB, während ambulante Pflegedienste nicht gleich behandelt werden. Pflege ist Pflege. Jeder Mensch muss hier Unterstützung halten. Ich glaube aber, und das müssen wir im Ausschuss beraten, der Teufel steckt ein bisschen im Detail. Und da gucken Sie, glaube ich, nicht so genau hin, aber das beraten wir dann im Ausschuss, nämlich in den unterschiedlich festgesetzten Sätzen für jeden Pflegegrad in der ambulanten Pflege und den damit verbundenen individuellen Prüfungen. Aber ich bin mal gespannt, wie Sie das dann konkret umsetzen wollen, damit das dann nicht eine scheinbar einfache Lösung ist, die am Ende aber dann in den Bezirken zu noch mehr Chaos führt, weil es total schwierig zu operationalisieren ist. Aber da würde ich sagen, reden wir im Ausschuss drüber. Aber, liebe Koalition, das eigentliche Problem, was wir hier haben, das bleibt ungelöst. In den Bezirken sind Bearbeitungszeiten von sechs Wochen für Anträge auf Hilfe zur Pflege die absolute Ausnahme. In der Regel dauert die Bearbeitung eines Falls eher vier bis sechs Monate. Und im schlimmsten Fall dauert das sogar mehr als ein Jahr. Wenn die Bezirke Anträge schneller bearbeiten würden, dann würden weder Familien noch ambulante Pflegedienste auf den Kosten sitzen bleiben. Und diese Stellschraube, die können Sie im Land durchaus drehen. Das soziale Pflegeversprechen, das hängt am Dünnfaden einer funktionierenden Verwaltung. Also schauen Sie lieber auf Berlin als auf den Bund. Herr Wegner hat ja das Versprechen einer funktionierenden Verwaltung abgegeben. Und das gilt auch hier. Die Pflegekasse beispielsweise, die muss nach 25 Arbeitstagen den Pflegegrad benennen. Wie kann es denn sein, dass ein Bezirk zum Teil zehnmal so lange braucht? Frau Tschiborra, setzen Sie den Bezirken das Ziel, die Anträge analog zur Pflegekasse nach 25 Arbeitstagen, also fünf Wochen, zu bescheiden. Sorgen Sie gemeinsam mit Frau Kisseltepe und Herrn Evers dafür, dass in den Bezirken genug Personal in den Sozialämtern ist. Dass die Bezirke sich vielleicht auch mal gegenseitig unterstützen und ein bestimmtes Antragsvolumen abarbeiten, damit es schneller geht. Setzen Sie die digitale Antragstellung endlich um. Machen Sie die Berliner Hausaufgaben. Denn so machen Sie was gegen Pflegearmut und helfen auch den ambulanten Pflegediensten und lösen das soziale Pflegeversprechen ein. Vielen Dank. Vielen Dank. Und für die SPD-Fraktion spricht nun der Kollege Düsterhöft. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Durch meinen Zivildienst habe ich 2001 den Weg in die ambulante Pflege gefunden. Ich fuhr damals mit einem kleinen Auto, ich habe nicht wirklich reingepasst in das Auto, es war wirklich sehr, sehr klein, über die Dörfer rund um Bischofswerda in Sachsen. Ich wusch die Patientinnen und Patienten, putzte, kaufte ein und gab die Medikamente. Nach dem Zivildienst arbeitete ich bis 2007 bei einem ambulanten Pflegedienst in Adlershof. Und auch heute bin ich noch der Pflege eng verbunden und arbeite wenige Stunden für ein Pflegeunternehmen. Ich weiß also, was es heißt, am Pflegebett zu stehen. Ich weiß, wie es ist, in einen fremden Haushalt zu gehen und in die Intimsphäre meines Gegenübers eindringen zu müssen. Damals nahm jeder Pflegedienst fast jede Anfrage an. Es gab genügend günstiges Personal und es gab eine extrem starke Konkurrenz zwischen den Anbietern. War ein Kunde, war eine Kundin unzufrieden, konnte er beziehungsweise sie schnell zu einem anderen Anbieter wechseln. Viele Pflegefachkräfte haben sich damals selbstständig gemacht und immer neue Anbieterinnen und Anbieter kamen auf den Markt. Kundinnen und Kunden, die Leistungen vom Sozialamt erhielten, wurden genauso gern genommen wie die Besitzerinnen und Besitzer eines Einfamilienhauses bei mir in Grünau. Dieses Bild hat sich komplett gewandelt. Die ambulante Pflege funktioniert heute in fast jeder Hinsicht genau andersherum. Es gibt zu wenig Personal, die Löhne sind gut bis sehr gut, die Anbieter werden immer weniger weil der Personalmangel die Unternehmen zur Geschäftsaufgabe zwingt und die Zahl der potenziellen Kundinnen und Kunden ist riesig. Gestern habe ich mit meiner damaligen Chefin telefoniert und mich über unser heutiges Thema ausgetauscht und sie brachte es ganz einfach auf den Punkt. Anfragen von Menschen, die Hilfe zur Pflege beantragen müssen, werden grundsätzlich abgelehnt. Ganz einfach. Sie werden abgelehnt. Und das tut meine damalige Chefin nicht, weil sie ein böser Mensch ist. Ganz im Gegenteil, sie liebt ihren Beruf, sie liebt ihre Kundinnen und Kunden, sie liebt und lebt Pflege, aber sie macht es, weil diese Kundinnen und Kunden unberechenbar sind für ein Unternehmen, das sowieso schon zusehen muss, dass es genügend Gewinne erwirtschaftet. Weil die Löhne hoch sind, weil die Mieten gestiegen sind und das Personal lieber leichtere Fälle abarbeitet, als sich mit komplizierten Pflegesachverhalten auseinandersetzen zu müssen. So geht es wohl fast allen ambulanten Pflegediensten. Sie sind einfach nicht darauf angewiesen, Kundinnen und Kunden zu nehmen, die auf Hilfe zur Pflege angewiesen sind. Und die ambulanten Pflegedienste haben auch keine Lust darauf zu warten, dass die überlasteten Sozialämter die Bescheide erstellen, ohne die kein einziger Cent fließt. Und die Unternehmen haben keinen finanziellen Spielraum, um das wirtschaftliche Risiko, was damit verbunden ist, zu tragen. Das Ergebnis ist, dass wir eine Zweiklassen ambulante Pflege haben. Wer Geld hat, wird versorgt. Wer kein Geld hat, wird nicht versorgt und wird stattdessen auf die stationäre Versorgung verwiesen, wo es ja genau diese gesetzliche Regelung gibt, die wir auch bei der ambulanten Pflege haben wollen. Das Ergebnis ist, die Selbstbestimmung, das Recht darüber zu entscheiden, ob ich zu Hause gepflegt werden möchte, ob ich meine letzten Monate, Tage zu Hause verbringen darf, wo ich sterbe. Das alles wird mir genommen. Und ich werde dazu gezwungen, ein sehr teures Pflegeheim zu gehen oder durch meine Angehörigen irgendwie gepflegt zu werden. Die Hilfe bleibt aus. Diese Zweiklassen Pflege lehnen wir ab. Kein Mensch darf darunter leiden, dass unsere Sozialämter unter einem massiven Personalmangel leiden und viel zu lange brauchen, um die nötigen Bescheide auszustellen. Unser Antrag macht deutlich, wo die Lösungen dieses Problems liegen. Der Bundestag muss eine entsprechende Gesetzesänderung auf den Weg bringen und dafür sorgen, dass auch nach dem Ableben der Kundin die erbrachte Leistung vergütet wird. Doch wissen wir alle, wie lange eine Bundesratsinitiative dauert und wir können uns nicht darauf verlassen, dass diese auch Erfolg hat. Deswegen können wir nicht länger warten und das Land Berlin muss auch nicht warten, bis der Bund das Gesetz geändert hat. Die Bezirke und das Land können vorangehen und einfach handeln, so wie es beispielsweise Hamburg tut. Wir fordern daher die Sozialverwaltung auf, nicht die Sozialverwaltung, Entschuldigung, die Senatsverwaltung, auf, dafür Sorge zu tragen, dass die Sozialämter entgegen der derzeit geltenden Rechtsprechung die Leistungen anerkennen und auch nach Ableben des Antragstellers der Antragstellerin die kostenfreiwillig erstattet werden. Und wir fordern, dass der Senat dafür sorgt, dass die ambulanten Pflegedienste bei Bedarf auch Abschlagszahlungen erhalten können, sodass man nicht warten muss, bis ein Bescheid endlich da ist. Also Sie sehen klare Forderungen, die dazu führen, würden, dass ambulante Pflegedienste ohne Probleme, ohne Risiko fürs Unternehmen auch wieder Kundinnen und Kunden annehmen könnten, die auf die Unterstützung der Solidargemeinschaft angewiesen sind. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Und für die Fraktion Die Linke spricht nun die Kollegin Breitenbach. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, meine VorrednerInnen haben jetzt schon die Situation beschrieben und die Probleme beschrieben. Auch wir finden, dass es abgesichert sein muss, dass alle Menschen die Pflege bekommen, die sie brauchen und dass diese Dienstleistung auch bezahlt werden muss, sowohl in der stationären als auch in der ambulanten Pflege. Das ist eine Voraussetzung, dass wir überhaupt gute Pflege haben. Die Probleme in Berlin, aber ich denke auch anderswo, wurden auch schon beschrieben. Und insofern kann ich auch in Richtung der Koalition sagen, wir finden Ihren Antrag okay. Okay, weil eine Gleichstellung von ambulanten und stationären Pflegen ist so und so immer richtig. Silke Gebel hat es eben schon gesagt, Pflege ist Pflege. Spannend finde ich Ihre Überlegung, diesen Vorgriff vorzunehmen, also schon jetzt, bevor es überhaupt eine bundesgesetzliche Änderung gibt, das Geld in die Hand zu nehmen und die Pflegeleistung zu bezahlen. Das würde nämlich auch bedeuten, dass das Land Berlin dann das entsprechende Geld aufbringen muss oder mit dem Bund eine Verständigung herbeiführt, dass das Land Berlin ohne gesetzliche Grundlage Bundesmittel schon mal ausgeben kann. Da gab es schon schlichte Erfahrungen, aber über diese kühne Forderung werden Sie uns sicherlich im Ausschuss noch mal aufklären. Und die Dreimonatsregelung, dass es denn eine Abschlagszahlung geben muss, die ist auch okay. Jetzt kommt das Arme. Was wir brauchen, sind Lösungen jetzt. Eine Bundesratsinitiative hat Lars Düsterhöf eben auch gesagt, die kann dauern und es ist auch unklar, ob sie so umgesetzt wird. Und wenn Sie mit den Bezirken oder mit den zuständigen Bezirksstadträtinnen reden, werden die Ihnen alle sagen, dass Sie eine riesen Bugwelle vor sich her schieben. Diese Bugwelle führt dazu, dass wenn es neue Kolleginnen gibt, wir haben ja eben schon mal die Zahl gehört, wie viele Stellen nicht besetzt sind und fehlen, wenn es denn mal neue Kolleginnen gibt, dann gucken die sich das eine Zeit lang an und gehen relativ schnell wieder weg, weil sie sagen, das halten sie nicht aus. Diejenigen, die schon länger bei der Hilfe zur Pflege arbeiten in den Bezirksämtern, die sind krank, die sind langzeiterkrankt und so ergibt sich eine ziemlich schlechte Spirale nach oben. Wenn man dieses Problem lösen möchte, und da gucke ich jetzt mal in Richtung Senatsverwaltung, vielleicht auch in Richtung der beiden Senatsverwaltungen, also sowohl Gesundheit als auch Soziales. Ich würde darum bitten, dass es Gespräche gibt mit den Bezirken, bei denen geklärt wird, welches Personal sie brauchen und dass dann alle Senatsverwaltungen gucken, welches Personal sie haben und was sie zeitlich befristet abordnen können. Ich glaube, dass es notwendig ist, denn nur so wird man diese Bugwelle wegkriegen und wenn man diese Bugwelle wegbekommen hat, dann können die Kolleginnen und Kollegen, die in den Bezirksämtern arbeiten, können wieder unter vernünftigen Arbeitsbedingungen ihre Arbeit verrichten und haben dann auch wieder die Chance, dass es neue Kolleginnen und Kollegen gibt und dann ist diese Bundesratsinitiative und die Punkte, die hier vorgeschlagen werden, dann ist die auch sinnvoll, aber die Probleme von hier und heute löst Ihre Bundesratsinitiative nicht, da muss man anderen Wege gehen. Vielen Dank. Vielen Dank und für die AfD-Fraktion spricht der Abgeordnete Ubelode. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitbürger, der Grund dieses Antrages findet sich in seiner Begründung und dieser Grund ist so unglaublich, ein solcher Offenbarungseid, dass es jeden Berliner nur noch sprachlos machen muss. Ich zitiere mit Erlaubnis der Präsidentin, die Bearbeitungszeit von Anträgen auf Hilfe zur Pflege zieht sich ob des Personalmangels bei den Sozialhilfeträgern in die Länge und dauert etwa sechs sage und schreibe im Durchschnitt sechs Monate. Es bestehen aber auch tatsächlich Einzelfälle, wir haben es schon gehört, in denen die Bearbeitung sogar bis zu 18 Monate dauert. Das ist willkommen in Berlin, genau. In dieser Zeit müssen die ambulanten Pflegebetriebe grundsätzlich mittelständische Wirtschaftsbetriebe, also teilweise in Vorleistung gehen, denn der zu pflegende Mensch ist jetzt pflegebedürftig und nicht erst in sechs oder mehr Monaten. Stirbt der akut pflegebedürftige Patient vor der Bewilligung, bleiben sie auf diesen anteiligen Kosten sitzen. Aus Verantwortung gegenüber ihren Patienten gehen die Pflegebetriebe damit in das wirtschaftliche Risiko, ein Risiko, das sich so nebenbei einige Mitglieder dieses Abgeordnetenhauses tatsächlich gar nicht vorstellen können, weil sie häufig seit Ende ihrer Schulzeit nur von Steuergeldern alimentiert werden. Ist es nicht bemerkenswert, dass die Regierungsfraktionen nicht auf die naheliegendste Lösung kommen, nämlich gemeinsam mit den Bezirksämtern die Sozialämter endlich so auszustatten, dass die Menschen und ambulanten Pflegebetriebe in dieser Stadt wieder den Nimbus des Bettlers verlieren, wenn sie Verwaltungsleistungen in Anspruch nehmen müssen. Aber anstatt den seit vielen Jahren auch von ihnen selbst zu verantwortenden Missstand zu beseitigen und endlich dafür Sorge zu tragen, dass die Leistungsfähigkeit der Berliner Verwaltung wiederhergestellt ist, wollen sie einfach mal eine Vorschrift ändern. Dafür braucht es ja keine Leistung, keine Entscheidung und die eigene Verantwortung des Senats und der ihn tragenden Fraktionen wird einfach mal eben auf den Bund geschoben. Bereits im von Antragstellern zitierten Urteil des Bundessozialgerichts wurde festgestellt, dass es zahlreiche Gründe für die Unterscheidung gibt. Dem höchsten deutschen Sozialgericht war bereits damals bewusst, dass jenseits der rechtspolitischen Begründungen für die derzeit geltende Regelung das Problem nicht im Regelungscharakter der Vorschrift, sondern im Verwaltungsversagen einzelner weniger Städte und Kommunen zu finden ist. Dessen ist sich bis heute auch der Gesetzgeber im Übrigen bewusst und hat bisher regelmäßig und zu Recht auf die Verantwortung der Kommunen verwiesen und darauf, dass es in den meisten Bundesländern kein Verwaltungsversagen dieses Ausmaßes wie hier beispielsweise in Berlin gäbe. Dementsprechend ist der Bundesgesetzgeber bisher natürlich auch nicht initiativ geworden. Sie wollen mit diesem Antrag eine Einzelverlösung umsetzen, um von der eigenen Verantwortung für die von Ihnen selbst aufgeführte Verwaltungsmisere abzulenken. Dass es sich glücklicherweise immer noch um Einzelfälle zu lasten der ambulanten Pflegebetriebe handelt, führen Sie im Übrigen ja selbst auf. Damit eines klar ist, für die AfD-Fraktion ist jeder Einzelfall zu lasten eines Patienten oder eines ambulanten Pflegebetriebes einer zu viel. Aber wegen der von Ihnen selbst aufgeführten vereinzelten Fälle ändert man kein Bundesgesetz, sondern man macht seine Hausaufgaben und sorgt für eine unternehmens- und bürgernahe Verwaltung, meine Damen und Herren. Und noch eins zum Abschluss. Auch ein Fingerzeig auf die Bezirke greift hier nicht. Denn trotz diverser Gestaltungsmöglichkeiten hängen diese immer noch am Tropf des Landes Berlin und anders als in den Flächenländern ist auch hier der Senat immer in der Mitverantwortung. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Vorgeschlagen wird die Überweisung des Antrags federführend an den Ausschuss für Bundes- und Europa-Angelegenheiten, Medien, sowie mitberatend an den Ausschuss für Gesundheit und Pflege. Widerspruch höre ich nicht, dann verfahren wir so. Ich rufe auf die laufende Nummer 4.2, das ist die Priorität der Fraktion der SPD mit dem Tagesordnungspunkt 38. Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der SPD Drucksache 19 14 92 Wasser als Ressource verstehen, Erweiterung des Auftrags der Berliner Wasserbetriebe. In der Beratung beginnt die Fraktion der SPD. Bitte schön, Herr Kollege Ströter, Sie haben das Wort. Liebe Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Kollegen und Kollegen, morgen ist Weltwassertag, zu dem die Vereinten Nationen seit 1992 aufrufen und wir versuchen heute mit unserem vorliegenden Antrag als Koalition mit weiteren Schritten Berlin für den Klimawandel stärken und klimaresilent neu aufzustellen. Dabei spielt die Wasserversorgung in Berlin eine entscheidende Rolle. Wir wollen nicht nur die Trinkwasserversorgung für die Zukunft auf hohem Qualitätsniveau weiter absichern, sondern auch einen insgesamt nachhaltigen Umgang mit der Ressource Wasser in Berlin sicherstellen. Wir brauchen hier ein grundlegendes Umdenken. Wir können nicht so weitermachen wie bisher, denn immer neue Wetterextreme verändern das Stadtklima so sehr. Wir merken das alle, dass wir von Starkregen Ereignissen, aber auch von langanhaltender starker Hitze betroffen sind. Hitze stellt eine Gefahr für Leib und Leben der Berliner und Berliner dar und ist auch für die Stadtnatur existenzgefährd. Hitzestress führt zu standunsicheren Bäumen und zu Baumsterben. Auch das können wir beobachten. Bäume, die dann gefällt werden müssen. Viele Berliner und Berliner sind zu Recht empört, dass wir immer mehr Bäume in der Stadt verlieren. Deshalb wollen wir umsteuern. Wir wollen einen Paradigmenwechsel bei der Wasserwirtschaft und führen in Berlin eine vollumfängliche Kreislauf Wasserwirtschaft ein, damit das Wasser Dargebot in Berlin nicht abnimmt, sondern naheitig erhalten bleiben. Der Klimawandel ist im vollen Gange und wir wollen konstruktiv und lebensbejahend damit umgehen. Mit der Erweiterung des Auftrags der Berliner Wasserbetriebe werden wir diese Herausforderung annehmen. Die Wasserbetriebe sind für ihre Wasserwirtschaft Kompetenz international anerkannt und beachtet. Deshalb habe ich keine Zweifel, dass die Berliner Wasserbetriebe in der Lage sind, eine vollumfängliche Kreislauf Wasserwirtschaft einzuführen und nachhaltig zu betreiben. In Berlin wird das Trinkwasser aus dem Grundwasser gewonnen. Deshalb ist es im ureigensten Interesse der Wasserbetriebe positiv, auf die Grundwasservorkommen einzuwirken. Rund 250 Millionen Kubikmeter geklärtes Wasser werden jedes Jahr von den Wasserbetrieben gereinigt in die Flüsse eingeleitet. Bisher gelangt leider nur ein kleiner Teil ins Grundwasser. Der überwiegende Teil verlässt Berlin über die Flüsse. Das wollen wir jetzt ändern. Wir wollen, künftig möglichst das gesamte gereinigte Wasser in der Stadt verbleibt. Das ist ein sehr ehrgeiziges Ziel. Diese 250 Millionen Kubikmeter Wasser brauchen wir zum Auffüllen der Grundwasserstände und für die Stadt Natur. Dieses Wasser soll im Metropolenraum zur Verfügung stehen und darf nicht über die Flüsse verschwinden. Das gereinigte Wasser soll dabei so eingesetzt werden, dass es sowohl der Stadt Natur bei starker Hitze hilft, als auch dazu beiträgt, die Berliner Grundwasservorkommen aufzufüllen. Durch eine vollumfängliche Kreislauf Wasserwirtschaft erhalten wir die grünen Lungen Berlins, verlangsamen damit die Überhitzung der Stadträume und verbessern so nachhaltig die Lebensqualität der Berliner und Berliner. Wir wollen die Umkehr in der Wasserwirtschaft auch für den Erhalt der Berliner Kleingewässer einsetzen und damit den Artenschutz in Berlin stärken. Damit setzen wir die Ziele der EU Wasserrahmen Richtlinie um und stellen sicher, dass wir bis zum Jahr 2024 alle Anstrengungen unternehmen, um Berliner Gewässer in einen guten Zustand zu bringen. Die Berliner Bäume, Parks und Grünflächen sind Berlins DNA, sind von unschätzbarem Wert und notwendigen Bedingungen für eine lebenswerte Stadt. Der Erhalt guter Lebensbedingungen für alle in der Stadt ist oberste Ziel unserer Klimaresilienz Agenda. Der Saat ist nun aufgefordert rasch zu prüfen, wie der Auftrag der Berliner Wasserbetriebe erweitert werden kann, damit wir die gesetzlichen Anpassungen schnell vollziehen können. Wir werden das Thema in den Ausschüssen entsprechend beraten und ich darf Sie nur auffordern, alle diesem Antrag zuzustimmen. Für die Lebensqualität unserer Stadt ist das Thema Wasser von existenzieller Bedeutung. Vielen Dank. Vielen Dank. Und für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht die Kollegin Gebel. Ja, vielen Dank Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Als ich im Koalitionsvertrag von SPD und CDU gelesen habe, dass der Plan besteht, dass man den Auftrag der Wasserbetriebe ich zitiere für ein vollumfängliches Wassermanagement in der Metropolregion erweitert, um neue Wege in der Stützung des Landschaftswasserhaushalts und beim Erhalt der Kleingewässer und des Stadtgrüns zu gehen, Berlin muss zur Schwammstadt werden, habe ich mir gedacht, das liest sich erst mal gut, finde ich super. Wir haben das Thema dann ja auch uns angeschaut im Unterausschuss Beteiligung, hat sich das dann schon wieder ein bisschen differenzierter angeschaut, weil der Teufel, der steckt auch hier im Detail. Und Sie haben jetzt hier einen Antrag vorgelegt, einen Prüfantrag, der schaut, ob man sozusagen die Wasserbetriebe damit beauftragt, ein stärkerer Dienstleisterakteur in dem Bereich Schwammstadt zu werden, aber Sie haben sich nicht getraut zu sagen, dass der Senat aufgefordert wird, Schritte in diese Richtung zu unternehmen. Sie haben sich nicht getraut zu sagen, wie das ganz genau funktionieren soll. Sollen die Wasserbetriebe einen Dienstleistungsvertrag bekommen und finanzieren Sie das dann aus Steuermitteln oder ändern Sie das Betriebegesetz? Sondern Sie bleiben da so ein bisschen im Wagen. Ich denke mir, das wird sicherlich noch in den Ausschüssen behandelt, aber ich glaube, dass das die ganz irrelevante Frage ist, denn alle, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben, die wissen, Regenwasseragentur, die wir als Rot-Rot-Grüne Koalition vor fünf Jahren eingerichtet haben, genau mit dem Ziel, dafür zu sorgen, dass Berlin zur Schwammstadt wird, dass Regenwasser zurückgehalten wird, dass der kostbare Regen nicht einfach irgendwo in der Kanalisation versickert und dann tatsächlich aus Berlin rausgeschwemmt wird, als wir das gemacht haben. Da hat sich einiges bewegt und die hat neulich ein Interview gegeben und die hat gesagt, wenn wir mit Akteuren in der Stadt verhandeln, um Zielkonflikte der Flächen, dann verliert fast immer das Regenwasser und ich finde, das ist ein großes Problem. Wenn Sie wollen, dass Berlin zur Schwammstadt wird, dann müssen Sie sich für das Regenwasser einsetzen und dann müssen Sie sich auch für Entsiegelung einsetzen. Aber ich finde es mutig, einen Antrag für die Schwammstadt und einen stärkeren ökologischen Auftrag der Wasserbetriebe zu schreiben und das Wort Entsiegelung noch nicht mal im Antrag zu haben. Dann würde ich gerne noch was zu den Kleingewässern sagen. Ich bin ja europapolitisch geprägt, deswegen habe ich mich immer sehr gefreut, als ich früher hier umweltpolitische Sprecherin war, lange, lange ist es her, das macht jetzt ja Julia Schneider, viele Grüße, die ist ja momentan in Elternzeit und die würde ansonsten hier stehen, dass in der Wasserrahmenrichtlinie und da entsprechend quasi in der konkreten Frage des guten Wassergehalts Europarecht ganz konkret vor Ort anschaulich wird. Neulich hatte ich ein Gespräch mit der Umweltverwaltung und da muss ich doch sagen, wo ist eigentlich die Umweltverwaltung? Die Umweltverwaltung ist gar nicht da, das ist auch ein bisschen verrückt, dass man, sind die da? Ach, da ist das von der Umweltverwaltung, der Rest ist von der Wirtschaftsverwaltung, also nur einmal für das Protokoll und für diejenigen, die vielleicht auch per Livestream zuschauen, wir diskutieren heute über den ökologischen Auftrag für die Wasserbetriebe und die Umweltsenatorin war zumindest bis jetzt nicht da, jetzt ist sie da, herzlich willkommen Frau Schreiner, schön, dass Sie der Rederunde zuhören. Ich habe es ja dann auch richtig dargestellt, Herr Melzer, dass Frau Schreiner jetzt auch anwesend ist und dieser Debatte lauscht, dann kann sie ja auch meinen Ausführungen zuhören, denn bei der Frage, ob das europäische Umweltrecht auch in Berlin gibt, gibt es ja durchaus unterschiedliche Auffassungen in dem Haus. Ich bin der Ansicht, natürlich gilt das europäische Umweltrecht und zwar, wenn man darüber spricht, dass die Luft reingehalten werden muss, also sprich Tempo 30 oder wenn auch die Kleingewässer saniert und ökologisch umgebaut werden und da habe ich aus Ihrer Verwaltung gehört, dass Sie sagen, naja, die Ansprüche, die die Wasserrahmenrichtlinie an das Land Berlin stellt, also sprich auch bei der Sanierung von Wuhle, Erbe und so weiter, Tegler, Vlies, dass die zu hoch sind, dass man sich überlegen muss, ob man vielleicht die Ansprüche runterschraubt und da sage ich ganz klar, nein, wir müssen dafür sorgen, dass auch die Kleingewässer ökologisch sind, dass dort auch entsprechend eine hohe Lebensqualität ist und wenn die Wasserbetriebe das umsetzen, dann können wir das nur begrüßen, aber da darf man die Standards nicht absenken und dann so eine verschwammte Debatte um die Wasserbetriebe führen. Sie sehen, im Grundsatz sind wir bei Ihnen, wir finden das richtig, dass die Wasserbetriebe Wasser als Kreislauf betrachten und da entsprechend auch unterstützt werden und neue Aufgaben bekommen. Der Teufel liegt aber im Detail, die Standards müssen hoch und ökologisch sein, denn nur so wird Berlin tatsächlich auch Klimahauptstadt und da werden wir sehr darauf achten, dass es auch tatsächlich passiert. Vielen Dank. Vielen Dank und für die CDU-Fraktion spricht der Abgeordnete Kreff. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Geschätzte Frau Kollegin Gebel, die Senatorin war die ganze Zeit im Raum. Wir haben uns gerade über Ihre Ausführungen hier im Raum unterhalten, also insofern haben Sie das nur nicht sehen können. Meine Damen und Herren, wir legen Ihnen heute einen Antrag vor als Koalitionsfraktion, in dem wir, ich glaube, nicht nur die Entwicklung der letzten Jahre, sondern vor allen Dingen vor den Herausforderungen, vor denen wir in den nächsten Jahren stehen werden, aufnehmen wollen und die Wasserbetriebe, und da glauben wir, dass es dort in guten Händen ist, beauftragen wollen, die Kreislauf- und Wasserwirtschaft nachhaltig, aber wirklich nachhaltig auch zu beobachten und auszubauen und wir finden, dass das bei den Wasserbetrieben ein sehr, sehr gutes Thema ist, was dort auch gut aufgehoben ist. Ich möchte mal einige Herausforderungen nennen und ich glaube, da wird auch schon deutlich, dass wir eine unterschiedliche Wahrnehmung haben, dass wir auch in unterschiedlichen Welten leben, wenn ich das mal sagen darf. Das ist ja der Klassiker für die Grünen, sehr Innenstadt, sehr Innenstadtbezogen oder man könnte auch sagen ausschließlich innenstadtbezogen, aber ich nehme nur mal ein Thema, das Thema Grundwassermanagement, was beispielsweise meine Kolleginnen und Kollegen in Neukölln sehr bewegt, nicht nur da, aber eben auch in Neukölln, was auch in Reinickendorf beispielsweise bei den Kollegen ein großes Thema ist, da haben sie eben nicht geliefert, sie haben den Menschen Versprechungen gemacht, sie haben Angst gemacht und sie haben sich um das Thema Grundwassermanagement nicht gekümmert und das ist etwas, wo wir glauben, dass es beispielsweise bei den Berliner Wasserbetrieben gut aufgehoben ist und da reicht eben auch nicht zu sagen, wir sind Schwammstadt, ich lade Sie herzlich ein, das habe ich schon ein paar Mal gemacht, bei einer ihrer damaligen Fraktionsvorsitzenden, die hat dreimal abgesagt, mal beispielsweise nach Biesdorf zu kommen, wir haben südlich der Bundesstraße B1, B5 für Zehntausende Haushalte, für Zehntausende Haushalte, keine Regenwasserentwässerung, wissen Sie eigentlich, was das auf einer Hauptstraße und Hunderten von Nebenstraßen heißt, wenn Sie keinen Bürgersteig haben und es gilt ja für große Teile der äußeren Stadt auch, keinen Bürgersteig haben und keine Regenwasserentwässerung, Sie können als älterer Mensch, als Mensch mit Behinderung, Kinder mit jungen Müttern mit Kinderwagen nicht die Straßen passieren, weil es keine Bürgersteige gibt und keine Regenwasserentwässerung und das gehört zur Lebensrealität auch dazu und eben leider nicht nur die Realität, die Sie in der Innenstadt, in der Mitte der Stadt haben, meine Damen und Herren, ich lade Sie herzlich ein, von den Grünen da auch mal vorbeizuschauen und sich Lebensrealität außerhalb ihrer kleinen Räume anzuschauen. Zweite Thema. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Abgeordneten Gebel? Sehr gern. Bitteschön. Ich verstehe, ah, Sie reden jetzt ja sehr über Ihre Lebensrealität, vielleicht haben Sie ja gar nicht den Blick auf die ganze Stadt, aber glauben Sie, dass die Aufgabe der Wasserbetriebe alleine ist, in Biestdorf unterwegs zu sein oder dass sie tatsächlich ein Angebot für die gesamte Stadt machen sollte und ich kann zum Beispiel für meinen Kleingarten, der in Reinickendorf ist, also das heißt, ich bin da durchaus auch in der ganzen Stadt unterwegs, durchaus eine sehr hohe Trockenheit beschreiben, wo ich es sehr begrüßen würde, wenn die Wasserbetriebe da mehr für die Schwammstadt und auch in der Umfeld für die Entsiegelung machen würden. Wie stehen Sie denn zur Entsiegelung? Vielen Dank für die Frage und wir sind uns vollkommen einig, um Ihnen die Antwort zu geben, dass das Thema natürlich unterschiedlich betrachtet werden muss und dass wir unterschiedliche Herausforderungen haben. Wir haben in der äußeren Stadt eine ganz andere Herausforderung wie in der inneren Stadt, ist überhaupt gar keine Frage und Sie haben vollkommen recht, es sind auch unterschiedliche Welten, aber ich glaube schon, dass ich die andere Welt kenne. Ich glaube, Sie kennen die andere Welt, fällt mir auch bei Kolleginnen und Kollegen aus dem Abgeordnetenhaus bei Ihnen immer wieder auf, dass Sie die andere Welt gar nicht kennen oder ausblenden, eins von beiden. Ich möchte noch auf zwei Themen kurz eingehen, meine Damen und Herren, auf das Thema Energie, da sind Sie gar nicht drauf eingegangen, weil wir glauben, dass die erneuerbaren Energien, dass auch das Thema, was mit erneuerbaren Energien aus der Kreislauf- und Wasserwirtschaft geschöpft werden kann, dass das ein Thema ist, was möglicherweise auch sehr, sehr gut, nicht nur möglicherweise bei den Berliner Wasserbetrieben aufgehoben ist. Und, das möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen, die Frage nicht nur der Mischwasserversorgung, sondern der Trinkwasserversorgung insgesamt, vor dem Hintergrund dessen, was energiepolitisch wir gemeinsam in der Metropolenregion in Berlin-Brandenburg, vor allen Dingen in Brandenburg in der Lausitz passiert, sind ja alles Dinge, die nicht nur in den Ursachen dessen, was sich ändern wird, sondern auch in dem, wie man es managen muss, sich ändern muss. Und ich glaube, da sind wir sehr fortschrittlich. Da bin ich sehr, sehr froh, dass wir in dieser Koalition sind, dass wir diese Aufgabe den Wasserbetrieben übertragen. Die Kolleginnen und Kollegen, die damit jeden Tag zu tun haben, auch der Kollege Danny Freimack beispielsweise, der bei mir da in unserer Fraktion ja sehr engagiert ist, werden sich diesen Themen auch wir gemeinsam in der Koalition widmen. Ja, um zum Schluss zu kommen, das sind unterschiedliche Aufgaben und unterschiedliche Herausforderungen und auf die, glaube ich, Zukunft gerichtet nochmal, werden die Herausforderungen größer und nicht kleiner. Wir glauben, dass das bei den Berliner Wasserbetrieben gut gemanagt werden kann. Wir werden uns auch die Umsetzung, die operative Umsetzung sehr, sehr genau anschauen, ob das so gemacht wird, dass es allen Herausforderungen in der Inneren wie in der äußeren Stadt gerecht wird. Da können Sie ganz, ganz sicher sein und insofern halten wir das für einen sehr, sehr guten Antrag und würden uns sehr über breitestmögliche Zustimmung freuen. Vielen Dank. Vielen Dank. Und für die Fraktion Die Linke spricht die Kollegin Genburg. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Koalition legt uns heute mit Blick auf den morgigen Tag des Wassers einen Antrag vor, der irgendwie gut klingt, aber irgendwie gar nicht klar ist, was darin jetzt eigentlich geregelt werden soll. Sie legen hier einen Antrag vor, der sagt, Wasser als Ressource verstehen Erweiterung des Auftrags der Berliner Wasserbetriebe. Und darin finden sich dann die Punkte, dass sie einerseits den Auftrag der Wasserbetriebe von der reinen Trinkwasserversorgung und Abwasserwirtschaft hin zu einer Kreislaufwasserwirtschaft umbauen wollen. Das ist allerdings auch nur, das möchte ich hier für alle Zuhörerinnen und Zuhörer noch mal klarstellen, formuliert mit schnellstmöglich prüfen. Also ein Prüfauftrag, ein Antrag, der für morgen gesetzt ist als ein Prüfauftrag. Und dann sagen Sie, dass auch geprüft werden solle, welche gesetzlichen Änderungen gegebenenfalls notwendig sind. Ich finde, die Debatte hat jetzt schon sehr gut gezeigt, dass hier völlig unklar ist, was die Koalition eigentlich möchte. Trotzdem haben wir alle, die sich fachlich mit dem Thema beschäftigen, dazu ihren Zugang. Frau Kollegin, entschuldigen Sie, ich muss noch einmal darauf hinweisen, dass das Verzehren von Speisen hier im Plenarsaal nicht erlaubt ist und das Verteilen dementsprechend auch nicht. Danke Ihnen. Ja, also das Verzehren von Speisen ist nicht erlaubt. Also, wir kommen zurück zum Thema. Der Antrag ist also von den jeweiligen FachpolitikerInnen sehr unterschiedlich gelesen. Ich stelle fest, dass heute für die Koalition die Sprecher für Wirtschaft gesprochen haben. Das wiederum ist schon ein Ausweis davon, wo die Reise hingeht, währenddessen Grüne und Linke hier die Umweltpolitischen ins Rennen schicken. Also, wir würden diese Frage gerne aus Fragen der Wasserwirtschaft, was den klimaresilienten Wasserhaushalt der Stadt anbelangt, also umweltpolitisch betrachten. Sie legen offensichtlich einen wirtschaftspolitischen Antrag vor. Das ist wiederum auch die Frage, die sich mir stellt. Denn insgesamt zum Thema Schwammstadtumbau haben wir erst einmal Konsens. Die Stadt muss dringend zur Schwammstadt umgebaut werden. Allerdings nennen Sie dazu ja gar keine konkreten Schritte. Und Herr Ströter, auch wenn Sie sagen, Sie wollen den klimaresilienten Stadtumbau lebensbejahend vorantreiben, das haben Sie vorhin so schön gesagt, dann stellt sich trotzdem die Frage, was meinen Sie denn damit? Denn diese Themen sind ja harte Konflikte. Das hat jetzt auch meine Kollegin von den Grünen auch schon dargestellt. Es geht um die Frage, wie viel Geld bekommen wir für das Wasser, Wasser als Ressource, die Berliner Wasserbetriebe, die große Gelder in den Landeshaushalt abführen. Und wie wird damit umgegangen? Wenn Sie also als Koalition einen Antrag vorlegen, der Ressource tatsächlich im Sinne von Geld versteht, dann haben wir da auf jeden Fall einen Dissens, wenn es wirklich darum geht, den Wasserhaushalt zu schützen und die Wasserbetriebe tatsächlich in ihrer Kompetenz auch besser einzuspannen für die Kreislaufwirtschaft, dann kommen wir da zusammen. Deswegen ist die Frage, was genau wollen Sie? Das steht in dem Antrag nicht drin. Ich würde sagen, es ist ein reiner Schaufensterantrag, der mit Blick auf den morgigen Tag von Ihnen hier vorgelegt wird. Deswegen freuen wir uns vor allem auf die Ausschussbefassung. Dann auch mit den Umweltverbänden, natürlich auch mit den Berliner Wasserbetrieben, die ja auch heute hier anwesend sind. Und ich kann nur sagen, in dem Gespräch mit Dr. Donner, das ich Anfang des Jahres mit ihm hatte oder Ende letzten Jahres, haben wir sehr klar über diese Fragen des Infrastrukturumbaus gesprochen. Und es ist völlig klar, dass die Wasserbetriebe als Infrastrukturbetrieb ein großes Wissen haben und auch was beistellen können. Aber die Frage ist, wo geht die Reise hin? Denn wenn Sie sagen, es muss auch gesetzlich umgesteuert werden, dann müssen wir darüber reden, was genau Sie wollen. Und darüber reden wir dann im Ausschuss. Vielen Dank. Vielen Dank. Und für die AfD-Fraktion spricht nun der Abgeordnete Hansel. Herr Schneider, haben wir es, Herr Schneider? Geht's? Sehr verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Berliner und Berliner, die Erweiterung des Auftrags der Berliner Wasserbetriebe in Richtung eines vollumfänglichen Wassermanagements in der Metropolregion ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Hier heißt das Thema Resilienz für die lebensnotwendige Ressource sauberes Wasser. Insbesondere geht es um die Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Bewältigung von Extremwetterereignissen wie starken Regenfällen und Trockenperioden. Ach, ich finde es ja lustig. Übrigens, ich wollte es auch nochmal gerade sagen, ich bin ja wirtschaftspolitischer Sprecher und der Ausschuss heißt übrigens auch für Betriebe. Darum hat Herr Ströter gesprochen, Herr Greff gesprochen. Mein Kollege als umweltpolitischer Sprecher, Alexander Bertram, hätte es genauso gut gekonnt und engagiert vortragen, würde es wie ich. Aber wir machen jetzt weiter, Herr Schneider, wenn Sie sich beruhigen. Wenn Sie sich beruhigen, machen wir weiter und das geht ja nicht auf meine Zeit. Dies kann die Schaffung zusätzlicher Wasserspeicherkapazitäten, den Ausbau vor grünen und blauen Flächen zur natürlichen Wasserspeicherung und Filtration sowie Maßnahmen zur Reduzierung städtischer Hitzelinseln umfassender aussprach auch Herr Ströter schon vor. Die Kollegen haben ja hier umfassend vorgetragen. Mit dem Stichwort Schwarmstadt ist Berlin auch hier schon konzeptionell gut aufgestellt. Die Optimierung des Landschaftswasserhaushalts zum Erhalt der Kleingewässer, wurde auch angesprochen, des Stadtgrüns gehört ebenfalls dazu, ist auch uns ein besonderes Anliegen, Herr Schneider. Ich bin guter Dinge, auch wie Herr Ströter und Herr Greff, dass das Management unserer Berliner Wasserbetriebe gut und professionell aufgestellt ist und die Erfordernisse für ein integriertes, intelligentes Wassermanagement, das den Herausforderungen der Zukunft Rechnung trägt, voll im Blick hat und dem Senat pragmatische und machbare Lösungen für eine Weiterung ihres Auftrags vorlegen wird. In der Frage der Sicherung und Optimierung für die Ressource Wasser gibt es im Übrigen keinerlei politische Differenzen, wenngleich sich die Regierungsfraktionen bei der Ausarbeitung dieses sehr mickrigen Antrags durchaus etwas mehr Mühe hätten geben können. Aber sei es drum, in der Sache sind wir uns ja im Hause alle ausnahmslos einig. Spannend wird es ebenfalls dann noch in der späteren Umsetzung, wenn die Wasserbetriebe für die Erreichung zusätzlicher Maßnahmen dann auch das erforderliche Geld benötigen. Hier können sich die Wasserbetriebe unserer Unterstützung bei den Haushaltsberatungen sicher sein, wenn es um die entsprechenden Anpassungs- und Vorsorgemaßnahmen geht, die bei außergewöhnlichen Notlagen tatsächlich greifen. Dafür müssen Mittel bereitstehen und dafür werden wir uns auch immer einsetzen, nicht aber für irgendwelche unrealistischen klimarettungspolitischen Träumereien ökosozialistischer Provenienz dieser Seite. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Vorgeschlagen wird die Überweisung des Antrags weder für den Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Betriebe und mitberatend an den Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz und auch an den Hauptausschuss. Widerspruch höre ich dazu nicht, dann verfahren wir so. Ich rufe dann auf die laufende Nummer 4.3. Das ist die Priorität der Fraktion Bündnis 90 die Grünen mit dem Tagesordnungspunkt 45. Antrag der Fraktion Bündnis 90 die Grünen auf Drucksache 19 1524. Wir fahren zusammen mit besseren Arbeitsbedingungen im Nahverkehr den Klimaschutz stärken in Verbindung mit dem Tagesordnungspunkt 37. Das ist ein Antrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 19 1488. BVG nicht weiter in die Krise stürzen, keine Busspuren entfernen. In der gemeinsamen Beratung beginnt die Fraktion Bündnis 90 die Grünen und hier die Kollegen Krabbeck. Bitteschön. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen, unter der Kampagne Wir fahren zusammen kämpfen Beschäftigte des ÖPNV gemeinsam mit Aktivistinnen von Fridays for Future und der zuständigen Gewerkstatt Verdi für bessere Arbeitsbedingungen und höhere Investitionen in den öffentlichen Personennahverkehr. Und dies explizit, weil sie es als Beitrag für eine klimafreundliche Mobilität verstehen. Das, meine Damen und Herren, finde ich schon alleine etwas sehr Besonderes, weil hier tatsächlich erstmals Brücken zwischen gesellschaftlichen Gruppen gebaut werden, wo sonst Ergräben entstehen. Und das ist meiner Meinung nach tatsächlich ein neues Miteinander. Und genau deshalb unterstützen wir diese Kampagne aus voller Überzeugung. Doch ein Blick auf die Berliner Straßen genügt, um festzustellen, dass es aktuell mehr ein Wir stecken fest, als wir fahren zusammen heißt. Wir stecken fest bei der Verkehrswende, wir stecken fest beim Klimaschutz und vor allem stecken wir fest bei der Verkehrssicherheit. Und nicht zuletzt, meine Damen und Herren, und darüber reden wir heute, stecken Busse und Straßenbahnen im Stau fest. Und das, obwohl uns der regierende Bürgermeister von Berlin kein Weg nach versprochen hat, wenn er gewählt wird, wird er Berlin wieder funktionieren lassen. Das heißt dann aber, dass er auch den ÖPNV, wie im Koalitionsvertrag versprochen, attraktiver machen müssten. Das Gegenteil ist der Fall. Dieser wird kategorisch ausgebremst. Und das muss sich nun wirklich ändern, meine Damen und Herren. Das ist jetzt auch nicht einfach nur eine Behauptung, sondern gemessen hat sich in den letzten Monaten die Durchschnittsgeschwindigkeit von Straßenbahn und Bodenbus noch einmal erheblich verringert. Und das kostet nicht nur Fahrgäste, das kostet uns nicht nur Fahrgäste, das kostet uns allen Zeit und Nerven, aber vor allem erhöht es den Personalbedarf und das bei gleichzeitig steigendem Frust der FahrerInnen. Statt also Busspuren abzubauen oder zu beklagen, brauchen wir endlich mehr Busspuren. Und wenn Sie jetzt behaupten, ja das ginge ja nicht, die StVO und so weiter, sage ich Ihnen, selbstverständlich geht das mindestens als temporäre Maßnahme in der Rushhour. Denn das würde dem Nahverkehr tatsächlich Priorität einräumen, statt ihn auszubremsen, Herr Melzer. Statt also die Fahrpläne wegen des steigenden Personalmangels immer weiter auszudünnen, sollte vielleicht der Personalbedarf gesenkt werden, indem wir den Bus- und Straßenbahnverkehr konsequent bevorzugen, wenn es um Ampelschaltung geht. Denn jeder Kilometer, den wir an Durchschnittsgeschwindigkeit dazu gewinnen, bedeutet 100 FahrerInnen, die weniger für den Betrieb benötigt werden. Das nimmt nicht nur Druck von der BVG, das senkt auch den Stress fürs Fahrpersonal und es erhöht die Pünktlichkeit im ÖPNV und macht ihn damit, also wie in Ihrem Koalitionsvertrag versprochen, attraktiver. Das sollte also ganz auch in Ihrem Sinne sein, meine Damen und Herren. Und natürlich können Sie sich jetzt hinstellen und sagen, ja die BVG ist doch zuständig. Aber ganz so einfach ist es dann nicht, meine Damen und Herren. Denn erstens ist die BVG ein Landesunternehmen und sollte als solches selbstverständlich auch für gute Arbeitsbedingungen sorgen. Und zweitens kann hier der Senat vor allem auch selbst tätig werden, wie zum Beispiel durch die Schaffung und Einrichtung von Busspuren, wie durch die Vorrangschaltung von Ampeln oder wie beispielsweise durch das Ausstellen von Toiletten in Warteschleifen. Das, meine Damen und Herren, wäre dann mal echtes Machen, statt immer nur mit dem Finger auf andere zu zeigen. Applaus Dazu gehört auch die gemeinsame Erarbeitung von Schutzkonzepten für FahrerInnen. Dazu gehört tatsächlich aber auch, dass man sich vor allem erst einmal der Aufgabe annimmt und nicht vor der Verantwortung drückt. So, wir alle wissen, die technische Umsetzung, die braucht noch Zeit. Aber bis dahin könnte man wenigstens mal konsequent kontrollieren. Denn es kann ja wohl nicht sein, dass 50 Menschen, die gemeinsam in einem Bus sitzen, zu spät kommen, nur weil eine einzelne Person der Meinung ist, sie müsste eine Busspur als Fahrplatz benutzen. Applaus Ich weiß, das ist schwer. Gutes Miteinander geht nur mit gutem ÖPNV. Und dafür müssen sie aufhören, Busse und Bahnen auszubremsen. Ein erster Arbeitsschritt für sie wäre es, gute Arbeitsbedingungen für das Personal zu schaffen. Denn zufriedenes Personal schafft einen guten ÖPNV. Und damit schaffen wir alle gemeinsam ein klimagerechtes Berlin. Vielen Dank. Für die CDU-Fraktion hat der Kollege Kraft das Wort. Verehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste und Zuschauer, also zunächst mal Frau Kappek. Ich schätze das, was Sie da beschrieben haben mit dieser Verquickung zwischen Verdi und Fridays for Future und der BVG ehrlicherweise deutlich anders. Ich sehe das deutlich kritischer. Und ich kann Ihnen auch eins sagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass den BVG-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern diese Aktion hilft. Zum einen. Zum zweiten. Sie haben über Zuständigkeiten gesprochen, aber wie so oft hier auch nicht wirklich vollständig. Die Senatsverkehrsverwaltung ist zuständig für die Verkehrspolitik. Die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe ist zuständig für die innere Ausrichtung der BVG. Und jetzt wird es wichtig. Die BVG und ihr Vorstand ist zuständig für die Vertragserfüllung, für die Verträge mit dem Land Berlin, für die Führung der Geschäfte und vor allem auch für die Erbringung der Verkehrsleistungen. Das ist ursächliche Aufgabe der BVG. Und insbesondere auch ist der Vorstand der BVG zuständig für die Personalfragen. Und dass da in der Vergangenheit eine ganze Menge schiefgelaufen ist, das glaube ich, muss ich Ihnen nicht erzählen. Das wissen Sie, zumindest die, die sich interessieren, für das, was im Rahmen des ÖPNV und insbesondere der BVG passiert. Diese Versäumnisse der Vergangenheit führen übrigens dazu, dass es inzwischen eine sehr, sehr hohe Quote von Verfrühungen gibt. Und zwar, um die Situation für die Mitarbeiter zu verbessern. Das Ganze wird auf dem Rücken der Fahrgäste ausgetragen. Denn ein zu früh kommender Bus ist quasi ein Bus, den ich nicht mehr erreiche und der dann für mich gefühlt ausfällt. Und das Thema Pausenzug, sicherlich ein Feinschmeckerthema, ist etwas, was inzwischen bei der BVG als normal angesehen wird. Das bindet Kapazitäten, sowohl des Personals als auch des rollenden Materials. Und, und das haben Sie auch nicht angesprochen, aktuell laufen Tarifverhandlungen. Zum Manteltarifvertrag zwar und dann folgen die Entgelttarifverhandlungen. Aber auch das alles wird ja Thema sein, zwischen denen, die zuständig sind. Nämlich zwischen dem Arbeitgeber der BVG und den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern der BVG. Unsere Erwartung an die BVG ist ganz klar. Wir wollen, dass man sich strategisch besser ausrichtet. Und wir wollen selbstverständlich für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die einen klasse Job machen, deutlich bessere Arbeitsbedingungen. Das ist unsere Erwartungshaltung an die BVG und an den Vorstand. Und ehrlicherweise, ich bin da ziemlich guter Hoffnung, nachdem der Vorstand jetzt komplettiert wurde, dass wir damit dann auch ein gutes Schritt vorankommen. Und dann kommen wir mal zu den Punkten, die Sie aufgeschrieben haben. Da geht es um Mitarbeitergewinnung beispielsweise. Und jetzt sage ich Ihnen mal, was wir gemacht haben, was Sie vorher nicht getan haben. In dem Wissen, dass wir ein Busfahrermangelproblem haben. In dem Wissen, dass es eine Riesenkonkurrenz auf dem Markt gibt. In dem Wissen, dass viel zu wenig Ausbildungskapazitäten bei der BVG da sind. Wir haben in diesem Doppelhaushalt eine Million Euro ausschließlich und zweckgebunden für die Mitarbeitergewinnung und die Berufsausbildung der BVG eingestellt. Eine Million Euro. Wir haben mit der BVG, es ist nicht lange her verhandelt, dass es einen neuen, weiteren Ausbildungsstandort Ost gibt. Und es gibt die Bundesratsinitiative, in dem das, was Sie aufschreiben und was ja tatsächlich mal richtig ist ausnahmsweise, dass die Hürden gesenkt werden für die Führerscheinprüfung, für die entsprechenden Führerscheine. Und dann schreiben Sie so etwas auf wie Spurwechsel in Potsdam, also in Brandenburg, sagen Sie. Da gibt es ein Programm. Da gibt es ein Programm. Da soll geduldeten Flüchtlingen die Möglichkeit gegeben werden, durch eine Ausbildung einen Aufenthaltstitel zu erlangen. Und jetzt gucken Sie mal, was Sie in Ihrem Antrag aufgeschrieben haben. Sie schreiben, abgelehnten Asylbewerbern soll bei der BVG die Möglichkeit gegeben werden, dort eine Berufsausbildung zu machen. Ist das Ihr Ernst? Abgelehnte Asylbewerber sind ausreisepflichtig. Also das kann ja nur ein Rechtschreibfehler sein, hoffe ich zumindest mal. So, und dann kommen wir mal zum Thema der Beschleunigung des ÖPNV, insbesondere der Busse und der Straßenbahnen. Was machen wir als Koalition? Baustellenmanagement und Baustellenkoordinierung, eines der zentralen Themen. Auch dafür haben wir Geld vorgesehen, auch dafür gibt es Antragslagen. Das wissen Sie. Wir optimieren als zentrale Forderung der Koalition, wir optimieren die Schaltung der Lichtsignalanlagen. Und übrigens, wir ordnen und zwar rechtssicher Bus-Sonderfahrstreifen an. Die Bus-Sonderfahrstreifen, die Sie angeordnet haben, wurden beklagt, beziehungsweise es wurde in Widerspruch gegangen und die mussten alle wieder abgeordnet werden. Und jetzt noch ganz kurz zum Antrag der Linken, der hier auch mitbehandelt wird. Gut, ja, Alarmismus im Titel, das kann man machen, aber auch da hilft mal wieder der Blick ins Gesetz. Paragraf 45 Straßenverkehrsordnung sagt, Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen sind nur dort anzuordnen, wo dies aufgrund der besonderen Umstände zwingend erforderlich ist. Das setzt eine qualifizierte Gefahrenlage voraus. Und in der AVS-CVO steht drin, Bus-Sonderfahrstreifen nur, wenn mindestens 20 Linienbusse pro Stunde dort längs fahren. So, das ist die Rechtslage. Daran halten wir uns selbstverständlich im Gegensatz zur Vorgängerregierung. Und dann kommen wir zu den beiden Punkten, die Sie angesprochen haben. Otto-Braunstraße, da wurde eine Radverkehrsanlage angeordnet. Das ist gut, zu Lasten eines Bus-Sonderfahrstreifens. Warum? Weil die Voraussetzungen für den Bus-Sonderfahrstreifen nicht erfüllt waren. Und zum Bahnhofsvorplatz, S-Bahnhof Schönweide. Wenn Sie sich da besser informiert hätten, im Moment sind da kleinere Anpassungen aufgrund von Baumaßnahmen notwendig. Und wenn die Baumaßnahmen beendet sind, dann wird es im Bereich bis zur Bushaltestelle dort auch ein Bus-Sonderfahrstreifen geben. Vielen Dank. Die Kollegin Karpbeck hat um das Wort für eine Zwischenbemerkung gebeten und bekommt es jetzt. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Präsident. Verehrter Herr Kraft, da hat der Tag gegen Rassismus ja schnell seine Beendigung gefunden. Sie erklären ja den Menschen so gerne die Welt. Dabei wissen Sie so wenig. Offensichtlich auch nicht, dass das Programm Spurwechsel ein Programm des Bundes ist, was hier jahrelang in Berlin schon erfolgreich praktiziert wurde. Und unter anderem von der Berliner Wirtschaft vorneweg der Industrie- und Handelskammer mit wehenden Fahnen unterstützt wird, weil es einfach eine sinnvolle Initiative ist. Und wir hier auch nicht von Menschen sprechen, die abgeschoben werden müssen, sondern von Menschen, die geduldet sind, bei denen es ein Abschiebeverbot gibt. Aber so viel nur zur Nachhilfe, lieber Herr Kraft. Dass das ganze Thema Ihnen nicht so ganz passt, das habe ich mir ehrlich gesagt im Vorfeld schon gedacht. Denn die Tatsache, dass wir gestern im Ausschuss oder in der Sprecherrunde im Anschluss an den Mobilitätsausschuss versucht haben, einen Besprechungspunkt zum Thema Wir fahren zusammen anzumelden und das unter anderem von Ihnen vehement torpediert wurde, das hat mich schon einen Moment zum Nachdenken gebracht. Denn Herr Kraft, ganz ehrlich, auf öffentlicher Bühne, vor Herrn Graf, vor vielen tausend anderen, haben Sie die Petition der Initiative Wir fahren zusammen unterschrieben. Ja, was denn nun? Haben Sie einen Doppelgänger? Sind Sie doppelzüngig oder erzählen Sie BürgerInnen einfach die Unwahrheit? Ich, mit Verlaub, finde das auf jeden Fall ziemlich ungehörig. Und wenn wir gerade dabei sind, ein bisschen seltsam, ist das auch an anderer Stelle, denn immerhin unterstützt auch die SPD-Fraktion dieses Anliegen. Die Initiative war zu Gast bei Herrn Saleh, der hier seine Unterstützung zum Ausdruck gebracht hat. Aber scheinbar kann er Schopf das ja gerne gleich noch einmal richtigstellen. War auch er gestern der Meinung in dieser Sprecherrunde, diese Initiative würde den Beschäftigten schaden. Meine Damen und Herren, ich frage mich schon, wem Sie hier an dieser Stelle was erzählen. Eine klare Linie ist das jedenfalls nicht. So, und dann kommen wir mal zu der Frage, wer ist hier eigentlich für was verantwortlich? Sie haben ja erst gesagt, na, eigentlich ist nur die BVG verantwortlich, aber dann haben wir in den Doppelhaushalt ja doch Dinge für die BVG reingeschrieben. Deshalb sage ich Ihnen mal, was wir in der Zwischenzeit gemacht haben. Unter Grünen-Senatorin haben wir Milliarden von Euro für die Nahverkehrsverträge gesichert. Wir haben Hunderte von neuen Bussen bestellt. Wir haben Busspuren angeordnet und nicht wie sie abgeordnet, beziehungsweise wie viele von ihren Wahlkreisabgeordneten sogar beklagt, damit diese hinten runterfallen müssen. Und ganz ehrlich, wenn wir eine Definition von Ausbremsen von öffentlichem Personennahverkehr brauchen, dann hat Ihre Partei und Ihre Fraktion hier dem ÖPNV in der Vergangenheit systematisch nicht nur einen Bärendienst erwiesen. Das ist dann auch nicht mehr Busspuren stoppen, sondern, meine Damen und Herren, das ist schon Sabotage. Frau Kollegin, Sie müssen zum Schluss kommen. Ja, ich wollte nur sagen, Sie überprüfen so gerne. Überprüfen Sie vielleicht erst einmal Ihre eigene Bilanz vor Sie mit dem Finger auf andere Zahlen. Und dann hat Herr Kollege Kraft um die Erwiderung gebeten und hat auch dazu das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, Frau Kappeck, das scheinen Sie ja emotional extrem aufzuwühlen. Jedenfalls vermitteln Sie diesen Eindruck. Dabei finde ich, ist bei diesem wichtigen Thema, bei diesem wichtigen Thema Stärkung des ÖPNV, Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter der BVG, finde ich ehrlicherweise ein bisschen mehr Sachlichkeit angebracht. Und wenn Sie die an den Tag legen würden, dann wäre allen geholfen. Und da hilft auch Brüllen und Schreien nicht. Also es geht hier um die Stadt und es geht um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BVG. So, und dann muss ich ehrlich sagen, ich habe ein deutlich anderes, ich habe ein deutlich anderes Rechtsverständnis als Sie. Also wenn, wenn ein Bus-Sonderfahrstreifen angeordnet wird und dieser Bus-Sonderfahrstreifen wird beklagt und das Gericht entscheidet, dass dieser Bus-Sonderfahrstreifen rechtswidrig angeordnet wurde, dann können wir wohl davon ausgehen, dass dort Rechtswidrigkeit vorlag. Und dann hat die Exekutive selbstverständlich diesen Bus-Sonderfahrstreifen, den Sie, Ihre Verwaltung rechtswidrig, ich sage es nochmal, rechtswidrig angeordnet haben, wohl auch wieder abzuräumen. Wenn Sie das ignorieren und wenn Sie sagen, es ist uns egal, was Gerichte entscheiden, wir machen einfach so. Ehrlicherweise, dann nochmal, ich habe da ein anderes Verständnis, was den Rechtsstaat angeht. Und nochmal zum Thema Spurwechsel. Und nochmal zum Thema Spurwechsel. Frau Kappbeck, lesen Sie bitte Ihren eigenen Antrag. Da steht drin, egal ob es dieses Programm schon gab, egal ob es in Potsdam oder wie Sie aufschreiben in Brandenburg erfolgt, oder ob es eine Bundesinitiative ist, es spielt überhaupt keine Rolle. In Ihrem Antrag steht drin, dezidiert, lesen Sie es bitte nach, abgelehnte Asylbewerber sollen eine Ausbildung bei der BVG erfahren. Herr Graf, wenn Sie Geduldete meinen, dann schreiben Sie bitte auch Geduldete auf und nicht Abgelehnte. Lesen Sie doch bitte Ihren Antrag. Da steht genau das drin. Und ehrlicherweise, ich habe Ihnen gesagt, es gibt die Initiative des Bundes und auch unsere Verwaltung hat das unterstützt, auch durch Stettner als Fraktionsvorsitzender, hat intensive Gespräche geführt, um die Frage zu beantworten, wie kann man möglichst viele Menschen, die hier einen Aufenthaltstitel haben und die eine Bleibeperspektive haben, in die Ausbildung bringen, um den Fachkräftemangel, gerade was die Busfahrer in der BVG angeht, zu bewältigen. Und was haben Sie denn in den letzten Jahren gemacht, wenn es um das Thema Ausbildung ging? Nein, mir fällt da nichts ein. Wir hingegen, wir hingegen, ich sage es nochmal, weil es wichtig ist, wir hingegen haben gesagt, dezidiert eine Million Euro auf unsere Initiative hin wird ein weiteres Ausbildungszentrum mit großer Wahrscheinlichkeit in Kürze von der BVG gebaut werden. Und damit haben wir die Potenziale, die Probleme endlich zu lösen. Also bleiben Sie doch mal bitte, bleiben Sie doch mal bitte bei den Tatsachen und wenn es Ihnen möglich ist, versuchen Sie sich zumindest mal an Gesetze zu halten. Vielen Dank. Es folgt dann für die Linksfraktion der Kollege Ronneburg. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, zu Beginn nochmal zwei Dinge zu Herrn Kraft. Also zum einen, das, was Sie jetzt hier anführen, bezüglich der rechtlichen Thematik bei der Anordnung sozusagen von Busspuren, bin ich mit Ihnen erstmal soweit einer Meinung, wenn ein Gericht das urteilt, dann ist das erstmal zu akzeptieren. Etwas anderes ist es, wenn man sich hinstellt, als Vertreter ausgerechnet jener Partei, die dieses Ressort führt und sagt, Applaus, super, dass wir die Busse hier ausbremsen, super, dass wir hier keine Busspuren mehr haben, ein Erfolg für die Bürgerinnen und Bürger. Das ist sozusagen Ihre fehlende Glaubwürdigkeit bei der Verkehrswende, Herr Kraft, und auch gerichtet an die CDU-Fraktion. Ich glaube, wir haben hier einfach den Bock zum Gärtner gemacht nach den letzten Wahlen hier an der Stelle. Ich finde, Sie haben hier keine Glaubwürdigkeit, wenn es darum geht, wirklich etwas für den Busverkehr, am Ende für die Busfahrerinnen und Busfahrer und für die Fahrgäste zu machen, meine Damen und Herren. Das gehört dazu. Und Herr Kraft, auch zu Ihrem Ausbildungszentrum gehört natürlich auch die Frage, nicht nur neue Leute zu finden, neue Frauen und Männer, die die Busse lenken, sondern auch gehört zu Ihrer Aufgabe, die Menschen auch zu halten bei der BVG, den Bus zu lenken. Und auch da ist das Verhalten, was Ihre Partei, Vertreterin Ihrer Partei, in den letzten Jahren an den Tag gelegt haben, nicht dazu geeignet, zu suggerieren, Wir tun alles für euch, damit ihr weniger Stress habt, damit ihr bessere Arbeitszeiten bekommt, damit ihr einfach eine bessere Balance habt, auch sozusagen bei diesem harten Knochenjob auch durchzukommen und den wirklich dann auch bis zum Ende sozusagen auch mit Leidenschaft durchzuführen. Das ist Ihre Aufgabe, meine Damen und Herren. Und genau deswegen haben wir das auch richtig hier heute mit den Grünen als Thema. So, und dann möchte ich jetzt noch einmal sagen, was die Verantwortlichkeiten angeht. Ja, adressiert durch unseren Antrag ist Ihre originäre Verantwortung dafür, dass die Busse schneller an der Oberfläche unterwegs sind. Das ist Ihre grundsätzliche Verantwortung, die Sie dann auch sozusagen gemeinsam mit der BVG teilen an der Stelle. Und spätestens auch seit dem Fahrplanwechsel ist grundsätzlich etwas ins Rutschen geraten. 550 Busfahrerinnen und Busfahrer fehlen. Es gibt hier einen enormen Mangel und es gibt unzureichende Beschleunigungsmaßnahmen. Der Linientakt ist aktuell um sechs Prozent gekürzt und bis heute gibt es keinen Zeitplan zur Rückkehr zum eigentlich vereinbarten Fahrplan. Und dazu gehört einfach die Rechnung schnellere Busse. Das bedeutet am Ende ein geringerer Fahrerinnenmangel und weniger Stress. Und ich weiß ja nicht, wann Sie das letzte Mal hier auch mit Busfahrern und Busfahrern gesprochen haben, was die Kolleginnen und Kollegen beschreiben. Ich will heute nicht die Zahl in den Mund nehmen, die mir auch mal einige Kollegen zugeraunt haben, um welchen Prozentsatz die Leistung eigentlich reduziert werden müsste beim Bus. Damit garantiert stabil gefahren werden kann mit dem vorhandenen Personal. Wenn das Realität würde, meine Damen und Herren, dann müssten am nächsten Tag alle Verantwortlichen ihren Hut nehmen. Die Situation ist nicht lustig und die Fahrgäste und die Beschäftigten finden das, wie gesagt, dramatisch, die Situation. Und ich möchte nochmal einen Blick auch darauf werfen, was ja eigentlich auch mit dem letzten Fahrplanwechsel getan worden ist. Ich nenne Ihnen mal ein Beispiel aus meinem Bezug Marzahn-Hellersdorf. Die X69er fährt jetzt beispielsweise das Unfallkrankenhaus Berlin und verschiedene Kliniken nicht mehr in dem eigentlichen Takt an. Der Takt wurde gekürzt, obwohl vorher öffentlich versprochen wurde, es gebe keine Einschränkungen bei Einrichtungen der öffentlichen Daseinsvorsorge, wie etwa Krankenhäusern. Das verstehen die Fahrgäste auch überhaupt nicht. Und das zeigt auch, dass sie ihren Anspruch als Koalition, für die Außenbezüge da zu sein, offenbar selbst überhaupt nicht ernst nehmen. Und die Situation wird jetzt noch verschlimmert, wenn der Senat anfängt, ohne Grund, Busspuren abzuordnen. Herr Kraft, ich bin da nicht Ihrer Meinung, dass es jetzt einfach damit getan ist, wie eine Otto-Braun-Straße Radverkehr statt Busspur, sondern es muss dann eine andere Umverteilung stattfinden. Wir sind der Meinung, wir haben damit schon unsere gesetzlichen Grundlagen geschaffen. Das ist ein sehr interessiertes Individualverkehr. Es tut mir leid, aber Russ hat dann an dieser Stelle nun mal Vorrang, meine Damen und Herren. Und wir geben Ihnen den freundlichen Rat, dass Sie wirklich aufhören sollten, hier Projekte umzusetzen, die mögen es wenige hundert Meter sein, aber am Ende vor allem auch den Kolleginnen und Kollegen suggerieren, eigentlich interessiert uns euer Leid nicht wirklich. Eigentlich ist uns das egal. Und ich habe nicht den Eindruck, und auch meine Fraktion hat nicht den Eindruck, dass hier der Ernst der Lage vom Senat wirklich erkannt worden ist. Das heißt also, wir erwarten, wir erwarten das nicht zuletzt als Zeichen des Respekts für die Kolleginnen und Kollegen, die den Bus durch die Stadt lenken, alle Maßnahmen, die sich zum Nachteil des Unternehmens und des Personals auswirken und am Ende natürlich auch für die Fahrgäste unverzüglich eingestellt werden sollten. Und dass sie ihrer Verantwortung am Ende für das Unternehmen auch gerecht werden. Herr Kollege, Sie müssten zum Schluss kommen. Ich komme dann damit auch zum Schluss. Vielen Dank, Herr Präsident. In diesem Sinne sage ich auch viele Grüße an die Kolleginnen und Kollegen von Verdi und Fridays for Future. Viel Kraft für die laufenden Tarifverhandlungen, für mehr Entlastung, für die Beschäftigten. Wir fahren zusammen. Dankeschön. Für die SPD-Fraktion spricht der Kollege Schopf. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, bequeme, sichere, preiswerte und klimafreundliche Mobilität, dieses Ziel verfolgen wir alle. Was den Weg dorthin betrifft, so haben wir unterschiedliche Herangehensweisen. Mit diesem Antrag, liebe Antje Kappeck, haben Sie so ziemlich alles in einen Topf getan und einem bunten Strauß an Forderungen zusammengestellt. Und diese Vermengung führt aus meiner Sicht eher dazu, dass Ihr Antrag am Ende weder zu einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen im ÖPNV noch einem Beitrag zum Klimaschutz leistet. Und dennoch, Sie wissen, gleichwohl, einzeln betrachtet sprechen Sie durchaus wichtige Themen an. Und dennoch, Sie wissen ganz genauso gut wie ich und wie wir hier im Raum, die Verhandlungen zum Manteltarifvertrag, die laufen derzeit. Und das wurden bereits einige wichtige Zwischenergebnisse erzielt. Ich gehe davon aus, dass Du ebenfalls die Pressemitteilungen der BVG erhältst. Und insofern kann ich die ein oder andere Forderung nicht so recht nachvollziehen. Die BVG ist an den wichtigen Themen gute Arbeitsbedingungen dran. Denken Sie hier an die Anhörung im Ausschuss im Dezember des letzten Jahres. Hier haben wir sehr ausführlich über den Drei-Punkte-Plan zum Maßnahmenpaket Stabila Bus gesprochen und uns hierzu vom Vorstand der BVG informieren lassen. Nichtsdestotrotz, die konkreten Rahmenbedingungen werden zwischen den Tarifparteien, den Tarifpartnern verhandelt und nicht hier im Berliner Abgeordnetenhaus. Und gleichwohl unterstützen wir als Koalition nötige Maßnahmen, die das Angebot der BVG absichern. Sie sprechen in Ihrem Antrag darüber hinaus die Beschleunigung des ÖPNV an. Das ist ein wichtiges Thema. Und es besteht Konsens, dass hier Anpassungen dringend erforderlich sind. Und wir wissen, oder andersherum, wie Sie wissen, bin ich ein großer Freund, ein großer Verfechter von intelligenten Ampeln für den LPNV. Und auch das Thema Bussonderfahrstreifen ist uns wichtig. Und hier nehme ich Bezug zu Ihrem Antrag, Kollege Ronneburg. Die Koalition ist sich der Bedeutung der Bussonderfahrstreifen bewusst. Und es schmerzt, es schmerzt wirklich, wenn Anordnungen zurückgenommen werden, weil geltendes Recht umgesetzt werden muss. Und es ist absurd, gar keine Frage, dass die Streifen nur dann angeordnet werden und bestehen bleiben dürfen, wenn sie von mindestens 20 Bussen in der Stunde befahren werden. Und deshalb haben wir hierzu als Koalition zwei Anträge zum Thema intelligente Ampeln und zu Bussonderfahrstreifen in der Abstimmung, die sich konkret und tiefgreifend der Problematik annehmen. Solange aber 20 Busse in der Verwaltungsvorschrift zur SDVO festgeschrieben sind, muss die Verkehrsverwaltung geltendes Recht durchsetzen. Und deshalb muss aus unserer Sicht die Mindestfrequenz für Busse gesenkt werden. Nur so wird Rechtssicherheit geschaffen. Nur so können bestehende Bussonderfahrstreifen gesichert und nötige Neuanordnungen ermöglicht werden. Und damit, lieber Christian Ronneburg, übernimmt die Koalition ganz ausdrücklich Verantwortung für die BVG als Unternehmen des Landes und auch für die Busfahrerinnen und Busfahrer. Und zum Abschluss noch einmal zurück zu Ihrem Antrag, Frau Kabeck. Wir werden das Thema gute Arbeitsbedingungen bei der BVG noch vor der Sommerpause erneut im Ausschuss aufrufen. Und lassen Sie uns deshalb gemeinsam die Vorstände einladen und dann den aktuellen Stand hören. Einen attraktiven ÖPNV, einen attraktiven Arbeitgeber erreichen wir mit einem guten Angebot, mit guten Arbeitsbedingungen. Wir erreichen es aber nicht mit einem bunten Strauß an Forderungen. Vielen Dank. Dann hat die Kollegin Kabeck erneut um eine Zwischenbemerkung gebeten und hat das Wort. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen, es ist, dass die Kampagne Wir fahren zusammen ja als Thema unserer Priorität angemeldet und insofern glaube ich, es ist auch angemessen, hier eine zweite Kurzintervention zu nutzen. Ich glaube, es ist auch an dieser Stelle sinnvoll, nochmal mit ein, zwei Dingen aufzuräumen. Zum einen lese ich selbstverständlich die Pressemitteilung der BVG, aber ich finde, es macht einen Unterschied, ob ich mich zu laufenden Tarifverhandlungen äußere. Das würde ich nicht tun, weil ich finde, an der Stelle gilt die Tarifautonomie. Und hier gilt es um einen Aushandlungsprozess zwischen ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen. Und auf der anderen Seite geht es um die Frage, was wir als Politik in unserer Verantwortung tun können. Und das beginnt eben mit der Frage, was tue ich in meinem eigenen Wahlkreis, wo starte ich eine Kampagne gegen den ÖPNV oder wo setze ich mich vielleicht für eine Verbesserung des ÖPNVs an. Und es geht eben bis auf die Senatsebene und die Frage, was kann ich auch exekutiv tun. Und hier haben wir, glaube ich, sind wir uns wahrscheinlich auch einig, Herr Schopf, auf jeden Fall mindestens drei Themen, die noch stärker vorangebracht werden müssen. Zum einen ist es definitiv die Frage, wie kommen Busse und Bahnen, also in dem Fall Straßenbahnen, schneller durch den Straßenverkehr. Und es ist einfach ein Fakt, dass die Durchschnittsgeschwindigkeit gesunken ist und dass dieses Sinken der Durchschnittsgeschwindigkeit dazu führt, dass wir noch mehr Personal brauchen, dass es noch mehr Stress für das Fahrpersonal gibt, dass die Pünktlichkeit sinkt, dass die Attraktivität sinkt. Und all das ist eine sehr ungute Entwicklung. Herr Ronneburg hat auf die Ausdünnung des Fahrplans um sieben Prozent hingewiesen. Das führt faktisch übersetzt dazu, dass in manchen Regionen von Berlin nach 20 Uhr nichts mehr fährt. Es gibt Gebiete in Berlin, die sind nur durch Busse angeschlossen. Und wenn dann nach 20 Uhr nichts mehr fährt, was bleibt dann bitte schön? Zu Fuß gehen? Das ist nicht in jeder Situation in der Nacht möglich. Insofern, glaube ich, müssen wir uns doch die Frage stellen, was können wir tun, damit es mehr Busspuren gibt? Und ganz ehrlich, ich habe darauf verwiesen, was rechtlich geht, nämlich die Schaffung von temporären Busspuren, zum Beispiel in der Rushhour morgens und abends. Ein gutes Beispiel ist beispielsweise die Herrstraße. Hier würden wir dafür sorgen, dass nicht die Busse im Stau stehen, sondern dass sie durchkommen. Zweitens, können Sie die Vorrangschaltung weiter voranbringen? Frau Jarasch hat das schon auf den Weg gebracht. Frau Schreiner könnte es jetzt mit Vollgas fortsetzen. Und dann, und auch das ist ein Problem, das sagen uns auch alle Wirtschaftsverbände, haben wir ein Vollzugsdefizit. Und wenn Sie dann so ein ausgeprägtes Rechtsverständnis haben, was ist denn bitte schön mit den Tausenden von falsch abgestellten Pkw, die unter anderem dazu führen, dass die BSR nicht mehr durchkommt, dass die Busse nicht mehr durchkommen. An dieser Stelle bräuchte es doch dann tatsächlich mal ein konsequentes Bemühen darum, dass hier geltendes Recht auch durchgesetzt wird, damit nämlich die, die diese Stadt am Laufen halten, auch pünktlich und rechtzeitig durch den Verkehr kommen. Und dafür, glaube ich, haben wir noch einiges zu tun. Vielen Dank. Dankeschön. Dann möchte der Kollege Schopf offensichtlich darauf antworten und hat das Wort. Ja, liebe Antje, also jetzt bin ich irgendwie so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, ja, irgendwie doch schon ein bisschen sprachlos, weil letztendlich alles Punkte, ich habe ja eingangs ja auch gesagt, dass ihr, dass du hier oder ihr durchaus wichtige und richtige Punkte ansprichst. Ich denke, hier im Saal und auch die BVG ist mit Sicherheit nicht glücklich darüber, dass wir jetzt seit anderthalb Jahren einen reduzierten Busfahrplan haben, also nicht die Leistung anbieten, die das Land, die die Menschen hier in unserer Stadt benötigen. Ja, da ist niemand drüber glücklich. Du hast das Thema angesprochen Vorrangschaltung, du hast das angesprochen das Thema Bus-Sonderfahrstreifen. Ich bin in meiner Rede darauf eingegangen. Ich habe gesagt, wir sind an dem Thema dran. Wir haben einen Antrag, den werden wir jetzt ins nächste Plenum dann noch einbringen, der sich explizit damit beschäftigt und dem Senat dann dementsprechend auch einen Auftrag erteilt. Und auch das Thema Mindestfrequenzen, also nicht 20 Busse in der Stunde, sondern wir machen hier einen Vorschlag. Wir wollen, dass der Senat dann auf der Bundesebene hier eine entsprechende Initiative ergreift und plädieren für die Anzahl von neun Bussen in der Stunde. Weil dieser Quatsch, 20 Busse in einer Stunde, das muss aufhören. Und daran arbeiten wir. Und da könnt ihr uns als Opposition bei dem Thema sehr gerne unterstützen. Vielen Dank. Und dann folgt für die AfD-Fraktion der Abgeordnete Wiedenhaupt. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die AfD möchte einen attraktiven öffentlichen Personennahverkehr, leistungsstark, zuverlässig, sauber, barrierefrei. Und natürlich gehört auch dazu, dass diejenigen, die das System am Laufen halten, die Mitarbeiter, zufrieden sind mit den Arbeitsbedingungen, gerne ihren wichtigen Job machen und ihren Job auch möglichst weiterempfehlen, damit wieder noch mehr Busfahrer und Mitarbeiter im ÖPNV bekommen. Aber genau das ist in den letzten Jahren kräftig vernachlässigt worden. Und liebe Frau Kappbeck, es waren noch Ihre grünen Verkehrssenatorinnen, Günther und Jarasch, die die wirklichen Probleme des ÖPNV aus dem Auge verloren haben. Verkehrsexperimente wie die Teilsperrung der Friedrichstraße, die Pop-Abratwege, ähnliche Maßnahmen, haben Frau Kappbeck den Verkehr doch verlangsamt. Und wenn Sie den Straßenverkehr verlangsamen, fahren auch Busse langsamer. Und wir brauchen mehr Busfahrer. Und Rot-Grün-Rot hat auch vergessen, dass wir in Berlin leistungsfähige U-Bahnen benötigen. Stattdessen wurden wichtige Verlängerungen wie die U8 ins Märkische Viertel von Ihnen klammheimlich begraben. Obwohl durch die Verlängerung das zeitraubende Umsteigen auf dem Wilhelmsruher-Tamm entfallen würde und übrigens auch die verkehrliche Belastung der Straße deutlich sinken würde. Und Sie haben es doch zu verantworten, dass die dringend benötigten neuen U-Bahnen, das rollende Material, durch unprofessionelle Ausschreibungen und Beschaffungsprozesse verschleppt worden sind. Und Sie haben zugelassen, dass unsere Bahnhöfe verdrecken und zu einem Ort der Unsicherheit und des Verbrechens geworden sind. Und damit viele Menschen gar nicht mehr wollen, mit der U-Bahn und mit der S-Bahn zu fahren. Kurzum, zwei Legislaturperioden grüne Verkehrspolitik haben Berlins ÖPNV kaputt gemacht. Und insofern haben wir auch Verständnis, dass die Verkehrssenatorin jetzt Zeit braucht, um den Laden wieder auf Spur zu bringen. Allerdings sagen wir auch, Frau Schreiner, dass alleine das Ankündigen einer neuen sachgerechteren Verkehrspolitik im ÖPNV noch keine Veränderung bringt. Wir erwarten, dass beim U-Bahnausbau jetzt auch gehandelt wird. Und ich verstehe nicht, weshalb man für die Sanierung des Schlangenbader Tunnels fünf Jahre braucht, wodurch auch die Busverbindung aus der West-City nach Stekitz deutlich leiden muss. Aber, meine Damen und Herren, dazu gehört auch, dass man sagen muss, dass die BVG horrende Fehler gemacht hat, insbesondere beim Umgang mit ihren Mitarbeitern. Es ist völlig unverständlich, dass seit Jahren in Gesprächen mit Busfahrern alle auf die verheerende Sicherheitslage für die Fahrer hinweisen und definitiv nicht wirklich gehandelt wird. Es ist auch nicht verständlich, dass über die Jahre auf die schlimme Lage mit den Sanitäreinrichtungen an den Endpunkten der Busingen hingewiesen wird, auf die viel zu kurzen Erholungszeiten der Busfahrer an den Wendepunkten und definitiv nicht geholfen wurde. Und man ein Schichtsystem beibehalten hat aus dem vergangenen Jahrhundert, das an den Lebenswünschen der Mitarbeiter völlig vorbeigeht und im Gegenteil durch das System der Doppelschichten die Mitarbeiter krank macht. Insofern hat die AfD volles Verständnis für die Forderungen der Arbeitnehmerseite in den laufenden Verhandlungen um einen neuen, verbesserten Manteltarifvertrag. Und ich freue mich, dass offensichtlich der neue BVG-Vorstand hier auch die Zeichen der Zeit verstanden hat. Insofern wird in der Initiative Wir zusammen viel Richtiges gefordert. Aber wir sehen natürlich, dass Fridays for Future diese guten, sachlichen Dinge kapert, um eine falsche Klimaideologie von hinten durch die kalte Küche aufs Podium zu bringen und eine Ideologie, die gerade den sozial Schwächeren nicht hilft, sondern schadet. Und liebe Frau Kollegin Kappbeck, auch wenn Sie jetzt gehen, da müssen Sie vielleicht nicht aufheulen, nochmal der Hinweis, den der Kollege ja auch schon richtig gemacht hat. Wenn Sie fordern, dass abgelehnte Asylbewerber dadurch einen Aufenthaltsstatus bekommen, dass Sie nur eine Unterschrift um einen Bewerbervertrag bei der BVG schreiben, dann führt das nicht nur dazu, dass wir noch mehr illegale Migranten anlocken, sondern es ist schlichtweg rechtswidrig. Rechtswidrig, Frau Kollegin. Und wenn ich in der Kürze der Zeit noch auf den Antrag zu den Bussspuren eingehen darf, auch da wollen Sie als Grüne rechtswidrig handeln. Sie haben als Verkehrssenatorin Frau Jarasch Busspuren angeordnet, die nicht rechtmäßig waren. Das haben Gerichte festgestellt und deshalb müssen sie jetzt abgebaut werden. Und wenn Sie sagen, das kümmert uns nicht, wir machen das so, wie wir Grüne das hier in unserem Hinterkopf haben, dann sind Sie keine rechtsstaatsfähige Partei. Das muss man hier auch mal feststellen. Wir fordern eine bessere Baustellenkoordination. Wir fordern grüne Wellen. Und damit kommt auch der Busverkehr zum Laufen. Und das, glaube ich, sollte unser aller Anliegen sein. Dankeschön. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Vorgeschlagen wird die Überweisung beider Anträge an den Ausschuss für Mobilität und Verkehr. Widerspruch höre ich nicht. Dann verfahren wir so. Ich rufe dann auf die laufende Nummer 4.4. Das ist die Priorität der Fraktion Die Linke mit dem Tagesordnungspunkt 20. Eine Beschlussempfehlung des Hauptausschusses auf Drucksache 19.1470 zum Antrag der beiden Fraktionen Bündnis 90 Die Grünen und Linke auf Drucksache 19.1015. Saubere Schulen, gute Arbeitsbedingungen, Schulreinigung kommunalisieren. In der Beratung beginnt die Fraktion der Linke und der Kollege Walgolio steht schon bereit. Bitteschön. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste auf den Tribünen. Im letzten Jahr hat eine Umfrage ergeben, dass die Schulen in Berlin so dreckig sind, dass ein Großteil der Schülerinnen und Schüler sich gar nicht mehr traut, in der Schule aufs Klo zu gehen. Ich finde, das ist ein unhaltbarer Zustand. Das muss sich so schnell wie möglich ändern. Die Schulen verdrecken deshalb, weil die Reinigungsaufträge an private Billigheimer Firmen gehen, die nicht richtig reinigen und die auch gar nicht effektiv kontrolliert werden können. Und die Lösung ist deshalb auch relativ einfach. Die Schulreinigung muss wieder in öffentliche Hand kommen. Die Schulreinigung muss rekommunalisiert werden. Und das steht so nicht nur in unserem Antrag drin, über dem, und der Antrag der Grünen natürlich auch, über den wir gleich abstimmen werden, sondern das sieht natürlich auch die große Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner so. In Neukölln hat ein erfolgreiches Bürgerbegehren stattgefunden, das die Rekommunalisierung fordert. In sieben anderen Bezirken haben entweder erfolgreiche Bürgeranträge stattgefunden oder die BVV hat das beschlossen. Danke nochmal an dieser Stelle ausdrücklich an die Initiative Schule in Not und an alle aktiven Eltern und Gewerkschafter, die das angestoßen haben. Zwei Dritte der Berliner Bezirke wollen also die Rekommunalisierung. Und was macht der Senat? Überhaupt nichts. Der rot-grüne Vorgängersenat hat ja zumindest einige Dinge auf den Weg gebracht. Pilotprojekte, Mittel im Haushalt und so weiter. Da haben viele, unter anderem auch wir Linken, haben gesagt, das genügt noch lange nicht. Aber das jetzt alles komplett zu stoppen, wie es der aktuelle Senat macht, Das ist ein Schlag ins Gesicht von zehntausenden Schülern, Eltern und Lehrerinnen und Lehrern, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Senat kann sich da auch nicht hinter den Bezirken verstecken. Da gibt es auch unschöne Entwicklungen. Pankow zum Beispiel, das da ein Vorreiter war in Sachen Rekommunalisierung unter dem linken Bezirksbürgermeister Sören Benn. Da ist das komplett gestoppt worden, weil das Schulamt in CDU-Hand gefallen ist. Das ist alles nicht schön, aber die Hauptverantwortung trägt natürlich der Senat. Denn es gibt immer noch genug Bezirke, die scharf sind auf die Rekommunalisierung. Und den Bezirken müssen entsprechende Haushaltsmittel und haushaltspolitische Instrumente in die Hand gegeben werden, damit sie bezirkliche Reinigungskapazitäten aufbauen können. Und wem das zu kompliziert ist, man kann ja auch einfach zentral einen Landesbetrieb ertüchtigen, damit die Bezirke, die das wollen, denen dann beauftragen können, die Schulen zu reinigen. Aber auch in die Richtung passiert gar nichts. Stattdessen werden private Billigfirmen beauftragt. Und das ist nicht nur schlecht für die Sauberkeit, sondern das ist natürlich auch schlecht für die Reinigungskräfte. Denn dieser Unterbietungswettbewerb, der da stattfindet bei den Ausschreibungen, der kann natürlich nur stattfinden auf Kosten der Arbeitsbedingungen zulasten der Beschäftigten. Und deshalb unterstützen natürlich auch die Gewerkschaften berechtigterweise die Forderung nach der Rekommunalisierung der Schulreinigung. Die Missstände werden sich übrigens auch nicht durch bessere Ausschreibungen oder durch Zielvereinbarungen mit den Bezirken oder mit den Reinigungsunternehmen oder mit wem auch immer verbessern. Denn es ist viel zu aufwendig, private Firmen zu kontrollieren und die Reklamationen dann durchzusetzen. Zumindest in Schulen. Viele Räume in den Schulen werden von ständig wechselnden Nutzern benutzt. Vor allem die Toiletten werden teilweise überhaupt nicht von Erwachsenen betreten. Wer soll das denn kontrollieren, ob da anständig gereinigt wird? Und deswegen ist für Schulen die einzige Lösung, die Rekommunalisierung der gesamten Reinigungstätigkeit, die Überführung in öffentliche Hand. In anderen Gebäuden, in anderen öffentlichen Gebäuden, Bezirksämtern oder so, mag das anders sein, kann man darüber diskutieren. Aber für Schulen ist das die einzige Lösung. Anstatt jetzt die Rekommunalisierung voranzubringen, kommt die Bildungsverwaltung und die konservativen Schulämter, kommen uns mit Milchmedienrechnungen, wie teuer das alles sei. Ich halte das für völlig unseriös, was uns da vorgelegt wird an Zahlen. Denn man kann doch nicht die Billigfirmen, die schlecht reinigen, die Aufträge nicht erbringen und deren Kosten zum Maßstab machen für irgendwelche Vergleichsrechnungen. Die Zahlen, die wir abgefragt haben, sind völlig eindeutig. Wenn anständig gereinigt wird und wenn die Tariflöhne nicht unterschritten werden, dann sind private Firmen nicht wesentlich billiger als öffentliche Firmen, die die Reinigung erbringen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind es den Kindern schuldig, dass sie in der Schule ohne Sorge aufs Klo gehen können. Wir sind es den Reinigungskräften schuldig, dass sie vernünftige Löhne haben und anständige Arbeitsbedingungen. Und wir sind es auch den Lehrkräften schuldig, dass sie nicht im Dreck arbeiten müssen. Und deshalb bitte ich Sie um Zustimmung zu unserem Antrag. Vielen Dank. Für die CDU-Fraktion hat der Kollege Bozian das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Berliner, wir haben gerade wieder gehört, dass wir als Senat sozusagen oder wir hier irgendwas gestoppt haben. Das kommt öfter vor in den letzten Monaten. Ich würde die Sache mal ein bisschen ins rechte Licht rücken wollen. Es ist es nicht so, dass Sie sozusagen in Ihrer Regierungszeit nichts getan haben, um diese Rekommunalisierung umzusetzen. Wir hätten eigentlich vor Jahren schon Leute ausbilden müssen, Fachkräfte ausbilden müssen, Tausende Menschen einstellen, die diese Schulen denn auch reinigen. Sie sagen, die Schulen sind dreckig. Ich habe mich jetzt gerade mal ganz aktuell erkundigt. Also gerade gestern, die Beschwerdelage ist gering. Und ich glaube, wir sind uns doch über eins alle hier einig. Wir wollen saubere Schulen in Berlin. Das wollen wir doch alle. Wir wollen nichts anderes. Herr Kollege, ich darf Sie fragen, ob Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Breitenbach aus der Linksfraktion zulassen müssen. Aber natürlich. Herr Kollege, ich habe Sie eben so verstanden, dass Sie gesagt haben, wir, also quasi der Senat oder die Koalition hätten ausbilden müssen. Ist Ihnen bekannt und stimmen Sie mir zu, dass für die Ausbildung die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber zuständig sind und nicht der Staat? Wenn Sie kommunalisieren wollen, dann muss natürlich das Land Berlin seine eigenen Fachkräfte ausbilden. Dazu bräuchten wir erstmal wirklich eigene Schulen, weil wir reden ja von Tausenden Leuten. Und wenn da ein Krankenstand herrscht bei den Leuten, müssen wir auch noch die Krankheitsvertretung ausbilden. Wir brauchen also deutlich mehr Leute, als wir den Schulen zum Reinigen brauchen. Und ich muss es nochmal sagen, die Beschwerdelage ist gering. Ich habe mich auch in vielen Schulen erkundigt. Dort haben wir keine dreckigen Schulen, so wie Sie es hier beschreiben. Sie möchten, dass wir einen dreistelligen Millionenbetrag, lassen Sie mich doch mal wieder ausregen, einen dreistelligen Millionenbetrag hier investieren in die Schulen, obwohl keine Beschwerdelage da ist. Und ein funktionierendes System sollte man auch nicht so einfach ändern. Wir werden jetzt schauen in den nächsten Jahren, wie wir das verbessern können, damit unsere Schulen sauber bleiben und das System, so wie es jetzt ist, auch in einer seiner funktionierenden Form bestehen bleibt. Wir können natürlich irgendwann in den nächsten Jahren darüber nachdenken, wenn wir das Geld dafür haben, diese Schulen zu bauen und die Leute auszubilden, ob dann die Reinigungsleistung in den Schulen besser wird. Das ist nicht erwiesen. Das ist nicht erwiesen, das können Sie ja auch nicht behaupten. Und das bezweifle ich auch mal, dass die Reinigungsleistung dann besser wird. Also, der Antrag war ja schon mal hier im Plenum. Jetzt war er an den Ausschüssen. Dort wurde er abgelehnt aus guten Gründen. Und das werden wir heute auch tunig daran geben. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen folgt Kollege Wappler. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, wenn wir uns eins nicht vorwerfen müssen, dann, dass wir nicht genug über Rekommunalisierung der Schulreinigung geredet hätten. Auch diesen Antrag hier haben wir ausführlich debattiert, bei der Einbringung im Plenum, in drei Ausschüssen und jetzt hier wieder. Das ist auch gut und richtig, denn es geht um saubere Schulen und um gute Arbeit. Seit Jahren schon gibt es die dankenswerte Initiative von Schule in Not und den Gewerkschaften. Bezirksordnetenversammlungen überall in der Stadt haben darüber diskutiert. In vielen Bezirken wurden Beschlüsse für die Kommunalisierung gefasst, Unterschriften gesammelt. Parteien haben die Forderungen in ihre Wahlprogramme aufgenommen. Und eine ex-regierende Bürgermeisterin und noch SPD-Vorsitzende hat erklärt, als ehemalige Bildungsstadträtin wüsste sie, die gesamte Schulreinigung sei Daseinsvorsorge und die gehöre in die Hand der Stadt. Jawohl, richtig. Recht hat sie. Jetzt ist sie heute nicht da, aber für diese Erkenntnis muss Mensch auch nicht Bildungsstadträtin gewesen sein. Auch ohne Zutun von Frau Giffey hatten wir unter Rot-Grün-Rot die schrittweise Kommunalisierung ab 2023 im Koalitionsvertrag vereinbart. Jetzt bei Schwarz-Rot ist davon keine Rede mehr. Und das ist halt, einmal sei es gesagt, liebe SPD-Kolleginnen, auch ein Teil des sozialen Rückschritts, dem ihr mit dieser unguten Koalition die Hand reicht. Das ist das eine. Zum anderen müssen wir uns alle fragen, was haben wir getan und eben nicht getan, um die Schulreinigung in die öffentliche Hand zurückzuholen. Ich meine, im Ausschuss für Arbeit und Soziales haben wir eine gute Anhörung zu den Arbeitsbedingungen in der Reinigungsbranche gehabt. Wir haben unter den demokratischen Fraktionen eine sehr ernsthafte Diskussion über die Lage der Beschäftigten geführt, auch mit den Kolleginnen durchaus von der Union im Ausschuss, die nicht alle die soziale Ignoranz etwa eines Herrn Merz teilen. Und doch sind wir auf dem Weg kein Stück weiter vorangekommen. Was wir haben, sind höchstens Absichtsbekundungen. Ansonsten hat die Koalition keinen einzigen Schritt in Richtung Kommunalisierung unternommen. Es gibt eine AG Schulreinigung, die sich ab und an trifft, über Reinigungsstandards diskutiert und evaluiert, alles hervorragend geeignet, wie an vielen anderen Stellen, ein Thema zu verschleppen, über das sich dieser Senat nicht einig ist. Und bei der ganzen Debatte im Ausschuss ist die entscheidende Frage unbeantwortet geblieben. Was konkret sind die nächsten Schritte für eine Kommunalisierung? Da ist die Koalition untätig und sie wird untätig bleiben, weil sie sich nicht einig ist. Im Haushalt haben sie keinerlei Vorsorge getroffen und es hilft den Beschäftigten gar nichts, wenn ein Bildungsstaatssekretär erzählt, man müsste erst mal überschlagen, was das alles kostet. Und er wüsste jetzt schon, es sei auf jeden Fall zu viel. Die vermeintlichen Kosteneinsparungen, die dann zu den unhaltbaren Zuständen in den Schulen geführt haben, die erzielt das Land auf dem Rücken der Reinigungskräfte. Das ist nicht gute Arbeit. Das ist Ausbeutung im öffentlichen Auftrag. Es sind Zustände, die schnellstmöglich zu beenden sind. Auch deshalb hatten wir uns rot-grün-rot an die Kommunalisierung gemacht. Es gab und gibt die Bezirke, die sich auf den Weg zur Eigenreinigung gemacht haben. Es gibt die Konzeption, den Landesbetrieb für Gebäudebewirtschaftung so aufzustellen, dass er für die Bezirke die Schulreinigung mit fair bezahlten Kräften leisten kann. Dieser Antrag war und ist das Angebot, den eingeschlagenen Weg gemeinsam weiterzugehen. Sie von der Koalition haben das in drei Ausschüssen abgelehnt und Sie werden das wohl hier wieder tun. Wir können gemeinsam Fehlentscheidungen, die vor vielen Jahren getroffen worden sind, heilen. Wir könnten endlich etwas tun, damit die Reinigungskräfte fair bezahlt werden, Tarifverträge bekommen und unbefristete Arbeitsverträge. Wir können dafür sorgen, dass die Schulen endlich wieder ihre Reinigungskräfte bekommen. Reinigungskräfte, die im Schulalltag eingebunden sind und dass diese Kräfte die Anerkennung bekommen, die ihnen zusteht. Das alles könnten Sie ernst nehmen und hier und jetzt könnten Sie einen Schritt nach vorne machen. Allein ich befürchte, auch hier werden wir nichts weiter von Ihnen sehen als eine weitere Hängepartie. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion hat der Kollege Mayer das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, saubere Schulen und gute Arbeitsbedingungen. Ein Thema, was uns nun schon seit Längerem begleitet, auch schon in der vorhergehenden Fraktion, was Sie leider auch nicht, was ich sehr, sehr bedauere, leider nicht lösen konnten. Angestoßen und vorangetrieben von vielen Akteuren der Zivilgesellschaft wie Schule und Not, Verdi, DGB und viele andere, welche ich hier an dieser Stelle noch einmal sehr herzlich danken möchte für dieses Engagement. Vielen Dank an dieser Stelle. Ein wirklich wichtiges Engagement. Weil wir das Thema aber schon mehrfach auch hier, nämlich im letzten Juni diskutiert haben, will ich jetzt nicht noch einmal die gesamte Thematik aufrollen. Meine Kollegin Maja Lasitz hat schon in ihrer Rede im letzten Juni, wo wir das hier schon mal besprochen haben, wichtige Punkte genannt. Die deutliche Verbesserung der Schulreinigung durch Tagesreinigung, was schon passiert ist. Die aktuelle Erarbeitung einheitlicher Standards in den Bezirken. Die Unterstützung der AG Schulreinigung, die hier schon mehrfach genannt wurde. Und das Ziel, gute Arbeitsbedingungen bei der Vergabe rechtlich stärker zu verankern und damit die Arbeitsbedingungen in der Schulreinigung in ganz Berlin zu verbessern. Was sich die Koalition ausdrücklich, zu was sich die Koalition ausdrücklich bekennt und was wir auch vorantreiben werden. Grundsätzlich gilt, neben sauberen Schulen geht es um gute Arbeitsbedingungen. Das wurde hier auch von allen genannt. Es geht um Wertschätzung, um Anerkennung und, das möchte ich hier besonders betonen, um Mitbestimmung am Arbeitsplatz und damit auch die persönliche Bindung der Beschäftigten an ihre Schule. Es geht um die Verantwortung des Landes Berlins gegenüber den Schülerinnen und Schülern wie auch gegenüber den Arbeitnehmerinnen und Schülern, den Menschen, die jeden Tag dafür sorgen, dass die Schülerinnen und Schüler in unseren Schulen in einer Umgebung vorfinden, die ihnen signalisiert, wie wichtig uns ihre Bildung und ihre Entwicklung ist. Beides gehört zusammen und ist nicht zu trennen. Beides muss zusammen gedacht werden und die Position der SPD ist dabei unverändert. Wir sehen in einer Rekommunalisierung der Schulreinigung einen sinnvollen und richtigen Weg, um genau diese beiden Aspekte zusammenzubekommen. Und ja, hierbei müssen wir natürlich auch über den richtigen Weg sprechen, auch über die Kosten. Und dazu, das wurde jetzt auch schon mehrfach genannt, hatten wir eine sehr spannende und ich finde auch eine sehr erhellende Anhörung im Ausschuss Arbeit und Soziales. Kurz für den Kosten. Bisher wurden von Kostensteigungen von bis zu 260 Prozent gesprochen. Das ist ein ziemlich unfassbarer Kostenbrocken bei der Rekommunalisierung. In unserer Anhörung im Ausschuss Arbeit und Soziales gab es dann die überraschende Aussage, dass die Zahlen nur eine sehr grobe Schätzung waren und keineswegs eine seriöse, belastbare Berechnung darstellen. Also nichts, wo wir eigentlich ernsthaft mitarbeiten können. Zudem beziehen sich die Zahlen ausschließlich auf eine direkte Anstellung der Mitarbeiterinnen in Mürzürken. Eine Berechnung für die Beauftragung eines Landesbetriebes, was hier jetzt auch schon genannt wurde, von den Grünen, fehlt komplett. Dies ist jedoch eine notwendige Voraussetzung für die weitere Diskussion, die fordern wir ein. Grundsätzlich muss man sagen, wir sind aktuell in einer ganz anderen Situation als in den Nullerjahren, wo wir die ganzen Ausgründungen und Vergabe gemacht haben. Aktuell haben wir es mit einem Fachkräftemangel und steigenden Löhnen zu tun, und zwar rapide steigenden Löhnen. Und ich muss sagen, ja, zu Recht und zum Glück. So sind die Mindestlöhne in der Gebäudereinigung nur noch gering unter dem des TVLs. Das darf man wirklich nicht vergessen, welche Entwicklung getan wurde, und die finden wir sehr gut, und die wird sich auch weiter verstetigen. Wir brauchen die Fachkräfte bei uns, beim Land. Wir erleben gerade, wie teuer es ist, Dienstleistungen auf dem freien Markt zu bekommen, und wenn unter welchen teilweise schwierigen Voraussetzungen das gegeben ist. Das dürfen wir nicht vergessen, und das wird sich auch weiter verstetigen. Wir sollten daher wirklich undogmatisch und offen in die Diskussion der Rekommunalisierung gehen. Und es gibt dazu hervorragende Beispiele, es wurden auch welche genannt, wie es gehen könnte. Hierzu gehört der Landesbetrieb für Gebäudebewirtschaftung B, welcher in hoher Qualität und sehr effizient Dienstleistungen für das Land anbietet. Hier zeigt sich, es geht, und das ist ein gutes Beispiel und ein möglicher Weg auch für die Schulreinigung. Das möchte ich hier sagen, und das steht auch für die SPD. Der Fahrplan wurde uns im Ausschuss Arbeiten Soziales tatsächlich auch genannt. Das muss ich schon sagen. Die AG Schulreinigung wird nun zügig den Rahmen und die Qualitätsbedingungen für die Schulreinigung festlegen, und auf deren Grundlage erwarten wir als SPD natürlich auch eine seriöse Berechnung der Kosten für eine Rekommunalisierung, und zwar auch für Landesbetriebe, auf der wir dann den weiteren Weg diskutieren werden und müssen. Wir in Berlin wollen und werden Vorreiter der guten Arbeit sein, auch und gerade in dem Bereich der Schulreinigung. Das sind wir den Menschen in der Stadt verpflichtet. Vielen Dank. Es folgt dann für die AfD-Fraktion die Abgeordnete Auricht. Bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ja, eigentlich ist es ein Armutszeugnis, dass wir in einer Stadt leben, in der die Schulen verkommen, während Verantwortliche sich in endlosen Debatten verlieren. Schlimm genug, dass Berlin seit Jahren unter einem Lehrermangel leidet, dass es zu immer mehr Gewalt an Schulen kommt und an Schulen schon kaum noch Wissen vermittelt wird. Die PISA-Studie beweist es. Und zu guter Letzt lässt man die Schulen dann auch noch verkommen und verdrecken. Aber das ist vermeidbar oder unvermeidbar vielmehr, wenn die Verantwortlichen unfähig sind, wirtschaftliche Zusammenhänge zu erkennen, zu verstehen oder anzuwenden. Mit den ökonomischen Gesetzen ist es wie mit den Naturgesetzen, verehrte Linke. Man kann sie nicht außer Kraft setzen, auch nicht verbieten, aber man kann daran scheitern, so wie Sie mit Ihrer Politik in den letzten Jahren. Ihr Antrag verspricht für die Kommunalisierung personelle und finanzielle Unterstützung für die Bezirke. Woher das zusätzliche Geld kommen soll, bei den bekanntlich klammen Kassen, bleibt hier offen. Und die Frage, woher das zusätzliche Personal kommen soll, bleibt auch unbeantwortet. Und auch die IHK steht der Rekommunalisierung aus diesen Gründen skeptisch gegenüber. Es sind ja nicht nur die zusätzlichen Personalkosten, sie müssen ja auch Beschaffungsstrukturen für Reinigungsausrüstung, Geräte und Materialien aufbauen. Und die AG-Rekommunalisierung der Schulen hat 2021 geschätzt, dass die Kosten sich um durchschnittlich 140 Prozent, in einigen Fällen sogar um 260 Prozent steigen würden. Also wie gesagt, wo die Finanzierung herkommen soll, vielleicht haben Sie ja noch irgendwo ein Sondervermögen, ich weiß es nicht. Weiter heißt es, es werden ein oder mehrere öffentliche Betriebe so ertüchtigt, dass sie die Übernahme der Schulreinigung anbieten können. Also ich weiß nicht, die Idee, einige oder einen Betrieb für die Schulreinigung zu ertüchtigen, ist, glaube ich, nicht der richtige Weg. Ich glaube nicht an den VEB-Schulreinigung. Ich denke eher, dass wir Unternehmen tragfähige Aufträge anbieten müssen, damit die wirtschaftlich und profitabel arbeiten können. Aber stattdessen wird hier immer auf das Prinzip des billigsten Anbieters gepocht und damit Unternehmen auch in den Ruin getrieben. Oder dass die Unternehmen sich gar nicht mehr an den Ausschreibungen beteiligen. Und die Unternehmen, die da noch bleiben, das sind halt die unseriösen Unternehmen, die das unterste Lohnniveau anbieten, mit prekären Arbeitsbedingungen daherkommen und die gewünschten Leistungen nicht erbringen. Und deshalb sieht es in den Schulen so aus, wie es jetzt aussieht. Und bemerkenswert finde ich auch die Äußerung der Gebäudereinigerinnung zu dieser AG. Das sagte der Herr Harder, und ich zitiere mit der Erlaubnis des Präsidenten, dass es wenig Interesse gab, das Vergabewesen zu verbessern im Hinblick auf prekäre Arbeitsverhältnisse und Schwarzarbeit. Größtes Interesse legte man allerdings darauf, wie man sich vor einer Auftraggeberhaftung schützen kann. Das finde ich auch, gerade auch im Hinblick auf die Linken, sehr interessant. Es bewahrheitet sich einmal mehr, Wirtschaft macht man eben nicht mit Links. Und ich möchte weiter aus Ihrem Antrag zitieren, die Beschlüsse wurden über Einwohneranträge und Bürgerbegehren angestoßen, also von der Bürgerinitiative Schule in Noten. Das finde ich wirklich peinlich, denn es wäre doch Ihre verdammte Pflicht gewesen, in all den Jahren Ihrer Regierung für eine zuverlässige und hygienische Schulreinigung zu sorgen. Und es ist eine Schande, dass erst die Eltern und Schüler auf die Missstände hinweisen müssen. Und den Punkt finde ich auch besonders nett. Im Antrag behaupten Sie, dass die Schulreinigung durch die Pandemie an Bedeutung gewonnen hat, als ob es erst einer globalen Krise bedarf, um zu erkennen, dass saubere Schulen essentiell sind. Also wirklich unglaublich. Und zum jetzigen Senat muss ich sagen, auch Sie werden für die Schulreinigung mehr Geld in die Hand nehmen müssen. Geld für die Grundbedürfnisse der Bürger, dafür zahlen die nämlich Steuern. Und bitte machen Sie nicht da weiter, wo Rot-Rot-Grün aufgehört hat, dann müssen Sie sich nicht über Klamme Kassen wundern. Wir müssen das Vergaberecht verbessern, wir müssen Bürokratie abbauen, wir müssen ein einheitliches Leistungsverzeichnis für die Schulreinigung haben. Und dann bieten sich auch wieder Firmen an, die gern und zufällig dafür arbeiten und unsere Schulen sauber halten. Und dafür braucht es keine Neustartagenda oder Pilotprojekte oder sonst was. Und egal, ob die Schulreinigung durch freie Unternehmen oder durch kommunale Dienstleister erbracht wird, ist mir persönlich völlig egal, Hauptsache die Schulen werden wieder sauber. Aber sie wird mehr kosten. Also hören Sie auf, Steuergelder zu verschwenden für Ihre ökosozialistische Transformation oder für unbezahlbare Energiewende oder für Kosten der Migration. Belasten Sie die Verwaltung nicht weiter mit irgendwelchen Gendermumpels. Die Mitarbeiter dort haben sich um die wirklich wichtigen Belange der Bürger zu kümmern. Ein vernünftiges Vergaberecht und die Erarbeitung von realistischen Leistungskatalogen zum Beispiel wäre da zu nennen. Und wenn Sie endlich Ihre Schwerpunkte auf die Bedürfnisse der Bürger fokussieren würden, müssten wir hier nicht um jeden Pfennig für eine gute Schulreinigung falschen. Dieser Antrag ist voll von Inkompetenz und Realitätsferne. Unsere Kinder brauchen saubere Schulen, aber nicht diesen Antrag. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Zu dem Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und der Fraktion Die Linke auf Drucksache 19-1015 entfiehlt der Hauptausschuss gemäß der Beschlussempfehlung auf Drucksache 19-1470 mehrheitlich gegen die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und die Fraktion Die Linke Ich rufe bei Enthaltungen der AfD-Fraktion die Ablehnung, auch mit geändertem Berichtsdatum. Wer den Antrag dennoch annehmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von Bündnis 90 Grüne und Linksfraktionen. Wer stimmt dagegen? Das sind die Koalitionsfraktionen CDU und SPD. Wer enthält sich? Das ist die AfD-Fraktion und ein fraktionsloser Abgeordneter. Damit ist der Antrag abgelehnt. Ich rufe auf die laufende Nummer 4.5. Das ist die Priorität der AfD-Fraktion mit dem Tagesordnungspunkt 50. Antrag der AfD-Fraktion auf Drucksache 19-1529 Aussetzung der Anwendung von § 246 Abs. 9 bis 13 Baugesetzbuch in Berlin Keine Sonderrechte für Asylbegehende und sonstige Migranten. In der Beratung beginnt die AfD-Fraktion und hier der Abgeordnete Latsch. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Boris Palmer, ehemals Grüner, sagte, ich bin rechtlich verpflichtet, für Flüchtlinge zu bauen, aber nicht für die Einheimischen. Und als wäre das nicht schon genug Ungerechtigkeit, schafft die Bundesregierung den § 246 BauGB mit Sonderbaurecht für Flüchtlinge und Asylbewerber. Dieses Sonderbaurecht ist aber kein Muss und da drängt sich mir die Frage aus, warum nutzen wir diese Kannbestimmung mit so viel Werf hier in Berlin. Und wenn das für Migranten geht, warum geht das Sonderbaurecht dann nicht für Einheimische? Mit nahezu theatralischem Tamtam schaffen wir es, Bauprojekte über Jahrzehnte zu verschleppen und stellen dann fest, es geht. Wir haben das ganze Tamtam weggelassen, wir haben nach Sonderbaurecht gebaut und die Welt ist nicht untergegangen. Fledermäuse, Käfer und Eidechsen versterben offensichtlich nur an Wohnraum für Berliner. Nun ging Boris Palmer vom Flüchtlingen aus, das ist aber bei der absoluten Mehrheit nicht der Fall. Es handelt sich stattdessen um Migranten, die illegal ins Land einwandern und nach Artikel 16a Grundgesetz gar nicht asylberechtigt sind. Daran ändert sich auch nichts dadurch, dass Sie mit dem Rassismusbegriff versuchen, diese Migrationspolitik vor Kritik zu immunisieren. Es ist ein mehrfacher Rechtsbruch, einerseits illegale Migration, andererseits Missbrauch des Paragrafen 246 für Migration statt für Flüchtlinge und nach Artikel 3 Grundgesetz darf niemand wegen seiner Herkunft und jetzt Achtung bevorzugt oder benachteiligt werden, meine Damen und Herren. Nach Artikel 16a, ich sagte es schon, Grundgesetz genießt niemand, der aus sicheren Staaten einreist, Asylrecht. Derweil fördert die Bundesregierung nach § 96 Aufenthaltsgesetz rechtswidrig die Schleusung im Mittelmeer aus Steuermitteln, meine Damen und Herren. Wer die Massenmineration mit Duldung der Bundesregisierung kritisiert, wird als Verfassungsfeind gebranntmarkt. Das gilt aber nur für die AfD. Die CDU und Olaf Scholz dürfen das unbehältlich tun. Um es klar zu sagen, Menschen, die ihre Papiere ins Meer oder in die Toilette werfen, um sich unkenntlich zu machen, haben etwas zu verbergen und das heißt nichts Gutes. Ehrliche Menschen, die unseren Schutz brauchen und die wir vorübergehend aufnehmen wollen, müssen ihre Identität nicht leugnen. Nun wird vielfach behauptet, wir bräuchten die Migration, um unsere demografischen Probleme zu lösen. Flucht, Migration und Asyl werden in einer inkohärenten Argumentationskette munter durcheinander gemischt. Migration von Menschen, die über keine ausreichende Bildung verfügen, ist aber nur in sehr begrenzten Maße und für einfachste Tätigkeiten sinnstiftend. Selbst diese Migration setzt Anpassung an unsere Gesellschaft voraus. Mit der derzeitigen Migration, gepaart mit hoher Steuer- und Abgabenlast, fehlendem Wohnraum und dysfunktionaler Verwaltung, halten wir echte Fachkräfte von der Migration ab. Also wir erreichen genau das Gegenteil von dem, was Sie anstreben. Der Paragraf 246 in seiner jetzigen falschen Nutzung verdrängt Berliner aus ihrem Lebensraum. Das beschleunigte Bauen für Migranten sorgt zwangsläufig dafür, dass immer mehr Migranten den Raum füllen und immer weniger Berliner eine Wohnung finden. Wir wollen das ändern. Berliner, die die Zeche der Migrationspolitik zahlen, dürfen nicht weiter an allen Fronten belastet werden. Wir wollen, dass die, die die Lasten tragen, auch die Früchte ihrer Arbeit ernten können. Die arbeitende Bevölkerung ist am Limit. Es gibt die von Olaf Scholz herbeifantasierten breiten Schultern nicht mehr in unserer Gesellschaft. Wir wollen mehr Gerechtigkeit. Da ist noch sehr viel zu tun, Berlin. Fangen wir mit der Aussetzung des missbräuchlich genutzten Paragrafen 246 für Migranten an. Beginnen Sie mit uns, das zu tun, was den Eid einer Berliner Regierung ausmacht. Berliner First. Herzlichen Dank und ich freue mich auf Ihre Unterstützung. Es folgt dann für die CDU-Fraktion der Kollege Greff. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Berliner und Berliner. Ich gehe mal davon aus, auch Herr Latsch, wenn Sie überhaupt nicht zu Ihrem Antrag gesprochen haben, sondern zur Frage des Zuzugs und der Zuwanderung. Aber Ihr YouTube-Video wird ja fertig sein. Erlauben Sie mir dennoch, zum Antrag zu sprechen. Es ist sehr, sehr interessant, wenn man dann sozusagen Ihre Gedankengänge, das kann man ja nur versuchen, man kann ja nur versuchen, sich da rein zu versetzen. Im größten Teil, glaube ich, kann man nicht nachvollziehen. Aber wenn man sich da herein versetzt und die Frage stellt, jetzt sind aber viele Menschen zu uns ins Land gekommen. Ich komme ganz am Ende auch der Rede dazu, wie Sie das ja bewerten. Aber wenn man dazu kommt und sagt, die sind jetzt hier, ob ich mehr dagegen oder mehr dafür bin, dass mehr Menschen in dieses Land kommen, dass Geflüchtete mehr kommen, dass weniger Geflüchtete kommen, aber sie sind ja hier. Und dazu haben Sie ja kein einziges Wort gesagt. Und jetzt stellen wir uns die Frage, wie wir mit den Menschen, die hier sind, umgehen, wie wir sie unterbringen, genauso wie wir Berlinerinnen und Berliner, die seit 30, 40, 50 Jahren in der dritten Generation hier sind, umgehen. Und jetzt sagen Sie, das ist ja bekanntermaßen so, dass Sie dagegen sind, dass es mehr Zuwanderung gibt. Andere sind dafür, dass es mehr gibt. Jetzt sagen Sie, wir wollen das Sonderbaurecht aber nicht anwenden, weil wir wollen sie nicht unterbringen. Und dann stellen wir uns die Frage, was das eigentlich heißt, weil Sie kommen ja trotzdem. Weder Sie noch irgendjemand anders in diesem Haus wird das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland in dieser Frage ändern. Also was machen wir denn dann mit denen? Also mal unabhängig davon, dass Sie sagen, auch das ist ja schizophren, also der Antrag ist ja ein Schaufensterantrag per Exzellence. Das ist ja ein Kannrecht, das ist kein Mussrecht. Wir sollen es also nicht mehr anwenden. Heißt ja de facto, wir sollen nicht mehr schneller bauen. Da stelle ich mir ehrlicherweise wirklich die Frage, was haben Sie sich bei diesem Antrag gedacht? Weil die Menschen sind ja trotzdem da. Sie sollen also dann auf Straßen kampieren, vor Häusern, auf Bahnhöfen und natürlich sagen alle anderen Menschen, die davon möglicherweise im Moment nicht betroffen sind, weil sie eine Wohnung haben oder eine Unterkunft haben. Was soll denn das jetzt? Also die Frage müssen Sie mal beantworten. Diese wirklich schizophrene Situation, dass man eine Situation, wenn man sie nicht ändern kann und das gestehen Sie ja selbst ein, auf der anderen Seite sagt, wir sollen aber deswegen trotzdem, auch wenn die Menschen hier sind, keine Unterkünfte für die Bauen. Im Übrigen leiden ja darunter dann auch die Berlinerinnen und Berliner, die seit Generationen hier sind oder wie auch immer, wie lange hier in der Stadt sind, die keine Wohnung finden, weil sie sagen, man soll das Sonderbaurecht nicht nutzen. Wie absurd, was ist das für ein geisteskranker Antrag, meine Damen und Herren? Muss ich ganz ehrlich sagen. Und wir haben ja einen einzigen sachlichen Punkt aufgemacht, warum wir nicht möglicherweise alles in Berlin dafür tun, dass wir schneller bauen. Also auch das ist ja absurd. Sie sagen, wir sollen das Sonderbaurecht nicht anwenden, aber warum machen wir es eigentlich nicht? Und Sie werden sehen, unabhängig von dem, was der Bund beschließt, dass wir alle Möglichkeiten in Berlin nutzen werden, dass wir mehr bauen, dass wir mehr Wohnungen schaffen und dass wir schneller bauen werden. Und dafür werden wir alle Voraussetzungen schaffen. Und da sind sich hier im Haus nicht alle einig. Aber wir in der Koalition sind uns einig, wir wollen schneller bauen und wir werden dazu ein umfassendes Gesetzespaket vorleben, meine Damen und Herren. Und dann lassen Sie mich, weil Sie ja nicht zum Antrag gesprochen haben und sich damit auch, ich glaube, nicht mal ansatzweise irgendwie auseinandergesetzt haben, sondern nur wieder irgendein sinnloses YouTube-Video verteilt, hier haben wir noch eins sagen, Herr Latsch. Ich höre Ihnen schon aufmerksam zu, wenn es nicht immer den Eindruck macht. Sie haben in der letzten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bau und Wohnen etwas gesagt, was für mich schon nochmal eine neue Qualität auch in der Auseinandersetzung mit der AfD gewesen ist. Und mit einem Grund, warum man mit Ihnen, und da kann man jetzt wirklich an der Stelle sagen, mit ihm als Nazi niemals, aber wirklich niemals regieren, niemals koalieren kann. Sie haben eins zu eins russische Propaganda übernommen und haben gesagt, es dreht sich ja am Ende auch um die Frage der Flüchtlinge und der Menschen, die zu uns kommen. Und deswegen, egal ob man konservativer oder liberaler ist, zeigt das in der Frage, dass man mit Ihnen nicht zusammenarbeiten kann, in keiner einzigen Frage. Sie haben eins zu eins russische Propaganda übernommen, dass Nazis in der Ukraine, sei es 2014, auf ihre Bewohnerinnen und Bewohner in der Krim geschossen hätten und dass deswegen dieser Krieg weitergegangen ist. Und da hat es bei mir, da muss ich ganz ehrlich sagen, wirklich den letzten Glauben an irgendeinen Intelligenzquotienten bei Ihnen zerschossen, dass sie eins zu eins russische Propaganda übernehmen und dass Sie die, also ich glaube, Sie würden das deutsche Volk jedenfalls in Gänze lieber Putin vor die Füße werfen. Sie sind die größten Verräter von nationalen oder patriotischen Ideen, die es in diesem Land gibt. Das Allerallerletzte, meine Damen und Herren, das möchte ich Ihnen mal sagen, gerade an dieser Stelle, Sie sind alles andere als Patrioten, Sie sind Verräter, Sie würden uns alle an Putin verkaufen. Ich weise dennoch darauf hin, dass die Zuschreibung Nazi vielleicht nicht in die parlamentarische Debatte hier in diesem Haus gehört und folge der Redeliste mit den Grünen und hier mit dem Kollegen Otto. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren hier im Saal und zu Hause an den Endgeräten, wir sprechen über einen Paragrafen im Baugesetzbuch, den Paragrafen 246, das klingt erstmal ziemlich trocken, der hat den Titel Sonderregelung für Flüchtlingsunterkünfte, da geht es also um besondere Dinge, die haben aber einen Inhalt, da geht es darum, dass es Sonderregelungen dafür sind, dass Menschen, die in Not sind, die keinen Obdach haben, eine Wohnung bekommen oder eine Unterkunft, darum geht das und das wollen Sie weghaben, nicht mit uns. Die AfD will nicht, dass Menschen, die in Not sind, einen Obdach bekommen. Ich gehe aber davon aus, dass Sie damit ziemlich alleine sind hier in diesem Saal, dass alle anderen sagen, nein, wir müssen helfen, wenn Menschen hierher kommen und egal, was die für einen Status haben erstmal, die müssen untergebracht werden, die müssen ein Dach über dem Kopf haben, die müssen auch eine Arbeit bekommen, damit wir Integration hier praktizieren können. Darum geht es und wer das nicht will, der spaltet die Gesellschaft, meine Damen und Herren und das will die AfD, wir nicht. Denken Sie an die Menschen aus der Ukraine, die hierher kommen, die Ihr Freund Wladimir Putin aus Ihrem Land vertrieben hat, aus der Ukraine und ich finde schon, dass man das auch bemerken und hier festhalten muss, dass Sie letztendlich mit dem zusammenspielen und hier einfach die Spaltung der Gesellschaft und den Druck auf diese Menschen erhöhen wollen. Die sollen sich aus Ihrer, aus der AfD-Sicht hier nicht willkommen fühlen. Das sehen wir alle anders. Wir wollen denen helfen. Das ist ein ganz trockener Paragraf. Ich habe das gesagt, kann man alles nachlesen. Das ist ein Sonderparagraf. Warum braucht man Sonderparagrafen? Weil man anders nicht klarkommt. Und da müssen wir vielleicht mal den Blick auch ein bisschen auf den Senat hier richten. Die 20.000 Wohnungen pro Jahr, die 5.000 Sozialwohnungen davon pro Jahr, die klappen nicht. Die klappen nicht, da kann man jetzt noch ein bisschen auf die äußeren Bedingungen, die Krise am Bau und die Zinsen gucken, aber sie klappen auch deshalb nicht so gut, weil die Verwaltung zu schwerfällig ist. Wir müssen in Berlin endlich dahin kommen, da gucke ich mal den Bausenator an, wir müssen dahin kommen, dass wir solche Wohnungszahlen schaffen. Und wir müssen beim Genehmigen schneller werden und wir müssen beim Planen schneller werden. Ich sage mal, es gibt immer den Ausspruch von einem Ihrer Vorgänger von der B-Plan-Fabrik. Ich habe die bisher immer noch nicht gefunden. Wo wären wir schneller bei Bebauungsplänen? Wo ist das digitale Planverfahren, mit dem man solche Planungen ruckzuck vielleicht in einem Jahr mal von Aufstellung bis Festsetzung hinbekommt? Das ist alles nicht. Der Finanzenator, der ist jetzt leider nicht da, obwohl es doch interessant wäre für den, der hat hier mal gesagt vor einigen Sitzungen. Wir werden nicht die ganzen Stellen, die wir hier immer schaffen und die wir uns wünschen, besetzen können. Wir müssen digital arbeiten. Also digitale Bebauungsplanung, digitale Baugenehmigung, all das muss endlich vorankommen. Und ich hoffe, das alles steht in Ihrem schneller Bauengesetz. Der Presse konnte man entnehmen, da steht hauptsächlich drin, dass Sie den Naturschutz aufheben wollen. Das wollen wir mal nicht erwarten. Vielleicht konzentrieren Sie sich auf das und ich würde das Gesetz dann auch schneller genehmigen Gesetz nennen und nicht schneller bauen. Das schiebt so ein bisschen die Verantwortung auf andere. Schneller planen und genehmigen Gesetz. Es geht um Ihre Hausaufgaben und um die in den Bezirken. Da muss beschleunigt werden. Und vielleicht zum Schluss. Wir haben über Gesetze gesprochen und darüber, dass wir hier mehr Wohnungen brauchen. Wir haben schon öfter darüber gesprochen, wie man das macht. Sie gucken immer auf die grüne Wiese. Wir gucken auf Aufstockung. Wir wollen, dass ein bisschen höher gebaut wird. Vielleicht auch in Biesdorf. Der Kollege Greff ist ja hier hauptsächlich Vertreter für Biesdorf, habe ich heute gelernt. Auch höher bauen in Biesdorf. Dass wir ja nicht überall nur zwei Geschosse bauen, sondern vier, sechs, acht. Das kann man machen. Dann schafft man mehr Wohnungen auf der Fläche. Das alles ist, was wir von diesem Senat erwarten und Ihnen dafür auch unsere Unterstützung anbieten. Dieser Antrag, den können Sie getrost vergessen, meine Damen und Herren. Lasst uns in der Tagesordnung fortfahren. Danke. Für die SPD-Fraktion hat der Kollege Dr. Kollatz das Wort. Danke schön, Herr Präsident. Sehr geehrte Damen und Herren. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die AfD ihrem eigenen Antrag nicht zustimmen wird. Und zwar deswegen, weil sie hat zwar hier viel von missbräuchlich und so weiter geredet. Aber wenn man in das Gesetz reinguckt, und es macht ja manchmal Sinn, in das Gesetz reinzugucken, gibt es dort einen 246 Absatz 8. Den wollen Sie nicht abschaffen. Und der heißt, bis zum Ablauf des 31. Dezember 2027 gilt Paragraf 34 Absatz 3a, das ist ja der Einfügung, entsprechend für die Nutzungsänderung zulässigerweise errichteter bauliche Anlagen in bauliche Anlagen, die der Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbegehrenden dienen und für deren Erweiterung, Änderung und Erneuerung. Das heißt, in Ihrem Antrag wird genau das, was Sie missbräuchlich finden, nicht abgeschafft. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie dem nicht zustimmen werden. Man merkt aber daran, dass Sie hier einen Schaufensterantrag stellen. Sie interessieren sich überhaupt nicht für die Sache, sonst hätten Sie vielleicht das Zeug durchgelesen. Sie wollen hier ein Theater abziehen. Und das finde ich des Ernstes des Hauses nicht würdig. Dann noch mal zu dem Wort nicht bräuchlich. Das Flüchtlingsbaurecht wurde neu eingesetzt. Das gab es ja schon mal vorher. Da waren Sie auch nicht dafür. Das wurde aber wieder neu eingesetzt, weil Ihr Kumpel Putin die Ukraine überfallen hat und einen riesigen Flüchtlingsstrom ausgelöst hat. Das wäre ja auch sinnvoll, das mal dazu zu sagen, dass das eine Ursache hat. Und jetzt macht es vielleicht Sinn, sich trotzdem noch mal ein bisschen mit der Sache zu beschäftigen, auch wenn Sie das eigentlich nicht wollen. Die Baugenehmigungen für Vorhaben in Berlin, also nicht die Zahl der Wohneinheiten, sondern die Vorhaben zwischen 2015 und 2023. In neun Jahren sind 2150 Vorhaben pro Jahr. Die Landesgenehmigungen im Flüchtlingsbaurecht in diesen neun Jahren sind nach Auskunft der Senatsverwaltung ungefähr 100, das heißt 11 pro Jahr. Es kann also überhaupt nicht von einem Missbrauch die Rede sein, sondern dort wird ein offenkundig vorhandenes Problem, das Sie aber nicht mögen, ein offenkundig vorhandenes Problem gelöst oder zu Teilen gelöst, aber es wird ganz offenkundig keinen Missbrauch betrieben. Von diesen etwa 100 Genehmigungen sind 35 für dauerhafte modulare Unterkünfte für Geflüchtete gegeben worden. Das ist die richtige Antwort auf die Flüchtlingskrise, dass wir versuchen, einen größeren Bestand an dauerhaften Unterkünften zu schaffen, weil es erfordert keine große Weisheit zu sagen, wir werden auch in den nächsten 10, 20, 30 Jahren wahrscheinlich nicht Zeiten haben, wo es null Flüchtlinge gibt. Also ist es die richtige Antwort. 35 für MUFs, 25 für temporäre Unterkünfte in Containerbauweise, da wird dieses Sonderrecht auch genutzt, was Sie ja nicht wollen, und dann 28 für die Umnutzung von Bestandsgebäuden, also Bürogebäude, Wohngebäude, Flughafengebäude, Hotels und Hostels. Was kommt jetzt noch? Also 11 pro Jahr hatten wir ungefähr. MUFs sind in Bau 5, wenn meine Zahlen stimmen. In Planung sind je nachdem, welche Liste man da nimmt, 8 bis 10. 10 wären gut, weil wir brauchen das. Das heißt, dafür stehen dann Genehmigungen an jetzt im nächsten Jahr. Da geht es wieder um 10. Und auch das ist kein Missbrauch, sondern das ist dringend erforderlich, um in einem begrenzten Umfang Unterkunftsmöglichkeiten für Flüchtlinge zu schaffen. Das heißt, wenn man sich das dann noch mal anschaut und deswegen Gesetzeslesen hilft, da gibt es sogar in diesen Paragrafen, wo Sie bestimmte Teile nicht anwenden wollen, aber sich dabei ein bisschen vertan haben, da gibt es auch noch einen Absatz 13a und der lautet von den Absätzen 8 bis 13, also nicht 9 bis sonst was, darf nur Gebrauch gemacht werden, soweit dringend benötigte Unterkünfte im Gebiet der Gemeinde, in der sie entstehen sollen, nicht oder nicht rechtzeitig bereitgestellt werden können. Das heißt, dort ist auch es nicht in die Willkür des Landes Berlin hingelegt, das einfach mal zu machen, sondern es muss eine objektive Situation, eine objektive Notsituation dafür da sein. Und die ist eben da, zuletzt durch den großen Flüchtlingsstrom aus der Ukraine. Sie wollen nicht ausreichend Unterkünfte bereitstellen. Das haben meine Vorrednerinnen und Vorredner schon gesagt. Bei den Unterkünften handelt es sich nicht um Schlösser und Paläste, sondern um Wohnungen, die sehr dicht belegt sind, aber einen bescheidenen Rückzug ins Private ermöglichen, was für Menschen so wichtig ist. Und das wollen sie denen verweigern. Erbärmlich. Für die Linksfraktion hat die Kollegin Gennburg das Wort. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Präsident, wir sollten sehr wachsam sein, dass hier eine Rederunde zu einem vermeintlichen Fachthema, zu einem der möglicherweise trockensten Detailfragen des Baugesetzbuches genutzt wird, von den Faschisten hier solche Debatten vom Zaun zu brechen und Hetze gegen die Menschlichkeit in einer Weise hier vorzutragen, dass man eigentlich nur ausrasten möchte. Es ist wirklich eine große Frage, die uns wahrscheinlich alle umtreibt, wie gehen wir eigentlich damit um, dass wir natürlich fachlich uns zu der Frage des Paragrafen 246 und der jetzt laufenden Debatte des 246e auf Bundesebene wirklich fachlich auseinandersetzen, hier aber von dieser Partei, die ein Angriff auf die Menschlichkeit ist, eine Debatte ans Bein binden lassen zu dem Thema, wie mit Menschen umgegangen wird. Von einer Partei, die in der Tradition von Adolf Hitler steht, der in Berlin eine Wohnraumarisierung durchgeführt hat. Ja, hören Sie gut zu, darüber können wir gerne mal reden, dass die Wohnraumarisierung in Berlin durchgeführt wurde und Wohnungen von jüdischen Menschen freigezogen werden mussten, damit dort dort also Menschen arischen, sogenannten arischen Ursprungs einziehen können. Darüber können wir mal reden, dass das genau zusammenfällt mit den Deportationsplänen, die Sie jetzt also wieder vortragen. Und dem stellen wir uns entschieden entgegen und reden hier nicht über irgendwelchen Fachkram, den Sie hier in solchen Mantel binden. Um es mal ganz deutlich zu sagen, Sie lügen wie gedruckt. Ihr Programm zum Thema Bauen, habe ich mir jetzt noch mal angeschaut, wird man ja auch noch mal machen dürfen. Sie fordern ein Sonderbaurecht für Einheimische, Herr Ratsch, das haben Sie heute schon gesagt, ein Sonderbaurecht für Einheimische. Das passt auch ganz gut zu dem, was Sie sonst so fordern, nämlich insgesamt die Schleifung von Standards. Sie sagen ganz klar Senkung von Standards und Vorgaben. Sie wollen das Baurecht vereinfachen und beschleunigen. Deswegen passt das, was Sie hier vortragen, überhaupt nicht zu dem, was Sie sonst so fordern. Sie wollen ja sowieso den gesamten sozialen Wohnungsbau abschaffen, am besten privatisieren und alle sollen nur noch in Eigentumswohnungen wohnen. Das ist das antisoziale Programm dieser faschistischen Partei. Sie sagen sehr klar, dass die Genehmigungsfiktionen generell das Bauen erleichtern sollen und insofern ist das, was Sie hier vortragen, absolut widersprüchlich. Und deswegen, meine Damen und Herren, muss ich zuletzt auch noch mal sagen, die Debatte, die wir hier über die Beschleunigung von Bauverfahren führen, ist eine Debatte, die die Demokratie gefährdet. Dass wir darüber reden, dass Menschen in Beteiligungsverfahren nicht mehr involviert werden, weil es angeblich zu lange dauert, ist eine Gefahr für die Demokratie, Herr Gäbler. Wir haben immer gesagt, Bürgerinnenbeteiligung ist ein Teil von demokratischer Beteiligung von Demokratie und der Stadtentwicklung. Und Sie schleifen diese jetzt mit schneller Bauen-Gesetzen und so weiter. Sie sagen ganz klar, das dauert alles viel zu lange. Das ist der falsche Weg. Und Sie sehen, wer mit Ihnen Schlitten fährt. Deswegen, wir haben die Debatte bei der Bebauung des Tempoberfeldes genau so. Da haben Sie uns auch vorgeworfen, dass wir gegen die Unterbringung von Geflüchteten sind. Es gibt ein generelles Marktversagen. Das Bauen in dieser Stadt läuft so langsam, weil der Markt versagt. Und das Bauen zu beschleunigen, braucht ganz andere Dinge, als die Standards zu schleifen, Herr Gäbler. Das habe ich Ihnen schon tausendmal gesagt. Und deswegen stoppen Sie das Schneller-Bauen-Gesetz, damit solche Leute nicht auch noch eine Steilvorlage bekommen. Vielen Dank. Dann hat Herr Kollege Latsch um meine Zwischenbemerkung gebeten und hat dafür das Wort. Danke, Herr Präsident. Meine Damen und Herren, also in den drei Minuten, die ich jetzt für die Zwischenintervention habe, kann ich natürlich unmöglich den ganzen Unsinn hier abräumen, der hier gerade ausgesprochen worden ist. Aber ich fange mal an. Was ist eigentlich Faschismus? Faschismus ist alle zusammen gegen einen anderen. Das ist Faschismus. Sie haben es einfach nicht verstanden. Kommt aus dem Istedienischen. Der Wortwurzel heißt Faschio. Faschismo. Das ist Faschismus, meine Damen und Herren. Sie benutzen das ja ständig bei irgendwelchen Demonstrationen. Alles zusammen gegen den Faschismus. Und merken nicht einmal, dass das genau der Faschismus ist, was Sie da abziehen. So, und dann sprechen Sie hier von Verachtung gegen Menschen. Und was weiß ich nicht alles. Ich sage Ihnen Nummer eins hier. Alle vier Redner, die außer unserer Partei hier geredet haben, verachten die Berliner. Und zwar im maximalen Maße. Schlimmer geht es gar nicht, wie Sie es machen. Weil jeder Bau, den Sie vorziehen, haben Sie Baukapazitäten für Berliner nicht. Und die stehen auf der Straße, zahlen Unmengen an Miete. Und Sie versorgen immer mehr Menschen, die über unsere Grenzen kommen, mit Wohnraum, während die Berliner auf der Straße stehen. Herr Kollege Latsch, ich darf Sie darauf hinweisen, dass ich Ihre Zwischenbemerkungen nicht auf alle Redebeiträge beziehen darf, sondern nur auf den letzten von der Kollegin Genbock. Ja, danke schön. Ja, dann sprechen Sie von Deportation. Das ist ja diese Korrektivlüge, die ja mittlerweile gerichtlich widerlegt worden ist. Aber es wird natürlich gerne weitergetragen. Erstmal keine AfD-Veranstaltung. Zweitens kein Wort von Deportation. Drittens keine Belege. Viertens gerichtlich widerlegt. Also alles Blödsinn, diese Verleumdung meiner Partei, die auf diesem Begriff basiert, ist völlig widerlegt und totaler Quatsch. So, und jetzt kommen wir doch mal zum Marktversagen. Unser Baurecht hier, das ist ein Dschungel. Sie versuchen, mit Ihren Sommersandalen durch den Dschungel zu kommen. Und das dauert eben 20 bis 30 Jahre, bis hinten Hausbei rauskommt. Das ist das Problem. Was wir brauchen, ist die Umgehung des bestehenden Baurechts. Das ist schon ganz richtig mit dem Paragrafen 246. Aber warum denn nur für Menschen, die nicht in diesem Land geboren sind? Und dann beziehen Sie sich ja immer wieder auf Ukrainer und so weiter hier in dieser Debatte. Die Ukrainer sind doch regulär hierher gekommen. Wir reden doch hier von den Menschen, die illegal in dieses Land einreisen, ihre Pässe wegwerfen und etwas zu verbergen haben. Die sind hier gemeint. Ja, dass wir temporär ukrainische Frauen und Kinder hier unterbringen, haben wir nie bezweifelt. Können Sie in jeder AfD-Rede nachlesen. Ist immer, ist immer berechtigt dargestellt, ist nie in Zweifel gezogen worden. Und dann sind ja hier verschiedene Begriffe durch den Raum geflogen, die leider, ja, so zugelassen werden offensichtlich. Sie haben zuletzt Adolf Hitler hier zitiert. Meine liebe Frau Genburg, wir sind doch nicht die Nachfolge Partei von Faschisten wie der totalitären SED. Das sind Sie. Niemand sonst. Niemand sonst Sie sind die Nachfolge von Faschisten. Herr Kollege, die Redezeit ist abgelaufen. Besten Dank. Dann frage ich Kollegin Genburg, ob sie darauf antworten möchte. Darauf verzichtet sie. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Vorgeschlagen wird die Überweisung des Antrags in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen. Widerspruch dazu höre ich nicht. Dann verfahren wir so und kommen jetzt zu den geheimen, verbundenen Wahlen. Dazu rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 5, die Drucksache 19-909, die Wahl eines stellvertretenden Mitglieds- und Wahl des stellvertretenden Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses zur Untersuchung des Ermittlungsvorgehens im Zusammenhang mit der Aufklärung der im Zeitraum von 2009 bis 2021 erfolgten rechtsextremistischen Straftatenserie in Neukölln. Tagesordnungspunkt 6, die Drucksache 19-915, die Wahl eines Mitglieds- und eines stellvertretenden Mitglieds der G10-Kommission des Landes Berlin, den Tagesordnungspunkt 7, die Drucksache 19-936, Wahl von zwei Mitgliedern des Präsidiums des Abgeordnetenhauses, den Tagesordnungspunkt 8, Drucksache 19-1000, die Wahl eines Mitglieds- und eines stellvertretenden Mitglieds des Ausschusses für Verfassungsschutz, den Tagesordnungspunkt 9, die Drucksache 19-1008, die Wahl eines Mitglieds- und eines stellvertretenden Mitglieds des Kuratoriums der Berlin-Landeszentrale für politische Bildung, den Tagesordnungspunkt 10, Drucksache 19-1057, die Wahl eines Mitglieds- und eines stellvertretenden Mitglieds des Kuratoriums des Lette-Vereins, den Tagesordnungspunkt 11, die Drucksache 19-1058, die Wahl eines Mitglieds- des Kuratoriums des Pestelozzi-Fröbelhauses sowie den Tagesordnungspunkt 12, die Drucksache 19-1247, die Wahl eines Mitglieds des Beirats der Berliner Stadtwerke GmbH. Die Wahlvorschläge der AfD-Fraktion für diese Gremien haben in den letzten Sitzungen keine Mehrheit gefunden. Die AfD-Fraktion schlägt heute zur Wahl vor für den Untersuchungsausschuss Herrn Abgeordneten Robert Eschricht als stellvertretendes Mitglied und Herrn Abgeordneten Karsten Woldeit als stellvertretenden Vorsitzenden. Für die G10-Kommission Herrn Abgeordneten Martin Treffzer als Mitglied und Herrn Abgeordneten Karsten Obelode als stellvertretendes Mitglied. Für das Präsidium Herrn Abgeordneten Mark Wallenda und Herrn Abgeordneten Thorsten Weiß als Mitglieder. Für den Ausschuss für Verfassungsschutz Herrn Abgeordneten Gunnar Lindemann als Mitglied und Herrn Abgeordneten Tommy Tabor als stellvertretendes Mitglied. Für das Kuratorium der Landeszentrale für politische Bildung Herrn Abgeordneten Frank Christian Hansel als Mitglied und Herrn Abgeordneten Harald Latsch als stellvertretendes Mitglied. Für das Kuratorium des Lettel-Vereins Herrn Abgeordneten Rolf Wiedenhaupt als Mitglied und Herrn Abgeordneten Karsten Woldeit als stellvertretendes Mitglied. Für das Kuratorium des Pestelotzi-Fröbelhauses Frau Abgeordnete Janett Aurecht als Mitglied und Herrn Abgeordneten Alexander Bertram als stellvertretendes Mitglied. Und für den Beirat der Berliner Stadtwerke GmbH Herrn Abgeordneten Dr. Hugh Bronson als Mitglied. Die AfD-Fraktion hat eine geheime Wahl beantragt. Die Fraktionen haben sich einvernehmlich darauf vereinbart, diese Wahlen in einem Wahlgang durchzuführen. Sie erhalten jetzt also acht Stimmzettel in verschiedenen Farben. Die Stimmzettel sehen jeweils die Möglichkeit vor, Ja, Nein oder Enthaltung anzukreuzen. Für jeden Vorschlag darf nur ein Feld angekreuzt werden. Und auch heute gilt Stimmzettel ohne ein Kreuz mit mehreren Kreuzen für einen Vorschlag anders als durch ein Kreuz gekennzeichnet oder mit zusätzlichen Bemerkungen oder Kennzeichnungen sind ungültig. Die Stimmzettel dürfen gleich nur in den Wahlkabinen und nur mit den darin bereitgestellten Stiften ausgefüllt werden. Die Stimmzettel sind noch in der Wahlkabine einmal zu falten und in den Umschlag zu legen. Abgeordnete, die ihre Stimmzettel außerhalb der Wahlkabine kennzeichnen oder in den Umschlag legen, sind nach § 74 Absatz 2 der Geschäftsordnung zurückzuweisen. Der Umschlag ist auch erst dann in die Wahlurne zu legen, wenn die Stimmatgabe von einer Beisitzerin oder einem Beisitzer vermerkt worden ist. Bitte geben Sie dazu Ihren Namen an und warten, bis Ihr Name auf der Liste abgehakt worden ist. Es stehen jetzt gleich wieder acht Wahlkabinen zur Verfügung. Abgeordnete, der Namen mit A bis K beginnen, wählen bitte von Ihnen aus gesehen auf der linken Seite. Und wenn Ihr Name mit L bis Z beginnt, nutzen Sie bitte die rechte Seite. Ich weise darauf hin, dass die Fernsehkameras nicht auf die Wahlkabinen ausgerichtet werden. Dürfen alle Plätze hinter den Wahlkabinen und um die Wahlkabinen herum bitte ich jetzt frei zu machen. Wir werden die Sitzung nach dem Ende der Wahlen unmittelbar fortsetzen und nicht für eine Auszählung unterbrechen. Und ich bitte nun den Saaldienst, die vorgesehenen Tische und Wahlkabinen aufzustellen. Dann darf ich auch schon die Beisitzerinnen und Beisitzer bitten, ihre vorgesehenen Plätze einzunehmen. Wenn Ihr Naam beim Wasser los kul говорил, bin ich hier inne. Ich bitte noch nicht. Ich bitte noch nicht. Und ich bitte noch nicht. Ich bitte noch nicht. Ich bitte noch nicht. Ich bitte noch nicht. Bitte noch nicht. Dann darf ich nicht. Was darf ich nicht. Und ich bitte noch nicht. Aber gerne nicht. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Frau Tamara Lüttke, Herr Frank Luhmann, Frau Sevim Aydin, Herr Frank Balzer, Herr Alexander Bertram, Frau Daniela Billig. Herr Lars Bozian, Frau Tuba Bosko, Frau Kerstin Brauner, Frau Elke Breitenbach, Herr Martin Matz, Frau Bettina Meisner, Herr Heiko Melzer, Herr Sven Mayer. Das sieht so kalt aus. Aber hier drin, sonst merkt man es nicht so. Das ist wirklich ganz einfach. Ja, eigentlich sonst nicht so. Herr Per-Mock-Stümer, Herr Dr. Ersin Nass, Herr Reinhard Naumann, Frau Laura Neugebauer, Frau Dr. Christine Brinker, Herr Dr. Hugh Bronson, Herr Antonin Brusek, Frau Franziska Brüchzi. Ich bin die Maya. Ja. 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 Herr Andreas Otto, Herr Prof. Dr. Martin Pätzold, Herr Mike Penn, Frau Katharina Pirot-Marnelli, Herr Tom Czewinski, Frau Dr. Ina Ciborra, Herr Michael Dietmann, Herr Florian Dörstelmann, Herr Boka Dregger, Herr Lars Düsterhöft, Herr Ario Ebrahim Furmürzai. Frau Elif Ereb, Frau Oeke Ratzewil, Herr Lars Rauchfuß, Herr Sven Rissmann, Herr Christian Ronneburg, Herr Robert Eschricht, Herr Stefan Evers, Herr Christopher Förster, Herr Vassili Franco, Herr Raed Saleh, Herr Dr. Martin Sattelkau, Herr Lukas Schaal, Herr Carsten Schatz, Herr Alexander Freier-Winterwarp, Herr Dani Freimark, Frau Olga Gaux, Frau Silke Gebel, Herr Andreas Geisel, Frau Katalin Gennburg, Frau Iris Gertig, Frau Franziska Giffey, Frau Klara Schädlich, Herr Sebastian Scheel, Herr Olaf Schenk, Herr Niklas Schenker, Herr Sebastian Schlüsselburg, Frau Katrin Schmidberger, Frau Ines Schmidt, Frau Dr. Manuela Schmidt, Herr Stefan Schmidt, Frau Julia Schneider, Herr Thorsten Schneider, Herr Tino Schopf, Herr Ronald Gläser, Herr Christian Goyny, Frau Miriam Gollm, Herr Christian Greff, Herr Werner Sebastian Graf, Herr Adrian Grasse, Herr Niklas Grasselt, Frau Katharina Günther Wünsch, Herr Arituril Hack, Frau Dr. Baha Haganipur, Herr Frank Christian Hansel, Herr Stefan Hensch, Frau Oda Hassepass, Herr Dennis Haustein, Herr Sven Heinemann, Frau Anne Helm, Herr Niklas Schrader, Frau Katina Schubert, Herr Matthias Schulz, Herr André Schulze, Herr Julian Schwarze, Frau Cornelia Seibelt, Frau Kathrin Seidel, Frau Katharina Senge, Herr Roman Simon, Frau Iris Spranger, Herr Stefan Standfuß, Herr Alexander Herrmann, Herr Marcel Hopp, Herr Dr. Timur Hussein, Frau Bettina Jarasch, Herr Dr. Robin Junke, Frau Dr. Susanna Kahlefeldt, Frau Antje Kappek, Frau Sandra Kalatbari, Herr Dirk Stettner, Herr Jörg Ströter, Herr Tommi Tabor, Herr Dr. Stefan Taschner, Frau Jun Tomiak, Herr Martin Trefzer, Herr Karsten Obelode, Frau Lilia Usik, Herr Damiano Vagliolio, Herr Mark Wallenda, Frau Dr. Petra Wandrei, Frau Dr. Petra Wandrei, Frau Linda Vierecke, Frau Kathrin Walen, Herr Sebastian Walter, Herr Kurt Wanzner, Herr Christoph Wabler, Herr Dr. Alexander King, Frau Hendrike Klein, Frau Lisa Knack, Herr Ferrat Kotschak, Frau Bettina König, Herr Scott Körber, Herr Dr. Matthias Kollatz, Herr Johannes Kraft, Herr Louis Krüger, Frau Melanie Kühnemann-Gruno, Herr Thailan Kurt, Herr Kai Wegner, Frau Dr. Claudia Wein, Herr Thorsten Weiß, Herr Daniel Wesener, Herr Rolf Wiedenhaupt, Herr Björn Wohlat, Frau Tonka Wojan, Herr Carsten Woldeit, Frau Dunja Wolf, Herr Christian Zander, Herr Stefan Ziller, Herr Steffen Zillig, Herr Hospital, Herr introduziert die Konstantin, Frau Dr.iel Ingoth, Herr Solid harness, Vielen Dank. 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 Und wir haben die Anordnungsebene auf die Präsidialebene und zeitlich begrenzt hochgesetzt. Wie gesagt, sehr konservativ. Wie gesagt, meine Damen und Herren von der Koalition, wir unterstützen Sie dabei, im Rahmen der Polizeigesetzgebung das Land Berlin sicherer zu machen. Ich wünsche mir ein sicheres Berlin, ein sicheres Berlin und Sie haben uns an Ihrer Seite. Und lassen Sie mich abschließend sagen, wenn es nicht in eine richtige Richtung kommt, dann wird es immer fataler und fataler. Und lassen Sie nicht kostbare Zeit verstreicht, meine Damen und Herren. Ich danke Ihnen. Für die CDU-Fraktion hat der Kollege Hentsch das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Auch mit diesem Gesetzesvorschlag bleibt sich die AfD wieder einmal treu. Mit Blick auf die derzeitige Migrations- und Kriminalitätsdebatte versuchen die Kolleginnen und Kollegen von der ganz äußeren rechten Seite sich wieder einmal mit einfachen Lösungen. Doch wie bei fast allen Dingen, die von der AfD kommen, die von dort aus vorgeschlagen werden, ist es meist eben mit einfachen plakativen Lösungen nicht getan. Frei nach dem Motto, wenn wir erstmal die Schleierfahndung im Asog wieder aufnehmen, dann wird alles wieder gut. Unerlaubte Migration und Kriminalität hört auf und wir leben wieder im Land der Glückseligen. Damit ist es nicht getan, meine Damen und Herren. So einfach ist es eben nicht. Indem man einfach den zusätzlichen Absatz in das Asog wieder hineinschreibt, wird sich an Migration und Kriminalitätslage in unserem Land erst einmal gar nichts verändern. Die Schleierfahndung ist ein Instrumentarium, was durchaus dazu geeignet sein kann, kriminelles Handeln aufzuklären. Sie kann aber Kriminalität nicht verhindern, da sie nämlich keinen Zugriff auf die Ursachen kriminellen Handelns hat, sondern lediglich bei den Folgen eines bereits begangenen Verbrechens anknüpfen kann. Die Schleierfahndung, anders als Sie es darstellen, ist also kein Allheilmittel, wodurch Kriminalität zukünftig nicht mehr stattfinden wird. So wird es nicht sein. Dazu muss immer auch im präventiven Bereich an die Wurzeln und Ursachen von Kriminalität herangegangen werden. Wenn man dazu einmal auf die Schleuserkriminalität blickt, liegt der Schlüssel für die Verbrechensvermeidung beim Schutz, in diesem Fall beim Bund, indem er endlich einen wirksamen Schutz für die deutschen Außengrenzen schafft. Richtig ist aber auch, und das gehört zur Wahrheit dazu und sei an dieser Stelle auch einmal angemerkt, dass es bis zum Jahr 2004 im Berliner Asog eine Regelung zum Thema der Schleierfahndung gab, was damals von Rot-Grün gestrichen wurde. Letztlich ist es aber Sinn und Zweck der Schleierfahndung, nach dem Wegfall der Grenzkontrollen im Schengen-Raum grenzüberschreitende Kriminalität aufgreifen, aufklären und bekämpfen zu können. Unter anderem wird die Schleierfahndung daher auch in Ländern wie Brandenburg und Bayern durchaus wirksam zur Verbrechensbekämpfung eingesetzt. Die Situation in Brandenburg und Bayern unterscheidet sich aber in einem ganz wesentlichen Punkt von der Berliner Ausgangslage. Im Gegensatz zu Brandenburg, ich weiß nicht, ob Sie mal auf die Landkarte geguckt haben, ist Berlin nämlich ein Binnenland. Wir haben keine innereuropäischen Grenzen. Und gerade auf eine derartige geografische Lage zielt die von der AfD vorgeschlagene Gesetzesänderung ab, wenn Sie, und ich zitiere, zur vorbeugenden Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität verweisen. Grenzen der Bundesrepublik Deutschland werden aber in aller Regel nicht in Berlin übertreten, wenn man vom Flughafen BEA einmal absieht. Und dort wird kontrolliert. Und der liegt auch in Brandenburg. Das ist auch noch wichtig dazu. Ob und wie eine Schleierfahndung auch im Binnenland Berlin wirksam sein kann, steht auf einem anderen Blatt. In Berlin kann die Schleierfahndung allenfalls auf überregionalen Strecken, Autobahnen, Bundesstraßen, Zug, Fernverkehr, die nach Berlin hineinführen, angewandt werden. Diese Einfallsrouten nach Berlin hat die Brandenburger Polizei aber Gott sei Dank bereits schon auf dem Schirm. Derzeit ist es ja auch nicht so, dass die Berliner Polizei nicht weiß, was sie mit ihren Beamten und mit ihrer Tageszeit und Dienstzeit so anfangen soll. Aufgrund der herangetragenen Aufgaben an sie und der angespannten Sicherheitslage ist die Auslastungskapazität bei der Berliner Polizei im Moment an einem oberen Punkt angelangt. Und dazu kommt auch noch, dass die Beamten und Beamten an den Tagen, die nun wieder ausreichend warm und mild werden, offensichtlich aufs Neue irgendwelche verhuschten, selbsternannten Klimaretter von den Straßen holen muss. Hinzu kommt noch, meine Damen und Herren, dass wir gerade mit der ASOG 1-Novelle wichtige Maßnahmen ergriffen haben, um die Arbeitsmöglichkeiten und die inhaltliche Durchsetzungskraft der Berliner Polizei zu verbessern. Das ist ein erster Schritt. Und wir werden noch weitere Schritte gehen und das ASOG weiter ertüchtigen. Und sicherlich werden wir dabei auch noch einmal das Thema der Schleierfahndung in den Blick nehmen und gegebenenfalls auch noch einmal diskutieren. Aus gutem Grund wird daher Ihr Antrag auch in den Innenausschuss überwiesen. Erhält dann auch die Möglichkeit, dass die Polizei dort... Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Nö, ich bringe die Sache jetzt hier zu Ende. Die Polizei die Möglichkeit, ihre fachliche Expertise zu der generellen Frage darzulegen, ob und in welchem Umfang die Wiedereinführung der Schleierfahndung in Berlin zu einem besseren Ergebnis bei der Verbrechensbekämpfung führen kann. Aus diesem Grunde sind wir auf die Diskussion im Innenausschuss bereits jetzt sehr gespannt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Für die Fraktion Bündnis 90 Grüne hat der Kollege Franco jetzt das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Woldeit, wieder einmal spielen Sie in politisches Bullshit-Bingo. Denn die AfD hat den nächsten Law-and-Order-Klassiker aus der Mottenkiste geholt und fordert jetzt die Einführung der Schleierfahndung in Berlin. Da werden Sie mir jetzt entgegnen, das hält ja selbst das Bundesverfassungsgericht für zulässig. Was Sie aber verschweigen ist, welche Voraussetzungen das Bundesverfassungsgericht vorgibt. Es muss einen expliziten Grenzbezug geben. Ich übersetze das mal für Sie, dass Sie es anscheinend nicht verstanden haben. Zulässig ist die Schleierfahndung innerhalb von 30 Kilometern zu einer internationalen Grenze. Jetzt weiß ich nicht, welche Karten die AfD benutzt, aber auf der Deutschlandkarte, die ich kenne, habe ich keine solche gefunden. Und die Zeit, in der es in Berlin Grenzen und Mauern gab, die ist zum Glück vorbei. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Von? Des Abgeordneten Woldeit. Nö, das brauchen wir hier nicht im Plenum. Zweite Ausnahme auf internationalen Verkehrswegen. Das ist aber in dem Gesetzentwurf, den Sie vorgelegt haben, natürlich nicht formuliert. Das, was Sie wollen, sind willkürliche und anlasslose Kontrollen im gesamten öffentlichen Verkehrsraum, eben ohne den erforderlichen Grenzbezug. Und auch wenn die alten weißen Männer von rechts außen das nie verstehen und erst recht nicht selbst nachvollziehen werden, ja, genau das ist ein Einfallstor für Racial Profiling. Sich in seiner Begründung des Antrags mit Verfassungskonformität zu rühmen, aber bei Bundesverfassungsgerichtsrechtsprechung zu ignorieren, das nennt die AfD in diesem Haus parlamentarische Arbeit. Und damit ist eigentlich auch alles gesagt, meine Damen und Herren. Es ist auch kein Geheimnis. Es geht Ihnen auch nicht um die Gefahrenabwehr. Sie wollen Menschen, die nicht in Ihr Weltbild passen, aus diesem Land kontrollieren, kriminalisieren und am Schluss deportieren. Wir brauchen keine verfassungswidrige Grenzpolizei, nur weil Sie und Ihre rechten Freunde in ganz Europa die Grenzzäune wieder hochziehen wollen. Dazu werden Sie zumindest in Berlin keine Chance bekommen. Und wir werden mit Sicherheit dafür einstehen, dass es Ihnen auch weiterhin nicht gelingt. Vielen Dank. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion hat der Kollege Matz jetzt das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die sogenannte Schleierfahndung findet in Berlin keine rechtliche Regelung im Asog mehr. Und so soll es auch bleiben aus unserer Sicht. Denn anders als die AfD-Fraktion in ihrem Antrag behauptet, ist dieses Instrument für Berlin eben kein effektives, verhältnismäßiges oder effizientes Mittel zur Bekämpfung von Kriminalität. Es handelt sich in einem Stadtstaat wie Berlin ohne eine unmittelbare Außengrenznähe oder klassische Transitstrecken bei der Schleierfahndung um eine sicherheitspolitisch zwar aufwendige, gleichzeitig aber sehr ineffiziente Maßnahme. Mehr noch, die Schleierfahndung ist in einem Metropolenraum sicherheitspolitisch eher kontraproduktiv. Alles in allem gesagt, es fehlt nicht ganz. Es fehlen klare Belege dafür, ob mithilfe von Schleierfahndung tatsächlich schwere Straftaten in Berlin verhindert werden könnten. Dieses Instrument war zwischen 1999 und 2002 schon mal im Asog enthalten. Es wurde ganze achtmal eingesetzt und führte überwiegend zur Ermittlung von Delikten wie Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Führerschein, aber nicht zu dem, was man sich eigentlich im Kriminalitätsbekämpfungssinne davon erhofft hat, sodass die Regelung 2004 wieder aufgehoben wurde. In Hessen wurden zwischen 2001 und 2015 im Rahmen von Schleierfahndung insgesamt 1,6 Millionen Fahrzeuge und 3,2 Millionen Personen kontrolliert. Allerdings hat das nur in 0,9 Prozent der Fälle zu irgendwas geführt. Doch es geht hier nicht nur um die Frage der Effektivität. Anlasslose polizeiliche Personenkontrollen im gesamten Stadtgebiet stellen einen Grundrechtseingriff dar und müssen deswegen auch besonders gut begründet werden. Solche Eingriffe haben wir, also dass die Personenkontrollen ohne Anlass durchgeführt werden können, das haben wir an kriminalitätsbelasteten Orten, das hätten wir theoretisch auch in Waffenverbotszonen. Da kann ich mir das vorstellen, aber nicht einschränkungslos in der ganzen Stadt. Und natürlich muss man es schon in einem Zusammenhang sehen, auch mit einem Thema wie angeblichem, also behauptetem oder tatsächlichem Racial Profiling. Wir sollten jedenfalls den Bürgerinnen und Bürgern gegenüber nicht den Eindruck erwecken, dass diese Ausweitung von Befugnissen der Polizei die Sicherheit erhöht, sondern wir sollten das ASOK lieber nur für die Instrumente ändern, von denen wir uns tatsächlich etwas versprechen, die uns also in der Kriminalitätsbekämpfung wirklich auch faktisch weiterbringen und da dann aber auch mit Tatkraft und Entschlossenheit rangehen. Und das ist das, was diese Koalition schon getan hat und was sie in den folgenden Jahren auch noch weiter tun wird. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Für Die Linke hat der Kollege Schrader jetzt das Wort. Ja, sehr geehrte Präsidentin, meine Damen und Herren, es ist korrekt, Herr Matz hat es gesagt, die Schleierfahndung wurde von Rot-Rot im Jahr 2004, habe ich recherchiert, abgeschafft. Und zwar zu Recht. Und dass die AfD gerne mal rückwärts schaut und sich bei den Anträgen an vergangenen Zeiten orientiert, das ist ja nun nicht das erste Mal, also keine Überraschung, aber man kann das jetzt schon noch mal rekapitulieren, wie das war. Wir Linken haben gemeinsam mit den Grünen damals in den 1990er Jahren auch gemeinsam mit Bürgerrechtsorganisationen gegen die Einführung dieser Schleierfahndung gekämpft und als die politische Mehrheit dann gemeinsam mit der SPD da war, also zumindest Linke und SPD damals, PDS, da wurde sie auch mit unseren Stimmen wieder abgeschafft. Und da waren zwei Gründe. Ja, war damals mit der SPD auch mal möglich, so etwas zu machen. Zwei Gründe waren da maßgeblich. Das erste war einfach, es wurde festgestellt, das war nutzlos. So, und da will ich hier mal jemanden ins Feld führen, der, glaube ich, des Linksextremismus unverdächtig ist, nämlich den damaligen Insenator Erhard Körting, SPD. Der hat gesagt, hier, ich zitiere mal aus der Zeitung Die Welt, aus März 2004, für Berlin hat sich das Instrument der Schleierfahndung als praktisch bedeutungslos erwiesen, sagte Herr Körting. Von 1999 bis 2002 habe man lediglich achtmal Kontrollen veranlasst, die nicht in einem einzigen Fall zu Erfolg geführt hätten. Daher sei das Instrument auch verzichtbar. So, ich glaube, viel mehr muss man dazu nicht sagen. Und zweitens, die Diskussion hatten wir damals auch schon, die wir auch heute Morgen in der Aktuellen Stunde hatten, anlasslose Kontrollen sind in der Tat ein Einfallstor für Racial Profiling. Und es spricht schon Bände, dass die AfD das von sich aus hier mit ihrem Antrag in Verbindung bringt. Aber wenn es keinen Grund für eine Polizeikontrolle geben muss, dann kommen eben in der Gesellschaft verbreitete Stereotype zum Tragen bei der Auswahl der Personen. Und wer behauptet, Racial Profiling gibt es nicht, weil es ist ja verboten. Dem sei hier auch mal die wissenschaftliche Untersuchung des Sachverständigenrats für Integration und Migration aus dem letzten Jahr vorgehalten. Die haben das nämlich untersucht und die kommen ganz klar zu dem Ergebnis. Personen, die aufgrund von äußerlichen Merkmalen als ausländisch wahrgenommen werden, werden doppelt so häufig von der Polizei kontrolliert, wie Personen, deren Erscheinungsbild der Standard deutschen weißen Norm entspricht. So, das ist Fakt und das ist auch nicht ein juristisches Argument, jedenfalls nicht nur, sondern ein praktisches Argument. Und das ist übrigens auch das, was mit struktureller, institutioneller Diskriminierung gemeint ist. Weil ich glaube, heute Morgen in der aktuellen Stunde, insbesondere bei der CDU, wurde es nicht verstanden, was das überhaupt bedeutet. Deshalb soll die Polizei ihre Arbeit machen. Sie sollen Leute kontrollieren, wenn sie denn einen Anlass dafür haben. Aber anlasslose Kontrollen brauchen wir nicht mehr, sondern weniger. Und deshalb sagen wir in einer freiheitlichen Demokratie, da ist es nötig, dass man polizeiliche Befugnisse auch kritisch hinterfragt. Und die Schleierfahndung ist ein gutes Beispiel dafür, dass es sinnvoll ist, so eine Befugnis, die dann bürgerrechtlich bedenklich ist, nutzlos ist, auch wieder abzuschaffen. Vielen Dank, Herr Kollege. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Vorgeschlagen wird die Überweisung des Gesetzesantrags an den Ausschuss für Inneres, Sicherheit und Ordnung. Widerspruch hierzu höre ich nicht. Dann verfahren wir so. Tagesordnungspunkt 16 steht auf der Konsensliste. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 17, Vorlage zur Beschlussfassung, Drucksache 191512. Viertes Gesetz zur Änderung des Berliner Architekten- und Baukammergesetzes. Ich eröffne die erste Lesung der Gesetzesvorlage. Eine Beratung ist nicht vorgesehen. Vorgeschlagen wird die Überweisung der Gesetzesvorlage an den Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Wohnen. Widerspruch dazu höre ich nicht. Dann können wir so verfahren. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 18, Beschlussempfehlung des Ausschusses für Mobilität und Verkehr und Beschlussempfehlung des Hauptausschusses, Drucksache 191416. Zum Antrag der Fraktion Die Linke, Drucksache 191048. Mobilität für alle, ein kostenfreies öffentliches Fahrradverleihsystem für Berlin. In der Beratung beginnt die Fraktion Die Linke und hier der Kollege Schenker. Ja, bitteschön. Vielen Dank. Dann würde ich jetzt gerne die Mobilitätssenatorin zitieren, weil die ist gar nicht anwesend bei diesem schönen Thema. Dann würde ich darüber abstimmen lassen. Wer dem Antrag, die Senatoren zu zitieren, zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Linksfraktion, die Fraktion Bündnis 90 Grüne, die AfD-Fraktion und ein fraktionsloser Abgeordneter. Gegenstimmen, Enthaltungen bei Enthaltungen der CDU-Fraktion und der SPD-Fraktion? Warten wir dann auf das Eintreffen der Senatoren. Danke. 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 Vielen Dank. Dann können wir mit der Tagesordnung fortfahren. Ja, wunderbar. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, knapp ein Jahr regieren CDU und SPD jetzt in Berlin zusammen und mein Fazit für den Radverkehr lautet, stoppen, anhalten, bremsen, egal wie Sie es nennen wollen. Die Verkehrswende wird jedenfalls ausgebremst. Zahlreiche Radwegeprojekte wurden gestoppt, verzögert oder Gelder sind verfallen. Wir lesen das immer wieder. Kein Wunder, die CDU hat sich im Wahlkampf als Anwältin für das Auto aufgeschwungen und bleibt sich selbst leider treu. Das muss man immerhin anerkennen. Ich würde mal sagen, das, was wir in Berlin erleben, ist gerade so etwas wie eine Cancel Culture für die Mobilitätswende. Und es geht ja nicht nur um Radwegeprojekte, denen Sie an den Kragen wollen, sondern Sie blockieren auch Verkehrsberuhigung oder mehr Aufenthaltsqualität durch Kiezblocks. Also, ich bin aber überzeugt, wir brauchen eine Mobilitätspolitik, die alle im Blick hat. Und dazu gehören eben auch die vielen 10.000 Berlinerinnen und Berliner, die täglich mit dem Fahrrad unterwegs sind oder unterwegs sein wollen. Und das wollen Sie schnell, bequem und vor allem sicher. Und zu einer guten Radinfrastruktur gehört neben sicheren Radwegen mehr Abstellmöglichkeiten, auch so etwas wie Fahrtreparaturstationen, eben auch mehr Räder in der Stadt. Und da kann ein besser ausgebautes, öffentliches, auch, es ist einọ frocis gymnasium, wie es das, wenn man sich mit dem noch ein Aufenth إ fazem. Vielen Dank. 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 ... 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 17, nein, 115, Enthaltungen 3, damit nicht gewählt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das wird nicht gehen ohne Kernenergie. Und Ihre Leute wissen das. Und die Hälfte Ihrer Fraktion, die ist ja mit dem Kollegen, ich schaue gerade an unser Handy, mein Freund Freimark, da bist du ja, er lehnt ja die Atomkraft völlig ab, sagt es auch immer. Also Sie müssen sich da in Ihrer eigenen Partei erst mal klar machen und dann reden wir weiter. Und das Thema Russland können Sie einfach mal vergessen. Wir stehen hier für die Bürger unseres Landes. Wir wissen, wie wir unser Land weiterbringen, wirtschaftspolitisch, technologisch und in die Zukunft. Sie sind die Leute von gestern. Vielen Dank. Der Kollege Hentsch hätte nun die Gelegenheit, darauf zu antworten, aber er verzichtet. Damit hat für die Fraktion Bündnis 90 die Grünen nun der Kollege Dr. Taschner das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Im April letzten Jahres wurde mit dem Abschalten der letzten deutschen AKWs das Ende der deutschen Atomkraft-Ära ein für alle Mal besiegelt. Stattdessen bauen wir eine klimafreundliche und risikoarme Energieversorgung aus Wind und Sonne auf. Und von diesem einzig vernünftigen und sinnvollen Weg werden wir uns auch von der Energiefragen rückwärtsgewandten AfD nicht abbringen lassen. Denn dieser Weg, er macht uns nicht nur unabhängiger, sondern er ist auch wirtschaftlich vernünftig. Denn entgegen der von der AfD weit verbreiteten Erzählung ist Kernkraft weder günstig noch risikoarm. Atomkraft ist und bleibt eine Hochrisikotechnologie. Die vielen Zwischenfälle weltweit, aber insbesondere die schrecklichen Katastrophen von Tschernobyl und Fukushima und deren furchtbaren Folgen für Mensch und Natur haben uns das mehr als deutlich gezeigt. Aber auch der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine führt uns deutlich vor Augen, welche Gefahr von AKWs ausgehen. Kein Atomkraftwerk weltweit ist auf kriegerische oder terroristische Angriffe vollständig vorbereitet und ausreichend geschützt. Auch deswegen hat der Atomausstieg unser Land sicherer gemacht. Hartnäckig hält sich auch immer noch der Mythos Atomkraft sei besonders künstlich. Das Gegenteil ist der Fall. Atomkraft verursacht hohe Kosten über den Bau, den Betrieb bis zum Rückbau, bis zur Endlagerung des Atommülls, also über die gesamte Lebensdauer. Und zudem sind die Kosten von einer Kilowattstunde aus Atomstrom bis zu viermal höher als die Kosten einer Kilowattstunde von Erneuerbaren. Und diese Schere geht rasant weit auseinander. Also werden die Kosten für Erneuerbare sinken, steigen die Kosten für den Bau von Atomkraftwerken ins Unermessliche. Schauen Sie sich doch mal die Kosten und die Zeitverzögerung der letzten AKW-Projekte in Europa an. Florm und Will, elf Jahre Verzögerung, viermal so hohe Kosten. Nicht anders sieht es beim finnischen Meiler Okiluota aus. Und auch wenn wir nach Großbritannien schauen, wo der mit Hinkley Point C, ein neuer Atomkraftreaktor, gebaut wird, zeichnet sich dasselbe ab. Und wer zahlt zum Schluss die hohen Kosten? Die Verbraucherinnen und Verbraucher über hohe Atomstromkosten. Und wer die Zukunft vielleicht in diesen sogenannten Mini-AKW sah, wurde ebenfalls erst kürzlich von der Realität eingeholt. Ein Vorzeigeprojekt in den USA wurde erst kürzlich gestoppt. Grund dafür, die Baukosten sind einfach zu hoch. Und, welche Überraschung, Solar und Wind sind deutlich günstiger und schneller zu haben. Aber auch mit dem fortschreitenden Klimawandel werden Atomkraftwerke zunehmend schwieriger zu betreiben, dass sie für die Kühlung immens viel Wasser brauchen. 2022 musste deswegen Frankreich zum einen aufgrund von Wassermangel Umweltauflagen massiv außer Kraft setzen, beziehungsweise einige Reaktoren wurden sogar getrosselt. Um eine nachhaltige Energiepolitik brauchen wir eben keine Atomkraft, sondern günstige und vor allem klimakrisensichere Erzeugung von Strom. Und die gute Nachricht ist, mit Wind- und Solaranergie gibt es bereits eine Lösung. Und die werden wir in Zukunft massiv ausbauen. Keiner braucht Atomkraft. Vielen Dank. Und für die SPD-Fraktion hat die Kollegin Wolf das Wort. Ja, da muss man erst mal durchatmen, wenn man das alles gehört. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Abgeordnete, ich strahle Sie an. Ich strahle Sie an, ich kann mir das auch leisten, denn ich stamme aus Brunsbüttel. Da bin ich geboren, tatsächlich und aufgewachsen bis zu meinem 16. Lebensjahr. Und 1978 gab es dort einen Störfall. Das hat keinen Spaß gebracht für niemanden von uns. Wir hatten wirklich Angst, das kann ich Ihnen sagen. Nebenwirkungen waren nicht zu lesen in einer Packungsbeilage. Nein, aber ich habe Glück gehabt. Wir alle dort hatten wirklich Glück. Und in Tschernobyl und in Fukushima hat Natur und Mensch kein Glück. Bis heute nicht. Das Ausmaß der Katastrophe ist gigantisch. Das müssen wir einfach wissen. Und Brunsbüttel hat mir schon als Jugendliche, als Jugendliche schon klargemacht, und Sie haben es gerade eben richtig erwähnt, Atomkraft ist in jeder Hinsicht Hochrisikotechnologie. Die SPD lehnt die Rückkehr zur Kernkraft selbstverständlich ab. Ich könnte an dieser Stelle meine Rede enden lassen. Aber nein, das tue ich nicht, weil die Energiepolitik ist doch viel zu wichtig. Und Sie müssten doch eigentlich wissen, dass Ihr Antrag auf der Bundesebene besprochen werden muss. Und natürlich nicht hier. Wir können das hier sowieso nicht regeln. Und Sie leugnen den Klimawandel. Meine Güte, immer noch. Sie leugnen immer noch den Klimawandel. Sie verschweigen in Ihren wunderbaren Anträgen natürlich, die nicht wunderbar sind, auch die Gefahren. Die verschweigen Sie ständig und immer wieder. Und es ist gerade gesagt worden, Endlagerproblematik ist nicht nur ungelöst, es verschlingt Milliarden. 450 Meter mittlerweile tief in die Erde reinbohren und wir wissen nicht, wo wir den ganzen Kram lassen sollen. In Brunsbüttel wissen Sie es nicht. Und Atomstrom, der war in der Tat nie günstig. Frankreich wird die Preise erhöhen, und zwar richtig erhöhen. Die Megawattstunde geht nach oben ab 2026. Und die neuen Kraftwerke, es ist gesagt worden, sie verteuern sich. Es ist verspätet. Und übrigens der Energieversorger, die EDF, schreibt Rekordverluste. Sollten Sie mal darüber nachlesen. All das sind Gründe, weshalb Deutschland längst aus der Atomkraft ausgestiegen ist. Und das ist auch gut so. Die AfD, Sie wollen zurück im Zeitalter der Kernkraft. Erstaunlicherweise wollen das Energiekonzerne eigentlich gar nicht so sehr. Nee, das stimmt nicht. Das sollten Sie vielleicht mal nachlesen. Und Sie verweisen übrigens auf, ach, jetzt waren es schon 22 Staaten, die sich für die Atomkraft aussprechen. Interessant. Sie erwähnen dabei aber nicht, dass über 110 auf derselben Weltklimakonferenz in Dubai den deutschen Kurs vom Meer Erneuerbare unterstützen. Das unterschlagen Sie natürlich. Das sagen Sie nicht. Es ist wirklich bedauerlich, wie Sie mit so verantwortungslos, wie Sie so damit umgehen. Das kann ich nicht anders sagen. Und wir werden natürlich und selbstverständlich diesen Antrag ablehnen. Und eins kann ich Ihnen versprechen. Ich habe mit 16 Jahren, und dieser Brief liegt hier, damals, weil ich nicht weiter wusste, an die Politik geschrieben, weil ich gesagt habe, Leute, das geht so nicht. Bitte, ich möchte diese Briefe nicht mehr schreiben, und die SPD wird diese Briefe nicht mehr schreiben. Danke. Und nun hat der Kollege Hansel noch mal das Wort für eine Zwischenintervention geschrieben. Ich war ja mal in der SPD, ich war mal in der SPD fünf Jahre, und ich lese jetzt erst die Erinnerungen von Franz Josef Strauß. Und der war der erste Atomminister. Und da sollten Sie mal lesen, Frau Kollegin, Sie sind ja ein bisschen jung, da sollten Sie mal lesen, dass die SPD die Atomfetischpartei war in dieser Republik. Die Atomfetischpartei. Die Arbeiterklasse in Deutschland wird durch die Atomenergie siegreich werden. Das steht da wörtlich auf dem Parteitag 55. Das sollten Sie sich mal angucken. Und jetzt noch mal zur Sache, was Sie hier bringen, was Sie hier bringen. Herr Kollege, man kann sich doch nicht alles anhören. Die Leute sollen doch mal in ihre eigene Tradition zurückgehen. Wer hat denn die Atomindustrie in Deutschland durchgesetzt? Helmut Schmidt war das, und er hatte Recht. Und Helmut Schmidt war heute bei uns, weil er mitgedacht hätte, weil Sie das nicht können. Und noch eine Geschichte. Der deutsche Sonderweg, der deutsche Sonderweg eines Hochindustrie-Landes, den machen Sie, und damit gehen Sie auch unter, erst mal in Ostdeutschland und demnächst auch im Rest. Frau Wolf wünscht nicht, dazu zu sprechen. Und damit hat für die Fraktion Die Linke nun der Kollege Scheele das Wort. Bitte schön. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Man kommt sich ja vor wie im Dollarhaus. Wir haben ja schon im letzten Jahr zum Antrag mit ähnlicher Zielrichtung gesprochen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, mal bei der AfD handelt es sich um Wiederkäuer der Bundesebene. Sozusagen immer wieder wird es wieder rausgebrochen, noch mal rein. Ich weiß nicht, was wir in Berlin hier machen. Ich kann Ihnen nur mitgeben, vielleicht einen anderen Punkt, weil viele richtige Sachen sind schon gesagt worden. Die Bundesrepublik Deutschland hat in voller Souveränität, darauf legen Sie doch mal viel Wert, den Ausstieg aus der Atomenergie beschlossen. Und wird ihn auch umsetzen. Wird ihn auch umsetzen. Wo ist also Ihr verdammtes Problem? Das können Sie ja als Fehler sehen. Ich sage nur, die Bundesrepublik Deutschland, wenn Sie jetzt gucken und alle anderen Länder hätten das gemacht. Man sollte hier, normalerweise sind es auch immer sehr ich-bezogen. Und auf unser Heimatland, Vaterland und hier ist alles toll. Und da auf einmal müssen Sie nach draußen gucken. Ich sage mal, in voller Souveränität haben wir diese Entscheidung getroffen, weil die Frage von Sicherheit, die Frage der Entlagerung und auch die Frage der Kosten überhaupt nicht geklärt ist. Und in keinem Verhältnis mehr steht zu den Risiken, die mit dieser Technologie einhergehen. Insofern muss ich auch aufräumen. Wir hatten zuletzt nicht mal mehr 6 Prozent Strom aus Atomen. Nicht mal mehr 6 Prozent. Und wenn Sie hier so tun, als würden diese 6 Prozent eine Preissenkung produzieren, dann haben Sie bis heute das Merit-Order-Prinzip nicht verstanden. Sie haben das Merit-Order-Prinzip nicht verstanden. Der Letzte, der Einschweiß, der Teuerste macht den Strompreis. Ist ein Problem, kann man darüber reden, ob das sinnvoll ist. Aber Ihre Aussage, dass der Atomstrom den Strompreis senken würde, ist einfach grundfalsch. Haben Sie es einfach nicht verstanden. Und lassen Sie mich einen kurzen Schlenker noch machen. Die Europäische Union ist gegründet worden auf Energie. Die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Euratom, das waren die großen Werte. Wir haben 2021 von der EU aus, sind wir auf dem Weg in die Energieunion. Und vielleicht auch sollten Sie das auch nochmal mitnehmen. Dass wir also in einem europäischen Verbundsystem sind. Und wenn andere Staaten in ihrer Souveränität andere Entscheidungen treffen, dann haben Sie das weder zu kritisieren, noch zu bemängeln, noch irgendwas. Wir sind in einem europäischen System und wir werden aufgrund unserer demografischen, geografischen Lage auch, auf der Grund der geografischen Lage auch darauf angewiesen sein, dass wir eine stärkere Vernetzung der europäischen Länder hinbekommen mit HGU-Leitungen. Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungsleitungen, die gebaut werden, damit wir auch auf die Wasserkraft der Skandinavier mit zugreifen können, damit wir dort Speichertechnologien haben, damit wir natürlich auch mit unseren anderen Nachbarländern vernünftigen Austausch werden. Herr Kollege, gestatten Sie noch eine Zwischenfrage? Doch, das ist da und das wird auch schon gebaut. Machen Sie sich dort doch einfach mal kundig. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Wallender? Ach, Wallender. Ach, nee, dann lieber doch nicht, es wird ein bisschen kompliziert. Also, ich kann nur sagen, Sie wollen, gucken Sie ins Atomansatz, Sie wollen weiter spaltbare Stoffe aus Plutonium, Uran, ohne Klärung der Entlagerung, ohne Klärung der Sicherheitsrisiken wieder ins Leben bringen. Und damit ist klar, die Zukunft Deutschlands liegt nicht bei der AfD, die Zukunft Deutschlands liegt nicht in der Vergangenheit. Vielen Dank. Vielen Dank. Und weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Vorgeschlagen wird die Überweisung des Antrags federführend an den Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten, Medien, sowie mitberatend an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Betriebe. Widerspruch höre ich nicht, dann verfahren wir so. Tagesordnungspunkt 35 steht auf der Konsensliste. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 36, Antrag der Fraktion Die Linke, Drucksache 19-1486. Bundesweiter Abschiebestopp für Jesidinnen und Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis aus völkerrechtlichen und humanitären Gründen. In der Beratung beginnt die Fraktion Die Linke. Bitte schön, Herr Kotschak, Sie haben das Wort. Der Kollege wünscht keine Zwischenfragen. Sehr geehrte Präsidentin, Kolleginnen, heute ist der 21. März. Nevros oder Norus spricht Neujahr für die Völker Mesopotamiens. In dem Sinne wünsche ich allen ein fröhliches Nevros-Fest, Nevros Pirozbe. Und unter uns, es gibt mindestens sechs Personen hier in diesem Saal, sechs Abgeordnete, die auch Nevros feiern. Und auch für Jesidinnen ist Nevros ein Tag der Hoffnung. Umso wichtiger, dass wir heute gemeinsam dem Antrag der Linken beschließen, stoppt die Abschiebungen von Jesidinnen. Und ich erkläre Ihnen, warum. Es ist gerade mal ein Jahr her, dass der Deutsche Bundestag einstimmig beschloss, den Genozid, den Völkermord durch den sogenannten islamischen Staat an den Jesidinnen im Irak anzuerkennen. Doch in Deutschland wird wieder regelmäßig in den Irak abgeschoben. Und immer öfter trifft das auch Jesidinnen, wie uns aus der Community berichtet wird. Die größte jesidische Diaspora in Europa lebt in Deutschland. Geschätzt rund 250.000 Menschen. Pro Asyl schätzt, dass derzeit bis zu 10.000 Jesidinnen ausreisepflichtig und von Abschiebungen in den Irak bedroht sind. Jesidinnen haben Ende des vergangenen Jahres teils monatelang in einem Camp auf der Bundestagswiese bei Regen und Schnee ausgeharrt, um gegen ihre Ausweisungen zu protestieren. Viele von ihnen sogar mit dem extremen Mittel des Hungerstreiks. Denn sie haben Angst. Und vielleicht hilft es, noch mal ins Gedächtnis zu rufen, wovor sie Angst haben und was 2014 passiert ist. In einem durch den amerikanischen Krieg vollkommen destabilisierten Irak breitete sich der islamische Staat aus, der mordend und vergewaltigend durch die Region zog. Innerhalb weniger Monate wurden bis zu 10.000 Jesidinnen ermordet, 7.000 Frauen und Kinder entführt, verkauft, vergewaltigt und unvorstellbare 400.000 Menschen vertrieben. Im Stich gelassen von der Welt waren es damals jesidische Selbstverteidigungseinheiten, die sich mit der Unterstützung der kurdischen Jepege und Jepege dem IS in den Weg gestellt und sehr viele Jesidinnen gerettet haben. Es war die kurdische Frauenbewegung, die mit dem Slogan Jin Jiyan Azadi den Vormarsch des IS insgesamt zurückgedrängt hat. Doch diese Menschen leiden in Deutschland wiederum unter politischer Repression. Wer Jin Jiyan Azadi, Frau, Leben, Freiheit, ruft und den Widerstand sowohl gegen den IS als auch gegen das Regime im Iran unterstützt, muss sich auch gegen die Kriminalisierung von Kurdinnen in Deutschland einsetzen. Mit Erlaubnis der Präsidentin möchte ich den Bundestagsbeschluss von 2023 zitieren. Ihre sichere Rückkehr, also die der Jesidinnen, ist aufgrund der hochvolatilen Sicherheitslage, die noch immer in Sinjar vorherrscht, kaum möglich. Immer wieder erstarken lokale Keimzellen des IS in Sinjar oder umliegenden Gebieten. Menschenrechtsorganisationen vor Ort berichten Ähnliches. Der IS und seine Ideologie sind nicht einfach verschwunden, sondern bedrohen nach wie vor das Leben der Menschen dort. Daher haben mehrere Bundesländer vor dem Hintergrund des Genozids, des Traumas und der aktuell noch drohenden Gefahr beschlossen, Jesidinnen unter keinen Umständen abzuschieben. Aus Berlin, soweit wir zumindest wissen, sind bisher keine Jesidinnen abgeschoben worden. Doch möglich ist es. Lassen Sie uns heute gemeinsam ein Zeichen setzen und Jesidinnen, die viel Leid erfahren, den Genozid überlebt und hier Zuflucht gefunden haben, ein sicheres Leben ohne Angst vor Abschiebung an den Ort des Traumas zu ermöglichen. Bitte stimmen Sie dem Antrag zu. Kolleginnen, heute ist der internationale Tag gegen Rassismus und ich möchte an den kürzlich verstorbenen und heute beigesetzten ehemaligen wissenschaftlichen Mitarbeiter hier im Abgeordnetenhaus, Mitbegründer der Opferberatungsstelle Reach Out Berlin und antirassistischen Aktivistin Biblab Basu erinnern. Er war der Anwalt rassistisch entrechteter und diskriminierter Menschen und kämpfte bis zuletzt an der Seite von Betroffenen für eine Gesellschaft ohne Rassismus. Berlin hat einen besonderen Menschen verloren. Biblab Basu wird in unseren Kämpfen weiterleben. Vielen Dank. Vielen Dank. Und für die Fraktion der CDU hat nun der Kollege Träger das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir beraten einen Antrag der Linksfraktion, mit dem Abschiebungen von Jesiden gestoppt werden sollen. Um es vorwegzunehmen, aus Berlin werden keine Jesiden abgeschoben. Der Antrag ist gegenstandslos. Wie Sie alle wissen, finden generell keine Abschiebungen nach Syrien statt. Das gilt insbesondere auch für Jesidinnen und Jesiden. Abschiebungen in den Nordirak finden ebenfalls aus Berlin nicht statt. Und in den Zentralirak werden nur schwere Straftäter und Gefährder abgeschoben. Und das ist ohne Frage zu begrüßen. Obwohl also dieser Antrag der Linksfraktion gegenstandslos ist, ist es gut, an das Schicksal der Jesiden zu erinnern, an dem wir Deutschen in den vergangenen Jahren intensiv Anteil genommen haben und den Deutschland in vorbildlicher Weise in hoher Zahl Schutz gewährt haben. Die Jesiden sind eine ethnisch-religiöse Minderheit, die ihr angestammtes Hauptsiedlungsgebiet im nördlichen Irak, in Nordsyrien und in der südöstlichen Türkei hat. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts waren sie gewalttätigen Versuchen eines Zwangsübertritts zum Islam durch das Osmanische Reich ausgesetzt. Es kam zu Massakern an den Jesiden. 1894 wurden während der vornehmlich an christlichen Armeniern und Arameern verübten Massaker der osmanischen Truppen auch tausende Jesiden getötet. Seit Anfang der 2000er Jahre sind sie wieder zur Zielscheibe fundamentalistischer Islamisten geworden und mussten um ihr Leben fürchten. Ab 2014 wurden Jesiden so dann zu Hauptopfern des sich ausbreitenden sogenannten islamischen Staates einer jihadistischen Miliz, die ein Kalifat errichten wollte. Diese verbrecherische Terrorgruppe betrachtete die Jesiden als Ungläubige und verfolgte und ermordete sie. Gefangene Frauen und Mädchen wurden versklavt. Das Ziel war die völlige Auslöschung der Jesiden. Wer nicht zum Islam konvertierte, wurde sofort erschossen. Es dauerte bis zum Dezember 2017, als der IS aus den letzten von ihm gehaltenen Gebieten im Irak vertrieben wurde. In Syrien hat es bis März 2019 gedauert. Das hat die Gefährdungslage der Jesiden zwar verbessert, aber wirklich sicher fühlen sie sich auch heute nicht. Düzentekal beschreibt es so, ich zitiere, Die Angreifer waren auch Nachbarn aus den umliegenden Dörfern. Der IS ist eine Ideologie und sie ist immer noch da. Zitat Ende. Herr Kollege, gestatten Sie noch eine Zwischenfrage des Abgeordneten Kotschak? Bitte schön. Bitte schön. Herr Kollege, Sie haben das gerade sehr gut geschildert. Dann stimmen Sie mir wahrscheinlich auch zu, dass wir uns dafür einsetzen sollten, dass es bundesweit keine Abschiebungen von Jesiden gibt, weil das ist auch Gegenstand dieses Antrages. Denn bundesweit gibt es Abschiebungen von Jesiden. Zuständigkeit für das Land Berlin. Dafür haben wir Verantwortung und dieser Verantwortung werden wir uneingeschränkt gerecht. Und deswegen bedarf es Ihres Antrages nicht. Und aus dem, was ich gerade von Düzentekal zitiert habe, folgt, dass auch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bei der Prüfung der Asylanträge einen bestehenden individuellen Verfolgungsdruck berücksichtigt und für jesidische IS-Opfer werden regelmäßig humanitäre Lösungen gefunden, jedenfalls hier in Berlin. Und das ist auch richtig so. Und somit ist der vorliegende Antrag der Linkspartei ohne Relevanz. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Und für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat nun der Kollege Omar das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Heute ist nicht nur der Internationale Tag gegen Rassismus, sondern auch das kurdische Neujahr Neuros. Neuros markiert in der kurdischen Geschichte sowie in der Geschichte der Völker der Region Mesopotamien eine historische Zeitenwende. Es erinnert daran, dass sich diese Völker des Irans, Kurdistans, Afghanistan und anderen Ländern unbeugsam gegen ihre Herrscher gesteht haben, die sie unterdrückten und ihre Menschenrechte beraubten. Neuros, meine Damen und Herren, symbolisiert damit den Widerstand dieser Völker gegen die Tyrannei und ihren tapferen Einsatz für Freiheit und Menschenrechte. In diesem Sinne wünsche ich allen Menschen, die heute Neuros feiern, ein friedliches und schönes Neujahrsfest Neuros-Birosbe. Viele Menschen, die heute feiern, erinnern sich leider auch dabei an das Jahr 2014 zurück, wie mein Kollege Kocak auch erwähnt hat, als der IS die schlimmsten Gräueltaten an der kurdischen Bevölkerung und insbesondere an der jesidischen Minderheit in Nordsyrien und in Nordirak, in irakisch Kurdistan und in Rojava verübt hat. Was den Jesidinnen und Jesiden widerfahren ist, meine Damen und Herren, lässt sich mit Menschenverstand wirklich nicht begreifen und kaum in Worten beschreiben. Die Terrormiliz IS hat sie abgeschlachtet, Frauen und Mädchen gekidnappt, gefangen gehalten wie die Tiere, missbraucht, vergewaltigt, versklavt und weiterverkauft. Jesidische Siedlungsgebiete wurden skrupellos überfallen, Familien gewaltsam auseinandergerissen. Jesidinnen wurden verschleppt zu Tausenden und getötet. Bei den IS-Verbrechen am esidischen Volk handelt es sich um nichts Geringeres als eine Genozeit. Und, meine Damen und Herren, das hat auch endlich der Deutsche Bundestag im letzten Jahr auch in einem überfraktionellen Beschluss einstimmig anerkannt. Ja, der IS scheint aktuell militärisch in Nordirak und in Nordsyrien militärisch besiegt zu sein, aber seine faschistische Ideologie lebt in dem Untergrund, in der Region leider weiter. Deshalb können Jesidinnen bis heute nicht sicher in ihr Herkunftsland zurückkehren. Denn was sie dort erwarten würde, meine Damen und Herren, sind strukturelle Diskriminierung, Rassismus, Verfolgung und eine massive Retraumatisierung. Wir wissen auch, dass der Irak auch ein destabiler Staat ist. Das bestätigt auch die aktuell gültige Lageeinschätzung von MONITOR. Auch die Bundesregierung erklärte noch vor einem Jahr auf eine kleine Anfrage, ich zitiere mit Erlaubnis der Präsidentin, für die jesidische Religionszugehörige aus dem Irak ist es ungeachtet, veränderte Verhältnisse nicht zumutbar in den früheren Verfolgerstaat zurückzukehren. Zitatsende. Und trotzdem schiebt leider Deutschland Jesidinnen inzwischen weiter ab, wieder ab und das teilweise mit rabiaten Mitteln, wie zum Beispiel in Bayern leider. Wieder werden Familien auseinandergerissen. Schutzsuchende in Deutschland auf diese Weise retraumatisiert. Schätzungsweise sind bis zu 10.000 Jesidinnen von Abschiebungen bedroht und haben leider keinen sicheren Aufenthalt hier in Deutschland. Dabei haben Abgeordnete aller Fraktionen im Bundestag im letzten Jahr, auch der CDU und SPD, damals versprochen, alles zu tun, um Jesidinnen zu schützen, ihnen eine neue Heimat in Deutschland zu geben, ihre Traumata zu verarbeiten hier in Deutschland. Leider muss man sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen, genau dieses Versprechen wird gerade gebrochen und Jesidinnen genau wie unsere humanitären Grundsätze damit hemmungslos verraten. Die Abschiebepraxis von Jesidinnen muss sofort gestoppt werden für Berlin, aber auch bundesweit. Darum unterstützen wir den Antrag der Linksfraktion und fordern auch als Grüne Fraktion, dass der Berliner Senat sich auf Bundesebene dafür einsetzt, dass auch Jesidinnen aus anderen Bundesländern nicht abgeschoben werden. Das wäre für unser Land und für unser Versprechen notwendig. Vielen Dank. Vielen Dank. Und für die SPD-Fraktion hat nun der Kollege Özdemir das Wort. Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Fraktion, allen Feierenden auch von unserer Fraktion, Nebouro Spirozbe. Was, glaube ich, wichtig ist, ist, vieles wurde ja gesagt, ich werde vieles nicht wiederholen wollen, ist aber, warum werden eigentlich Jesidinnen und Jesiden verfolgt. Das Jesidentum kennt keine verbindliche religiöse Schrift wie etwa die Bibel, Thora oder den Koran. Die Vermittlung religiöser Traditionen und Glaubensvorstellungen beruht seit Jahrhunderten ausschließlich auf mündlicher Übertragung. Aufgrund der ausschließlich oralen religiösen Praxis hatten und haben die Jesidinnen bei den Muslimen und Christen in der Region nicht den Status von Leuten der Schrift, also Anhängern einer Offenbarungsreligion, wie beispielsweise Muslime, Christen oder Juden. Sie galten und gelten bei diesen Gruppen oft als, und das ist das Schlimme, Ungläubige, Götzen oder sogar Teufelsanbeter. Und genau diese falsche Darstellung und Vorurteile waren immer und immer und immer wieder der Grund und die Grundlage für die lange Verfolgungs- und Leidensgeschichte der Jesidinnen, die bis in die Gegenwart andauert und dazu führt, dass der IS beispielsweise einen Genozid an diesen Menschen verübte. Wichtig ist jedoch, die Leidensgeschichte der Jesidinnen nicht nur auf den IS zu verengen, sondern anzuerkennen, dass diese Gruppe in dieser Region seit vielen Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten, verfolgt und diskriminiert wird. Im Januar 2023 hat der Bundestag, wie schon heute angesprochen, die Verbrechen des IS an den Jesiden als Völkermord anerkannt. Ein Meilenstern und zugleich ein Signal für die Betroffenen, dass die erlittenen Grausamkeiten und die Schutzbedürfnisse in Deutschland anerkannt werden. Alle Mitglieder und Parteien stimmten dem Beschluss einvernehmlich auch zu. Im März 2023 erklärte die Bundesregierung zudem in einer Antwort auf eine kleine Anfrage, ich zitiere, »Für jesidische Religionszugehörige aus dem Irak ist ungeachtet veränderter Verhältnisse nicht zumutbar in den früheren Verfolgungsstaat zurückzukehren. Im Mai 2023 gab es eine Migrationsvereinbarung mit dem Irak. Das Problem hier ist, dass in den Bundesländern bei Abschiebung offenbar keine Aufmerksamkeit auf die kulturelle Herkunft und Religion gelegt wird und hier der vom Bundestag anerkannte Schutzbedarf ins Leere läuft. Es liegt jedoch in den Ländern, ihre Handlungsspielräume zu nutzen. In Berlin werden Jesidinnen nicht abgeschoben. Berlin ist in der Sache ein Best-Practice-Aktor, wenn man das so sagen möchte. Und dafür möchte ich mich bei der Innensenatorin auch aufrichtig bedanken. Berlin fungiert als Vorbild. Dass jedoch eine Bundesratsinitiative hier irgendeine Erfolgschancen haben würde, das glauben wir nicht. Und deshalb werden wir diesem Antrag auch nicht zustimmen. Danke. Vielen Dank. Und für die AfD-Fraktion spricht der Abgeordnete Woldeit. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren Kollegen Abgeordnete. Ich glaube, wir sind jetzt alle einig, in allen Fraktionen, dass die Jesiden unfassbares Leid erfahren mussten, insbesondere unter dem IS in den Jahren 2014 und folgende. Und wenn ich mir überlege, dass tausende Menschen getötet werden, dass über 7.000 Frauen vergewaltigt versklavt wurden, das ist ein Leid, ich glaube, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und ich kann auch nachvollziehen, dass hier die Forderung kommt, Abschiebungen auszusetzen bzw. nicht durchzuführen. Und meines Wissens, und das haben Vorredner gesagt, gibt es in Berlin keine Abschiebung in den Irak von Jesiden. Und das halte ich in Anbetracht der Umstände auch vollkommen richtig. Vor allem, wo sollen sie denn hin? Wenn ich mir überlege, in der Region Sitschah lebten ein 600.000 Jesiden. Nach den Vertreibungsaktionen, die auch vollkommen zu Recht als Genozid anerkannt wurden durch den Deutschen Bundestag, auch durch meine Fraktion, waren es am Ende nur noch knapp 60.000, über 500.000 Menschen vertrieben. Und wenn ich mir wiederum überlege, ich hatte vor einiger Zeit, schon ein bisschen was her, gelesen, dass eine Jesidin, die Opfer dieses unfassbaren Verbrechens wurde, die vergewaltigt versklavt wurde, auf einem Marktplatz ihren ehemaligen Peiniger traf, der übrigens auch Asyl- und Fluchtgründer in Anspruch genommen hat, dann mag ich mir nicht ausmalen, was diese junge Frau dort in diesem Moment gefühlt und erlitten hat. Das ist wirklich schlimm. Herr Kotschak, Sie haben den Antrag mit viel Leidenschaft vorgetragen. Ich muss Ihnen allerdings sagen, wir können den heute gar nicht abstimmen und beschließen. Er geht erst noch in die Ausschüsse und da werden wir noch drüber sprechen. Und auch wenn ich Ihrem Nachsinnen folgen kann, wie gesagt, im Land Berlin finden keine Abschiebungen statt. Somit hat er quasi Erledigung gefunden. Und eine Bundesratsinitiative auf Bundesebene fordern Sie nicht. Sie fordern auf, dass der Senat sich auf Bundesebene dafür einsetzt, das Ganze bundesweit durchzusetzen. Ich glaube, dafür fehlt uns einfach im Land Berlin die Kompetenz. Und dementsprechend mag es durchaus sein, dass es in anderen Bundesländern auch Menschen gibt, die dieser Volksgruppe angehören, die mitunter aber auch Straftaten begehen, wo der Staat Recht und Gesetz einhält. Noch mal, das Leid, was die Jesiden erlitten haben, ist unfassbar. Es ist zu Recht ein Genozid. Diese Menschen zu schützen in Deutschland ist unsere Aufgabe. Das passiert im Land Berlin. Aber Form und Umfang Ihres Antrages wird aufgrund zum einen des Erledigungsumstandes und zum anderen des Nichtzuständigkeitsbereiches wahrscheinlich nicht unserer Zustimmung finden. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Vorgeschlagen wird die Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Inneres, Sicherheit und Ordnung. Widerspruchwürdig nicht. Dann verfahren wir so. Tagesordnungspunkt 37 wurde bereits in Verbindung mit der Priorität der Fraktion Bündnis 90 die Grünen unter der Nummer 4.3 behandelt. Tagesordnungspunkt 38 war Priorität der Fraktion der SPD unter der Nummer 4.2. Tagesordnungspunkt 39 steht auf der Konsensliste. Ich rufe nun auf Tagesordnungspunkt 40, Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der SPD, Drucksache 191519. Kreativ Wirtschaftsberichterstattung fortschreiben, Bilanz ziehen, Schwerpunkte setzen und Zukunft gestalten. In der Beratung beginnt die Fraktion der CDU. Bitte schön, Herr Abgeordneter Greff, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. In der Tat, die Koalitionsfraktionen haben einen Antrag vorgelegt hier, weil wir finden, dass die Kreativwirtschaft in Berlin eine besondere Branche ist und nicht irgendeine. Sie hat gemeinsam mit der Gesundheitswirtschaft in den letzten Jahren das Wachstum sowohl an Beschäftigung als auch übrigens am Umsatzsteueraufkommen, wie wir ablesen können, getragen. Und sie ist auch jemand, der für andere Branchen, beispielsweise Hotellerie, Gastronomie, den gesamten Tourismus in dieser Stadt, ein großes Fund beizutragen hat. Deswegen sind wir der Auffassung, dass der Kreativwirtschaftsbericht ausgebaut werden soll. Ich glaube, wir bekommen mit diesem Bericht einen sehr, sehr guten Überblick darüber, was es in der Stadt gibt. Natürlich ist es eine Branche, wir werden ja an anderer Stelle heute noch im weitesten Sinne über Kreativwirtschaft sprechen, zum Ende dieser Plenarsitzung, die man auch nicht in Gänze immer kennen kann. Jedes Projekt, jedes Unternehmen, das sich mit dem Thema beschäftigt. Aber eins ist klar, es ist eines der ganz, ganz großen Assets für Berlin. Und es ist eine Branche, die ganz wesentlich zum Beschäftigungswachstum und zum Wirtschaftswachstum in dieser Stadt beigetragen hat. Umso wichtiger ist es für uns, dass wir darüber einen guten Überblick bekommen. In der Verwaltung, in der wir auch, in diesen Haushaltsberatungen, das möchte ich nochmal ausdrücklich sagen, mich auch bei den Kolleginnen und Kollegen bedanken. Ich glaube, es gibt auch ein sehr, sehr großes Engagement, in dem Fall von Herrn Staatssekretär Biel, jetzt nicht nur in den sozialen Medien, sondern auch wirklich ganz real, in echt, ganz aktiv in dieser Branche, in dieser Community. Und ich glaube, dass Berlin als, jetzt werden ja einige natürlich wieder rumnölen hier an dieser Stelle, weltoffene Metropole, in die sehr, sehr viele Menschen sehr, sehr gerne kommen und auch sehr viele Unternehmerinnen und Unternehmer kommen, großes Potenzial hat. Wir sehen das beispielsweise ganz, ganz aktuell in den letzten Wochen im Fashion-Bereich, auch ein Bereich, glaube ich, der von der Verwaltung und der Politik sehr eng begleitet worden ist, aber nicht nur in der Musikszene, in vielen anderen Bereichen dieser Branche, die wachsen. Und insofern möchten wir als Koalitionsfraktion das nicht nur unterstützen, wie wir es im Doppelhaushalt getan haben, auch die Mittel dafür ausgebaut haben, für die Kreativwirtschaft, sondern wir möchten auch einen guten Überblick darüber bekommen. Insofern laden wir alle ein, daran mitzutun, auch mitzudiskutieren. Ich glaube, es gibt viele Felder, gerade in so einer Branche, die sehr divers ist, auch in ihrer Ausprägung, ich sage es mal in Anführungszeichen, Untersegmenten und Branchen und man eben nicht alles kennen kann, was wir noch besser machen können. Das will ich an der Stelle ausdrücklich, fällt mir jedenfalls bei vielen Initiativen auf, die ich auch nur am Rande wahrnehme. Ich glaube, weil man auch nicht alle Veranstaltungen wahrnehmen kann und eben auch nicht einen Überblick über alle Unternehmen hat. Und insofern auch wertvolle Hinweise gerne, glaube ich, wir alle aus dem Kreis der Interessierten und der Unternehmerinnen und Unternehmer, die in Berlin in dieser Branche unterwegs sind, aufnehmen. Insofern würden wir uns freuen, wenn Sie das unterstützen würden als gesamtes Haus. Wir freuen uns nicht nur auf die Berichterstattung, sondern auch auf die Diskussion in den zuständigen Ausschusses, und ja nicht nur der Wirtschaftsausschuss, und bitten um Zustimmung. Vielen Dank. Vielen Dank. Für die Grünen-Fraktion hat dann die Kollegin Boskurt das Wort. Ja, der Antrag macht uns ein bisschen ratlos, um ehrlich zu sein. Der Antrag der Koalitionsfraktionen ist so wenig qualifiziert, dass man kaum weiß, wie man ihn bewerten soll. Ich wüsste gar nicht, soll ich ihn unterstützen, soll ich ihn nicht unterstützen, oder aus welchen Gründen nicht? Ich habe überhaupt keine Probleme, gute Dinge auch zu unterstützen. Sie haben gerade darüber gesprochen, Herr Greff, dass die Kreativwirtschaft ja besonders ist in Berlin und dass er einen Wachstum verzeichnen kann und sehr viele Menschen anzieht. Und andersrum stimmt das auch. Auch Berlin ist ein Faktor, der der Kreativwirtschaft natürlich in die Hände spielt, was auch gut ist. Jetzt ist es aber so, hätte ich so einen Antrag schreiben wollen, hätte ich erst mal überlegt, na ja, aber über welche Branchen reden wir? Was brauchen diese Branchen? Sie sagen, es kommen sehr viele Menschen in die Kreativwirtschaft, die verzeichnen einen Plus von Beschäftigung. Wenn man mit den Menschen ins Gespräch geht, dann ist das Erste, was Sie einem erzählen, dass Sie keinen Wohnraum finden. Dann erzählen Sie, dass Sie so weit außerhalb wohnen oder einfach nicht gut angeschlossen sind, dass die Infrastruktur, die Verkehrsinfrastruktur nicht gut ausgebaut ist. Das ist das Nächste, was Sie erzählen. Dann reden Sie darüber, dass die Bildung in dieser Stadt ja so schlecht ist und dass es keine Kitas gibt für Ihre Kinder. Das sind halt die Fragen, mit denen Sie sich beschäftigen, die so auch in Ihre Aufgabenfelder fallen würden. Und natürlich, und da käme ich auf die Idee zu sagen, was haben wir denn eigentlich in unserem Koalitionsvertrag gesagt, was wir machen wollen? Sie haben gesagt, und da gibt es tatsächlich auch ein paar substanziiertere Sachen, als das, was Sie als Antrag vorgelegt haben, ist, dass Sie die Verzahnung der Kultur- und Kreativwirtschaft möchten. Und ich glaube, der Antrag geht in diese Richtung, aber wie gesagt, er ist nicht substanziiert genug. Dann fragt man sich, es soll eine Schaffung einer Schnittstelle erfolgen, die ressortübergreifend fungiert, also die Dinge, die früher bei der Kulturverwaltung waren. Sie sagen das ja mit diesem Kreativ- und Kulturwirtschaftsindex, der jetzt fortgeführt werden soll. Also diese Verzahnung soll jetzt diese Stelle schaffen. Dann fragt man sich, warum schreiben Sie eigentlich nicht zu diesen Punkten, die Sie sich ja in Ihren Koalitionsvertrag geschrieben haben, Anträge? Wo bleiben die denn? Stattdessen wollen Sie einen Bericht, der sagen soll, wie gut oder schlecht es der Kreativ-, Digital- oder Kulturwirtschaft geht. Ehrlicherweise brauche ich dafür jetzt nicht noch einen Bericht. Zeitung lesen hilft, mit den Betrieben in Austausch gehen hilft und tatsächlich sich die Gesamtwirtschaft in Berlin angucken hilft. Dazu gibt es Berichtswesen, was man sich angucken kann. Ich bin, wie gesagt, irritiert. Ich hoffe, es wird weiter qualifiziert, wenn wir darüber im Ausschuss reden. Mir fehlt noch sehr viel. Alles, was Sie gesagt haben, ist okay, aber mehr auch nicht. Und ich glaube, ein bisschen mehr Fleisch am Knochen täte der Sache gut. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion hat die Kollegin Wolf das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, natürlich braucht es Substanz, aber Berlin ist eigentlich schon mal eins. Es ist nämlich Creative City in Deutschland. Berlin ist durch seine offene und vielfältige Atmosphäre Anziehungspunkt für kreative Köpfe, Tourismus, Messen, Popkultur, Gamesbranche und so vieles mehr. Die Kreativwirtschaft sorgt in Berlin für eine Magnetwirkung. Sie ist ein sehr, sehr relevanter Wirtschaftsfaktor. Sie beeinflusst weitere Wirtschaftszweige, Forschung, Wissenschaft. Und davon profitiert die gesamte Gesellschaft, insbesondere eben auch durch viele Arbeitsplätze. Der letzte Kreativwirtschaftsbericht stammt aus dem Jahr 2014. Also was ist seitdem geschehen? Zum Zeitpunkt der letzten Veröffentlichung war Deutschland noch nicht ein viertes Mal Weltmeister. Und übrigens ein Killer-Merkels-Satz, das Internet ist für uns alle Neuland, war noch jung. Und tatsächlich, viele Errungenschaften und Entwicklungen sind seitdem geschehen. Gesellschaftlich, technologisch, wirtschaftlich. Zehn Jahre sind für eine der dynamischsten Wirtschaftszweige der Weltwirtschaft wirklich viel. Und da muss es einen neuen Start geben. Denn wie haben Sie Schwerpunkte denn verlagert? Was ist durch Corona verändert? Welchen Einfluss hat KI? Wie wirkt der Fachkräftemangel? Wo gibt es Förderbedarfe? Und übrigens nicht nur am Frauentag möchte ich betonen, mir ist wichtig, die Situation der Frauen berufstätig in der Kreativ- und Digitalwirtschaft zu beobachten und zu sehen, wie hat es sich entwickelt. Also wie steht es eigentlich auch um freischaffende Künstler und Künstlerinnen? Sind mögliche Fehlentwicklungen? Müssen wir denen nicht entgegentreten? Und was brauchen wir dafür? Wir brauchen Fakten. Wir brauchen gesammelte Fakten. Denn wie sonst soll zielgenaue Politik ohne gute Datengrundlage gelingen? Deshalb ist es auch richtig und nicht nur einmalig, sondern regelmäßig Berichte zu erarbeiten. Ich denke ja. Kunst und Kultur sind Klammern unserer Gesellschaft. Sie haben diese Aufmerksamkeit auch verdient. Daher freue ich mich, dass auf meine Initiative heute dieser Antrag abgestimmt wird. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn Kolleginnen und Kollegen anderer Fraktionen doch hier unterstützen. Es ist gut, wenn wir heute diesen Antrag gemeinsam auf den Weg bringen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Für die Linksfraktion spricht der Kollege Walgolio. Vielen Dank, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich finde es auch gut, dass die Koalition beantragt, dass die kreativ, digital und Kulturwirtschaft untersucht wird, dass es einen Bericht gibt. Gut, dass ihr das beantragt. Ihr habt ja sonst auch nicht so viele Anträge. Insofern ist das ein Schritt in die richtige Richtung. Ich finde es auch gut, dass die Koalition beantragt, dass bei diesem Bericht insbesondere untersucht wird, wie die Verzahnung zwischen diesen Bereichen ist und den anderen Branchen. Das ist völlig richtig. Denn auch die angestammten Branchen, insbesondere die Industrie, ist ja dringend vor allem auf die Digitalwirtschaft angewiesen. Nur wenn da neue, auch digitale Geschäftsmodelle entwickelt werden, hat die industrielle Wertschöpfung hier in Berlin eine Zukunft. Insofern ist das ein richtiger Ansatz, das mit zu untersuchen. Dann schreiben Sie, dieser Bericht soll anknüpfen an den Kultur- und Kreativwirtschaftsindex, den es schon gab. 2015 war das, glaube ich. Damals wurde aber, glaube ich, aus gutem Grund Berlin und Brandenburg gemeinsam untersucht. Dazu sagt jetzt der Antrag nichts. Vielleicht wurde das vergessen. Ich bin jedenfalls der Meinung, dass es völlig richtig ist, die Metropolregion insgesamt sich anzuschauen und das auch beim neuen Bericht so gemeinsam zu machen. Dann gibt es noch etwas, was vergessen worden ist. In dem Antrag zwar steht drin, es sollen einbezogen werden die Branchen- und Interessensverbände. Es steht allerdings nichts von den Gewerkschaften und den Beschäftigten der Branche. Das ist möglicherweise auch vergessen worden, ist aber erstaunlich, weil in dem 2015er-Bericht, den Sie ja auch genannt haben, spielt das eine ganz große Rolle. Es ist ein ganz zentrales Thema, dass die Arbeitsbedingungen da kritisiert werden in dieser Branche. Da ist sogar die Rede von prekären Arbeits- und Lebensbedingungen und von Lohndumping sogar in diesem alten Bericht. Also sollte man sich, wenn man sich das alles noch einmal anguckt, vielleicht noch einen Schwerpunkt da durchaus drauf setzen und auch vielleicht einmal mit den Gewerkschaften reden. Die sind ja inzwischen auch relativ gut unterwegs in diesen Branchen. Gott sei Dank. So, dann gibt es ein weiteres großes Problem, das schon der 2015er-Indexbericht benennt. Und das sind die ansteigenden Wohn- und Gewerbemieten. Das ist damals schon von der Branche als großes Hindernis bei der wirtschaftlichen Entwicklung benannt worden. Und da kann ich Ihnen jetzt auch schon mal was sagen, ganz ohne Bericht. Ich glaube, in den Bereichen hat sich die Lage nicht besonders verbessert, was Wohn- und Gewerbemieten angeht. Und ich habe den Eindruck, dass die Koalition da auch nicht wirklich einen Plan hat, wie in den nächsten drei Jahren das besser werden sollte bei den Wohn- und Gewerbemieten. Ich glaube, da hilft auch so ein Bericht nicht so richtig dabei. Aber vielleicht ein Schritt in die richtige Richtung. Ich will das ja gar nicht kleinreden, wenn schon mal da was kommt. Dann gibt es einen weiteren Bereich, der untersucht werden soll nach dem Antrag der Koalition bei dieser Untersuchung, diesem Bericht der Kultur, Kreativ- und Digitalwirtschaft. Und das ist der Bereich der Wirtschaftsförderung. Es soll also geguckt werden, wie effektiv ist unsere Wirtschaftsförderung in dem Bereich, welchen Mehrwert schafft die, wie wirkt sie sich aus. Und da kann ich Ihnen leider auch schon was sagen zur Wirtschaftsförderung, wie das im Moment aussieht. Ich habe den Eindruck, da sieht es nicht so gut aus im Moment mit der Wirtschaftsförderung. Wir haben das ja im letzten Ausschuss auch schon zum Thema gemacht. Sehr, sehr viele Förderprogramme sind im Moment mit Verfügungssperren belegt, aufgrund des Haushaltschaos, das die Koalition hier im Moment ausführt. Ganz vieles kann gar nicht bewilligt werden. Angeblich hat das gar nichts zu tun mit den pauschalen Minderausgaben, aber das glaube ich nicht so richtig. Ich glaube, das hat da eine ganze Menge mit zu tun. Zum Beispiel die Gründerinnenförderung, das Programm zur Gründerinnenförderung, das ja eine ganz große Rolle spielt, gerade für die Kreativ- und Digitalwirtschaft. In diesem Programm wird seit Jahresbeginn überhaupt nichts mehr bewilligt. Überhaupt keine Förderungen finden statt in dem Bereich. Und das, glaube ich, ist ein relativ großes Problem. Da braucht man auch keinen Bericht dafür. Insofern will ich jetzt auch gar nicht zu problemisch werden. Ich finde es gut, dass das angestoßen wird, dass so ein Bericht gemacht wird, dass diese Branchen untersucht werden. Völlig richtig, noch besser wäre vielleicht, von Anfang an eine vernünftige Wirtschaftsförderung zu betreiben und Wirtschaftspolitik. Damit wäre, glaube ich, diesen Branchen noch etwas mehr geholfen. Aber vielleicht ist das dann der zweite Schritt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Sie haben es ertragen, aber ich würde noch einmal bitten, die Gespräche hinter den Sitzreihen einzustellen oder etwas leiser zu führen. Dann wäre es für uns alle hier vorne leichter. Man kriegt relativ viel hier mit. Und dann folgt für die AfD-Fraktion der Kollege Hansa. Herr Präsident, zum späten Abend, meine Damen und Herren. Berlin hat sich ja wohl als ein global anerkanntes Zentrum für Kreativität und Innovation etabliert. Das umfasst alles Musik, Film, Kunst, Design, Mode, Architektur, Werbung, aber auch Software, Spieleentwicklung und neue Medien. Was zieht, sind die im Vergleich zu anderen Großstädten relativ niedrigen Lebenshaltungskosten. Allerdings haben wir die Probleme im Wohnen, das ist ja angesprochen worden. Die Club-Szene, auch wichtig. Und das Ökosystem der lebendigen Start-up-Szene. Die entscheidenden Charakteristika hier sind die sektorenübergreifende Vernetzung, die klappt wunderbar. In Berlin verschmelzen traditionelle mit neuen Medien und Technologien, was zu innovativen Projekten und Start-ups führt, die die Grenzen zwischen Kunst, Technologie und Wirtschaft verwischen. Die zunehmende Digitalisierung bietet neue Chancen für die Kreativwirtschaft, stellt aber auch große Herausforderungen und vor allen Dingen an die Geschäftsmodelle dar. Zahlreiche Netzwerke, Vereinigungen und Plattformen ermöglichen Austausch, Kollaboration und Unterstützung innerhalb der Kreativgemeinschaft. Der kürzlich vorgestellte Kultur- und Kreativwirtschaftsindex gibt einen Einblick in die wirtschaftliche Lage dieses Sektors in der Region. Er reflektiert das aktuelle Stimmungsbild innerhalb der verschiedenen Branchen von Musikwirtschaft über den Kunstmarkt bis hin zu Software und Games. Diese Berichte in Zusammenarbeit von den Ländern Berlin und Brandenburg mit der IHK Berlin, der IHK Potsdam und dem Medienbord Berlin-Brandenburg erstellt wurde, zeigt die Bedeutung der Branche für die regionale Ökonomie und für uns alle auf. Bundesweit gesehen, und das ist interessant, gehört die Kultur- und Kreativwirtschaft mit einem Umsatz von 175 Milliarden Euro zu den wichtigsten und umsatzstärksten Wirtschaftsbranzen in Deutschland, wusste wahrscheinlich nicht jeder. Und mit einer Brutto-Wirtschaftung von 103 Milliarden Euro liegt sie über dem Niveau des Maschinenbaus. Insgesamt sind in den elf Teilmärkten der Kultur- und Kreativwirtschaft 1,8 Millionen Menschen beschäftigt. Zu den besonderen Herausforderungen dieser Branche gehörte, und jetzt kommt es auch wieder, die Bewältigung der Auswirkungen der von Ihnen falschen politischen Antworten in Bezug auf Corona, die zu einem deutlichen Umsatzrückgang und fast zur Zerstörung Teile dieser Branche geführt hat. Wie erwarten von einem künftigen Monetärer folgende Anforderungen? Detaillierte Darstellungen der verschiedenen Sektoren innerhalb der Kreativwirtschaft, also Musik, Filme, Design, Software, dass man das trennt, wirtschaftliche Kennzahlen wie Umsatz, Beschäftigungszahlen, Beitrag zum BIP, Investitionen und Exporte, die Analyse aktueller Trends, Herausforderungen und Chancen, eine Vergleichsanalyse, die zeitliche Entwicklung und Vergleiche mit anderen Regionen beinhaltet, eine Bewertung der Innovationskraft und der Aktivitäten. Und schließlich die Evaluation und Auswirkungen Förderprogrammen, also der Effektivität staatlicher und privater Förderungen. Ich sage nur, alles, was uns in Berlin weiterbringt, unterstützen wir, und auch hier gibt es keinen politischen Dissens. Schönen Abend. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Vorgeschlagen wird die Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Betriebe. Widerspruch höre ich dazu nicht, dann verfahren wir so. Tagesordnungspunkt 41 war die Priorität der CDU unter der Nummer 4.1. Und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 42. Das ist ein Antrag der Fraktionen von Bündnis 90 Grünen und Linken auf Drucksache 19 1521. Verdrängung eines queeren Wohnprojekts verhindern. Kommunales Vorkaufsrecht für das Tuntenhaus in der Kastanierallee 86. In der Beratung bin ich die Fraktion der Bündnis 90 Die Grünen, und zwar mit der Kollegin Schmidt-Berger. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Bewohnerinnen des Tuntenhauses. Egal wie man aussieht, woher man kommt und wen man liebt, im Tuntenhaus werden alle Menschen mit offenen Armen und Herzen empfangen. Diesen besonderen Zauber durfte ich erst letzten Samstag wieder erleben, als ich zusammen mit dem Pankower Baustadtrat Cornelius Bechtler, dem Staatssekretär für Mieterschutz Stefan Machulik und meiner Kollegin Daniela Billig dort zu Besuch war. Das Tuntenhaus besteht bereits seit 1990 und ist somit das älteste queere Hausprojekt in Berlin. Hier werden queere Menschen beraten und finden einen geschützten Raum. Einmal in der Woche veranstalten die Bewohnerinnen auch eine kostenfreie Essensausgabe für arme Menschen im Kiez. Ja, die gibt es auch im Prenzlauer Berg. Das Tuntenhaus ist also nicht nur ein Zuhause, sondern auch ein wichtiger Anlaufpunkt für die queere Community in ganz Berlin und ein Gewinn für den ganzen Kiez. Das Tuntenhaus ist nicht nur eine Institution für queere Menschen, sondern für uns alle. Das Vorkaufsrecht hier zu ziehen, ist also nicht nur eine wohnungspolitische, sondern auch eine queerpolitische und vor allem eine menschliche Frage. Wer von sich behauptet, die Regenbogenhauptstadt fördern zu wollen, wie es die Regierende mehrfach getan hat, der muss solche Projekte erhalten. Daher fordern wir mit dem Antrag den Senat auf, stellt das Darlehen und den Zuschuss für den Ankauf durch die Genossenschaft zur Verfügung, stellt auch die Mittel für die Instandhaltung zur Verfügung, damit das Tuntenhaus bleibt. Das Vorkaufsrecht wurde leider stark begrenzt und gilt nur noch bei Häusern im schlechten baulichen Zustand. In diesem Fall liegen die Kosten für die Instandhaltung sogar über dem Kaufpreis. Der Kaufpreis ist aber für die Lage relativ erschwinglich. Wenn der Senat nicht handelt, ist zu befürchten, dass der neue Eigentümer dort eine Luxussanierung durchführen wird. Und die Mieten werden dann ungebremst durch die Decke gehen. Konkret heißt das, es droht Verdrängung. Man könnte hoffen, dass der neue Eigentümer die Abwendungsvereinbarung unterschreibt und damit sich zum Erhalt des Tuntenhauses bekennt. Aber wir dürfen und können uns nicht darauf verlassen. Wer das Tuntenhaus erhalten will, muss bereit sein, den Vorkauf zu ermöglichen. Und es gilt jetzt, eine finanzpolitische Lösung zu finden. Der Mieterschutzstaatssekretär spricht zu Recht von einer kreativen Finanzierung. Ja, auch ich denke, wir müssen hier verschiedene Finanztöpfe aus den Bereichen Stadtentwicklung, Kultur und Antidiskriminierung anzapfen. Aber nicht akzeptabel wäre es, wenn hier CDU und SPD gegenseitig behaupten, der andere müsse sich um die Finanzierung kümmern. Ich appelliere an Sie in Regierungsverantwortung. Lassen Sie die Bewohnerinnen, die vom Eigentümer versäumte Instandhaltung, jetzt nicht alleine ausbaden. Hier haben wir nämlich als Staat insgesamt versagt. Kümmern Sie sich und ziehen Sie hier an einem Strang im Sinne dieses Queeren Hausprojekts mit internationaler Strahlkraft. Ich dachte bis heute Morgen auch, dass alle demokratischen Parteien sich einig sind, dass Berlin Platz bieten muss für queeres Leben. Bis ich dann über den verächtlichen Tweet von Christian Greff vom 16. März gestolpert bin. Ich zitiere, vollkommen absurd. Wir haben unstrittig zu wenig bezahlbaren Wohnraum, aber ein paar Millionen für Hausbesetzer haben Grüne und Linke immer übrig. Keinen Cent für solche Geschenke an Besetzer. Zitat Ende. Mit solchen Aussagen kann man zwar am rechten Rand fischen, lieber Herr Greff, aber erstens beweisen Sie damit, dass Sie eben nicht in der Lage sind, für ganz Berlin Politik zu machen. Denn zu Berlin gehört eben auch nicht nur die Einfamilienhaussiedlung in einem Außenbezirk, sondern eben auch solche Queeren Hausprojekte wie das Tundenhaus. Und hören Sie bitte auf, immer die angeblich so unterschiedlichen Interessen von Innenstadt und den sogenannten Außenbezirken auszuspielen. Auch in Marzahn-Hellersdorf leben queere Menschen, die sich solche Räume wünschen, fordern und in der ganzen Stadt unabhängig von ihrem Wohnort nutzen. Das Tundenhaus ist eine Institution. Deswegen, Herr Greff, gehen Sie doch am Wochenende ins Tundenhaus. Machen Sie einen Drag-Queen-Workshop. Und keine Angst, Sie müssen nicht unbedingt einen glitzernden Fummel anziehen. Die Tunden nehmen Sie auch so, wie Sie sind. Machen Sie es doch mit Ihnen auch so. Und noch ein letzter Punkt, lieber Herr Greff. Wenn man sich reflexhaft über Hausbesetzer aufregt, sollte man sich vorher auch erkundigen. Die zahlen dort nämlich Miete. Meine Damen und Herren, wie immer eilt die Zeit. Die Finanzierung muss bis Anfang Mai stehen. Der Bezug tut bereits alles, was er dafür das Vorkaufsrecht tun kann. Jetzt muss auch der Senat seine Hausaufgaben machen. Vielen Dank. Für die CDU-Fraktion hat dann ohne glitzernden Fummel der Kollege Greff jetzt das Wort. Also, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, das war ja mal eine humorvolle Rede. Ich fand sie richtig gut. Gratulation. Ich wäre übrigens auch gerne mitgekommen, aber ich war nicht eingeladen am letzten Samstag. Also insofern, das geht jetzt gar nicht an Sie, sondern an die Kolleginnen und Kollegen. Also, ich glaube, dass man solche Orte, da sind wir, vollkommen eine Auffassung in Berlin braucht. Und da sage ich mal, ich bin ja in Pankow-Prenzlauer Berg geboren und aufgewachsen, das Tundenhaus gehört zu Berlin genauso, oder das Tundenhaus gehört zum Prenzlauer Berg genauso wie der Döner zu Berlin. So, das glaube ich, da sind wir uns wahrscheinlich die allermeisten einig. Jetzt könnte man natürlich auch noch den Schwenker machen. Ich gehe nur der Versuchung einen ganz kleinen Augenblick nach und die Frage stellen, wer hat da eigentlich in Pankow die Hauptverantwortung? Wer hat eigentlich in den letzten Jahren als Baustadtrat oder Stadträtin darauf geschaut, ob da alles in Ordnung ist, ob der Eigentümer wirklich dafür sorgt, dass es verkehrssicher ist? Wer hat da ein Negativzeugnis auszustellen und wer nicht? Die Fragen könnte man alle stellen, aber das ist ja kleinlich und deswegen mache ich das an der Stelle nicht, sondern habe es nur so in den Raum geworfen. Aber selbstverständlich sind wir auch dafür, dass wir alles gemeinsam in diesem Haus und darüber hinaus tun und glaube mit dem Bezirk gemeinsam, dass so ein Haus bleibt. Erster Punkt. Naja, endlich. Das hat aber gedauert jetzt hier. Dankeschön. Zweitens. Und da will ich auch ganz klar sagen, wo die Grenze ist und wo so unsere Unterschiede sind. Wenn sich am Ende des Tages eine Wohnungsbaugenossenschaft findet mit der im Land Berlin bekannten Wohnungsbauförderung, Genossenschaftsförderung, die wir selbstverständlich auch unterstützen und dass diese Wohnungsbaugenossenschaft sich zutraut, zum Beispiel das Projekt zu übernehmen, das Haus zu übernehmen, das Haus auch zu sanieren, glaube ich auch, dass man da gut drin leben und wohnen kann, sind wir selbstverständlich auch dafür und werden das unterstützen. Das kann ich jedenfalls für unsere Fraktion sagen. Zweitens. Was ich festhalten würde, und das ist, glaube ich, da der einzige Unterschied, den möchte ich aber heute gar nicht feststellen, weil ich ihn nicht kenne, weil wir in der Tat im Moment jedenfalls den Kaufpreis kennen, erstens. Und wir kennen zweitens aber eben nicht den Preis, den die Sanierung kosten wird. Den können wir nur schätzen. Was es mit uns als CDU-Fraktion nicht geben wird, und das will ich nur deutlich machen, ist, dass wir sagen, wir geben möglicherweise für den Kauf und die Sanierung dieses Hauses ein paar Millionen, sind ja jetzt nicht so viele, einfach mal aus dem Landeshaushalt, dann gucken wir mal, was am Ende bei rauskommt. Dann müssen wir an anderer Stelle auch die Frage beantworten, warum Menschen, die von Verkäufen, auch von Immobilienspekulationen, die wir in Berlin nach wie vor haben, betroffen sind, warum wir dieses oder jenes Objekt nicht kaufen, 10, 50 oder 100 Millionen, scheint ja auf den ersten Blick auch nicht so viel zu sein, warum kaufen wir diese Immobilie nicht, werfen dem einen oder anderen Spekulanten noch Geld in den Rachen, was ich eben falsch finden würde, und sagen, wir kaufen auch diese Immobilie, sanieren sie und vermieten sie, und jetzt übertreibe ich bewusst zu einem Euro 30 Mietpreis. Das wird es mit uns nicht geben, sondern es muss an klaren, nachvollziehbaren, messbaren Kriterien des Landeshaushaltes, wo wir an jeder anderen Stelle auch prüfen würden, sich messen lassen. Und selbstverständlich werden wir dann auch beispielsweise die Übertragung an eine Genossenschaft unterstützen als CDU-Fraktion. Was wir nicht machen werden, sind Millionen Euro, egal bei dem oder bei einem anderen Projekt, einem Immobilieneigentümer in den Rachen zu werfen und gegen die Wirtschaftlichkeit zu verstoßen, weil wir es anderen Menschen an anderer Stelle versagen müssten. Das werden wir nicht tun, meine Damen und Herren. Das will ich an der Stelle auch glasklar sagen. Und deswegen zum Schluss warten wir doch mal ab. Ich hoffe, dass die Genossenschaft das wirtschaftlich dargestellt bekommt, dass wir das als Land Berlin im Rahmen der geltenden Bestimmungen unserer Haushaltsgesetzgebung unterstützen können. Ich fände das toll. Wie gesagt, das Haus gehört zum Bezirk und ich glaube, erst recht zum Ortsteil Prenzlauer Berg. Und das wollen wir auch sehr, sehr gerne unterstützen. Da werden wir auch in den Dialog gehen und vielleicht schaffen wir es dann. Muss ja nicht nächsten Samstag sein oder übernächsten Samstag oder wann auch immer. Gehen wir zusammen noch mal hin. Und dann bin ich mal gespannt, wer länger aushält nachts. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Applaus Und dann gibt es so bestimmte ikonische Orte in der Stadt, die kennen tatsächlich nicht alle. Muss man auch nicht. Also das Tundenhaus gehört mit großer Sicherheit dazu. Das ist vielleicht für die Gesamtgesellschaft nicht so ein relevanter Ort, aber es ist für bestimmte Communities in der Stadt ein zentral wichtiger Ort. Und der hat vor allem eine soziale Bedeutung. Und Herr Greff, da komme ich gleich auch noch mal darauf zurück. Ich glaube, dass diese soziale Komponente auch noch mal einen Unterschied macht zwischen dem, was so ein normales Wohnhaus mit normalen Mietparteien ausmacht, obwohl da natürlich auch beim Vorkaufsrecht die soziale Komponente immer eine Rolle spielt. Und das Tundenhaus ist tatsächlich für viele queere Menschen nicht nur in Berlin, nicht nur in Deutschland, sondern tatsächlich auch international ein solcher Ort und damit auch ein solches Berliner Wahrzeichen. Das ist ein Ort, an dem so etwas wie Solidarität auch noch mal ganz anders durchbuchstabiert wird, auch über Generationen hinweg, wo unterschiedliche geschlechtliche Identitäten und sexuelle Orientierung es miteinander versuchen, auch der Stadt was zurückzugeben. Das ist nämlich ziemlich, ziemlich wichtig. Und es ist vor allem ein sicherer, queerer Ort. Und da muss man an der Stelle sagen, als das Tundenhaus entstanden ist, in den frühen 1990er Jahren, war das ein Ort, wir erinnern uns, 175. Der galt damals noch. Ja, es ist tatsächlich so, dass das Strafgesetzbuch damals noch zwei unterschiedliche Dimensionen kannte, nämlich die heterosexuelle Beziehung und alle übrigen Beziehungen. Und heute sind diese Orte auch immer noch viel zu selten. Wir brauchen mehr von diesen Orten. Und wenn hoffeste Lebensmittelausgaben und die Küche für alle auch dafür sorgen, dass das ein wichtiger Anker in der Nachbarschaft ist, die Kollegin Schmidberger hat es gesagt, für eine lebenswerte Nachbarschaft, auch für Identitätsstiften für den Kiez, dann ist das doch was, wofür wir uns einsetzen müssen, wofür wir kämpfen müssen. Und das ist einer dieser geschichtsträchtigen Orte, die immer gemeint sind, wenn Politikerinnen und Politiker von der Stadt der Freiheit reden, die Vielfalt der Lebensweisen preisen. Wir kennen diese Sätze. Und das ist vor allem einer dieser Orte, von denen viel zu viele im Laufe der Zeit schon verschwunden sind. Geschluckt wurden durch einen Immobilienmarkt, wo die Rendite zählt und wo sozialkulturelles Erbe und menschliche Schicksale nicht so groß eine Rolle spielen. Das Sündenhaus kann ein Ort sein, an dem wir zeigen, dass es anders geht. Dass Stadtentwicklung nicht dem freien Kampf der großen Marktmacht überlassen wird, sondern wo Stadt auch gestaltet. Und es gibt politische Instrumente. Über das Vorkaufsrecht ist schon gesprochen worden. Es ist nur noch sehr, sehr eingeschränkt nutzbar. Und die FDP blockiert leider auf Bundesebene eine Reform, die wir dringend bräuchten. Aber im konkreten Fall kann es noch ausgeübt werden, weil ein städtebaulicher Missstand vorliegt. Und das wird der Bezirk ohne Unterstützung der Landesebene nicht leisten können. Und deswegen will ich von Herzen dafür werben, dass wir hier Wege finden. Ich bin... Das ist heute mal so ein Moment, wo ich wirklich Danke sagen muss. Weil Herr Greff hatte diesen Tweet abgesetzt. Jetzt hört sich das ganz anders an. Und ich bin sehr froh. Denn das ist in der Tat ein besonderer Ort. Und der hat Verträge, seit ich 16 Jahre alt bin. Der Ort hat Verträge, Mietverträge, seit ich 16 Jahre alt bin. Und was in der Weichselstraße 52 in Neukölln ging, das muss auch im Prenzloher Berg in der Kastanienallee gelten. Denn genau wie andere Menschen brauchen auch queere Menschen ein Dach über dem Kopf. Und um nicht mehr und nicht weniger geht es. Wir verstehen das kommunale Vorkaufsrecht weiter als ein wichtiges Instrument Mieten und wohnungspolitischen Ziele. Ups, Herr Präsident, ich habe vergessen, das Zitat kenntlich zu machen. Das steht im Koalitionsvertrag von SPD und CDU. Und ich zitiere mit ihrer Genehmigung weiter. Safer Spaces und diskriminierungssensible Begegnungsräume schützen wir vor Verdrängung. Das steht dort auch. Jetzt müssen wir das nur noch schnell umsetzen. Wir scheinen uns alle einig zu sein. Und es ist ja nicht so üblich, einen persönlichen Wunsch zu äußern. Aber da Frau Präsidentin mir heute früh so nett gratuliert hat, an seinem 50. Geburtstag, darf man sich vielleicht vom Haus und vom Senat mal was wünschen. Ich wünsche mir wirklich, dass sich jetzt nicht alle irgendwie rausreden, sondern wir wirklich alles gemeinsam tun, damit das Tundenhaus bleibt. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Und dann kommt für die SPD-Fraktion die Kollegin Aydin ans Puls. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, es ist unbestritten, das sogenannte Tundenhaus ist das bunteste, bekannteste Haus auf der Kastanienallee im Prenzlauer Berg. Seit 30 Jahren wird hier Vielfalt gelebt und es ist zur Ikone der schwulen und queren Community geworden. Das Hausprojekt steht für ein diverses Berlin, für Subkultur und kollektive Hausgemeinschaften, für einen Freiraum der kulturellen und sozialen Aktivitäten im Kitschaft. Die wurden auch hier gerade auch dargestellt. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir dieses Hausprojekt erhalten. Es ist bekannt seit Februar, dass das Tundenhaus in der Kastanienallee verkauft worden ist. Es liegt in einem sozialen Erhaltungsgebiet. Deshalb kann das Vorkaufsrecht bis Mitte Mai zum Zuge kommen. Wir wissen aber seit dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes im November 2021, dass die Anwendung des Vorkaufsrechts weitgehend eingeschränkt ist. Nur wenn schwerwiegende Mängel und Missstände vorliegen, kann es ausgeübt werden. Und nach Auffassung des Bezirkes liegen diese Voraussetzungen vor. Es werden weiterhin Prüfungen erfolgen. Das Haus besteht aus 27 Wohneinheiten, die von Verdrängung bedroht sind. Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es die Einschätzung, dass die Kosten für die Instandsetzung um das Zweifache des Kaufpreises übersteigen. Es gibt aber auch eine Genossenschaft, die bereits Interesse für den Ankauf geäußert hat. Und ich freue mich sehr, dass die SPD-geführte Senatsverwaltung aktuell gewissenhaft prüft, ob die Voraussetzungen für eine Ausübung des Vorkaufsrechts zugunsten einer Landeseigenwohnungsgesellschaft oder Genossenschaft geschaffen werden kann. Sie loten aus, welche Finanzierungsmöglichkeiten infrage kommen können. Und ich möchte auch zu Herrn Gref sagen, wir als SPD-Fraktion haben im Zusammenhang von Vorkaufsrechtsfällen immer wieder zum Ausdruck gebracht, dass ein angemessener wirtschaftlicher Kaufpreis eine wichtige Voraussetzung für einen Ankauf durch eine landeseigene Wohnungsgesellschaft oder Genossenschaft ist. Denn auch wir wollen natürlich nicht spekulanten Steuergelder in den Hals stecken. Aber wir haben auch immer gesagt, es kommt auf den Einzelfall an. Und für mich ist die Bedeutung des Tundenhauses für ein diverses Berlin, für die schwule und queere Community so entscheidend, dass wir dieses Haus erhalten müssen. Berlin ist und bleibt Regenbogenstadt. Und auch die CDU hat sich dazu bekannt. Deshalb fordere ich auch die CDU auf, auch den Finanzsenator auf, sich dazu bekennen und auch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung dabei zu unterstützen. Das Wohnprojekt hat Symbolcharakter und es muss vor Verdrängung geschützt werden. Wir als SPD-Fraktion stehen dazu. Und dennoch möchte ich natürlich unabhängig von diesem Fall bei Vorkaufsrechtsfällen die Bezirke nicht aus der Haftung nehmen. Auch sie müssen ihre Aufgaben machen und auch die Beseitigung von Mengen rechtzeitig anordnen. Denn es kann wirklich nicht sein, dass Häuser so zerfallen, dass die Instandhaltungsmaßnahmen den Kaufpreis übersteigen. Und zum Schluss möchte ich aufgrund dieses Falles natürlich an die Bundesebene appellieren, gibt uns das Vorkaufsrecht zurück. Die FDP sitzt zwar nicht mal hier, vermutlich würde es auch nichts bringen. Auf Bundesebene hat sie aber so oft bewiesen, dass sie zu nichts taugt und man sie im Grunde in die Tonne werfen kann. Für die AfD-Fraktion hat der Abgeordnete Latsch das Wort. Ja, danke, Herr Präsident. Meine Damen und Herren, ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass hier die Hausbesetzer-Szene mit bunten Perücken versucht, die Karte der Währlosigkeit zu ziehen, um sie einen Vorteil auf Kosten der Allgemeinheit zu verschaffen. Tatsächlich handelt es sich um den Rest der Hausbesetzer-Szene, die einerseits den Staat und die soziale Marktwirtschaft ablehnt und andererseits die Steuerzahler um Erlösung fordert. Eine weise Frau pflegte zu sagen, hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Nicht, dass sie tatsächlich an die Hilfe Gottes geglaubt hätte, aber ich verstand natürlich, was sie mir sagen wollte. Jeder ist eines Glückes Schmied und du musst schon selbst etwas dafür tun, dass sich dein Leben in die gewünschte Richtung wendet. Dieses Gebäude in der Kastanianerlie 86 müsste eigentlich Infantilenhaus heißen, denn es wird von Menschen bewohnt, die nicht erwachsen werden wollen, die sich den Lasten des Lebens entziehen wollen und diese Lasten lieber anderen überhelfen. Mit sexuellen Neigungen hat das nichts zu tun. Die Bewohner hatten doch lange Zeit und Gelegenheit, aus diesem Haus eine Eigentümergemeinschaft zu machen. Das ist ja keine gänzlich neue Erfüllung. Es gibt für außergewöhnliche Projekte Strukturen, wie das Mietshaussyndikat, die man nutzen kann, wenn man will und wenn man die Ernsthaftigkeit mitbringt, wenn man also ausreichend erwachsen ist, um vor deren Augen Bestand zu haben. Haben Sie da mal Kontakt aufgenommen und Ihr Projekt prüfen lassen? Hatten Sie überhaupt eines, ein Projekt, meine ich? Oder haben Sie sich gesagt, in Berlin muss man nur laut genug jammern? Dann hilft einem die versammelte Sozial-irgendetwas-Armada schon weiter. Einschließlich ist der Griff in den Steuertopf ja nicht wirklich schmerzhaft für den, der entnimmt, aber für den, der einzahlt. Wenn ich mir das Haus anschaue, ist es runtergekommen. Sie haben da all die Jahre nichts für den Erhalt getan. Sie haben billig gelebt und genutzt. Sie haben abgenutzt und große Sprüche gemacht über Kapitalismus. Und was es sonst noch so an üblichen Vorwürfen gegen die Gesellschaft gibt, wenn man andere für das eigene Leben bezahlen lassen will. Und da muss man sich mal vor Augen halten, Herr Dr. Liederer hat es ja gerade erwähnt, seit 34 Jahren haben diese Menschen Mietverträge. Also ganz kurz vor der Rückübertragung hat man dieser Community noch billige Mietverträge verschafft und dem neuen Eigentümer, dem man das Objekt zurückgegeben hat, diese ganze Last praktisch mit aufs Auge gedrückt. Und der muss jetzt sehen, wie er dann auch noch beim Verkauf den Ärger damit hat. Ich finde hier alternative Wohnprojekte gut, aber nicht, wenn das einzig Alternative daran ist, dass andere die Zeche zahlen, meine Damen und Herren. Von der Jugend, verantwortungsfrei ins Rentenalter und die hartabende Bevölkerung, der Sie mit Macht Heizungsgesetze überhelfen, soll die Zeche zahlen. Sie erzählen uns einerseits, wir müssen die Eigentümer entmachten, die ihre Häuser verfallen lassen und wollen hier ein Biotop des Verfalls hüten. Dieses Haus ist komplett heruntergekommen, eine energetische Katastrophe, ein Klimagrab, wenn man Ihren Worten Glauben schenken darf. Und jetzt wollen Sie über all das hinwegsehen, wo Sie anderen die Eigenverantwortung für sich selbst übernehmen, mit Vorschriften und Strafen das Leben zur Hölle machen. Menschen, die ihr Leben lang für sich und andere gearbeitet haben, drangsalieren Sie mit Gesetzen, die Ihnen ihre Altersversorgung sind. Aber hier sind wir mal generös. Das geht in uns nicht. Das Klagen ohne zu leiden, verfängt bei meiner Fraktion nicht. Von daher muss ich Sie enttäuschen. Für uns gilt Gerechtigkeit und das Motto, wer am lautesten jammert und sich selbst als besonders hilflos darstellt. Der bekommt alles, was er will. Die Bewohner hatten ihre Chance. Sie haben sich 34 Jahre lang vergehen lassen und tragen dafür Selbstverantwortung. Insofern werden wir Ihrer Anfrage nicht entsprechen. Und ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Weitere Wortmeldungen liegen da nicht mehr vor. Vorgeschlagen wird die Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauern und Wohnen über Ihren Hauptausschuss. Widerspruch höre ich dazu nicht. Dann verfahren wir so. Die Tagesordnungspunkte 43 und 44 stehen auf der Konsensliste. Tagesordnungspunkt 45 war Priorität der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen unter der Nummer 4.3. Die Tagesordnungspunkte 46 bis 49 stehen auf der Konsensliste. Tagesordnungspunkt 50 war Priorität der AfD-Fraktion unter der Nummer 4.5. Fürs Protokoll der Abgeordnete, der fraktionslose Abgeordnete Dr. King hat mich darauf hingewiesen, dass er beim Tagesordnungspunkt 4.4, das war der Antrag zur kommunalen Schulreinigung, mit der Drucksache Nummer 19 1015 zugestimmt hat. Meine Damen und Herren, damit sind wir am Ende unserer heutigen Tagesordnung. Die nächste Plenarsitzung findet am Donnerstag, den 18. April 2024 um 10 Uhr statt. Ich wünsche Ihnen schöne Osterfreien. Die Sitzung ist geschlossen. Die Sitzung ist geschlossen.